Geht's los? Das gibt's ja gar nicht. Oh, Merry Kreisler. Merry Christmas, meine Freunde. Wir sind live. Hallo. Wie findet ihr meine Weihnachtsbeleuchtung? Ist die nicht wunderschön? Ich find das witzig. Wir haben das extra dekoriert. Das ist mein neuer Kopfhörer, by the way. Die sind von Razer. Die kommen aber erst nächstes Jahr aus. Das sind mein neuer Razer-Kopfhörer. Wundert euch nicht über den Hintergrund. Das ist gleich weg, weil das Spiel gefühlt 44 Jahre alt ist. muss ich 700% reinzoomen. Man darf nicht raustabben, sonst crasht alles. Das sieht gleich okay aus, wenn wir im Spiel sind. Keine Sorge. Aber wie findet ihr die Beleuchtung? Die ist doch süß, ne? Das hab ich mir umgehalten. Soll ich mir die Kopfhörer gleich nochmal rummache, die ganze Zeit? Ja, ich wickel dir das so rum. Das hab ich geschenkt bekommen. Frohe Weihnachten. Merry Kreis. So. Ist doch schön, sind doch ein paar Leute hier. Ist doch süß. Ja, guck mal. Für den entspannten, schönen Black Mirror. Gut, der Kleine hat gar keinen Bock mehr, der versteckt sich jetzt wieder. Ja. Wie schön. Katze. Katze ist weg. Katze ist weg. Katze hat sich versteckt. Gott, irgendwer hat noch umgesteckt, dass doch sowieso niemand zugucken wird. Ja, ja, guck uns an. Das ist voll in Ordnung. Auch immer du warst. Peace. Wer von euch kennt das Spiel Black Mirror schon? Ich denke mal ein paar von euch werden es bei Shaui schon geschaut haben. Ja, guck mal, ich mach das wieder klein. Ja, ich mach mal meinen Fug. Schön, dass ich mir benachrichtigte bekommen, dass du live gehst. Bin ich live? Ich glaub, du bist live. Ach du Scheiße, wie geil. Ich hab nur benachrichtigte bekommen. Ach du Scheiße. Das ist corrupted. Mr. Corrupted ist live. Live ist. Da guck ich aber nicht. So, den finden wir durch. Warte mal, ich mach das hier und kann ich das anmachen. Das machst du denn da? Dann können wir alles gleichzeitig sehen. Aber gleich wird's spannend. Freut mich jeder auf Live-Chat, nicht auf Top-Chat. Genau, das ist wichtig. Sobald wir einmal im Spiel sind, dürfen wir nur aus dem Spiel raus, wenn wir es vorher speichern und beenden. Weil das Spiel ist so alt, einmal raus tappen und alles crasht. Alles crasht. Bei Black Mirror sowieso, das Spiel hat kein Auto speichern. Solltet ihr jemals Black Mirror stehen, speichert alle 10 Minuten, ihr bereut es sonst. Ja. War das ein richtiges Comfy-Spiel. Naja, Netflix Black Mirror hat tatsächlich nichts damit zu tun, überraschenderweise. Ob ihr es euch gedacht habt oder nicht. Mit was kann man Black Mirror vergleichen? Das ist so ein Puzzle-Game. Also ich glaube, es benutzt die gleiche Engine und von Puzzles her ist es wie, wie heißt es auf Englisch? Broken Sword, ne? Und auf Deutsch Baffermans Fluch, glaube ich. Ja. Falls einer von euch kennt. So Anfang 2000er Point und Klickrahmen und ist überraschend spooky, atmosphärisch und unfassbar comfy. Ich finde, das ist so eins der entspannendsten Spiele, die es überhaupt gibt. Bastino, ich bin auf deiner Seite. Was denn? Black Mirror und Skullegende Muslim. Halt wirklich. Supportig. Und ich habe es extra noch mal auf Deutsch runtergeladen, weil das ist ein Spiel, wo die deutsche Synchro wesentlich besser ist. Denn, ob ich es glaubt oder nicht, in diesem komischen tschechischen Indie-Pointen-Click-Game von 2003 oder sowas, spielt die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp, die Hauptdarsteller. Depp, Depp. Depp, Depp. Und hier kommen erstmal die großen Props, denn Jodie hat gestern sehr leckeres Essen gemacht. Ich habe Weihnachtsgut gekocht heute. Ich habe fast drei Schlucken Igula-Stutte. Das war sehr lecker. Das war richtig geil. Und dann kann die Members, schau mal. Ist alle zu lieb. Und dann die Katze kommt wieder. Ne, das hat nichts mit der Netflix-Serie zu tun. Ne, 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 ne. Überhaupt nichts. Das kam lange, lange, lange vorher raus. Ja, Netflix, wenn sie sich inspirieren lassen. Steven, ich hasse dich, lass dich bitte. Ich wünsche dir keine frohe Reiter. Ich liebe das Spiel schon zweimal durchgezockt. Ey, wir haben es auch mehrmals durchgespielt. Wir haben mehrmals den Showie-Einteiler zum Einschlafen geschaut. Showie, falls du das je siehst, ich habe dir locker 20 Euro YouTube-Money bereichert. Kannst du mal rausnehmen, damit man die Steam-Page sieht? Ne, auf gar keinen Fall. Denn ich muss das perfekt genau so rein, damit man im Spiel tatsächlich was sieht. Kannst du nämlich Steam kurz klein machen und das so verschieben und dem das zeigen? Äh, das kann ich machen. Oder wollt ihr denn die Steam-Page? Ja, die Steam-Page können wir sehen. Du kannst es doch ein bisschen verschieben. Ja, das geht. Mach das mal aus, bitte. Hörst du das? Ja, ja. Ich habe nämlich die Kopfhörer auf, aber gleich mal die Markus. Freude, davon gibt es drei Teile und alle drei sind großartig. Die lohnen sich, wirklich. Wenn ihr ein Spiel auf Steam sucht, das. Ja, da können wir hier ein paar Vorschau-Bilder durchklicken, damit ihr seht, wie es so ein Style einfach aussieht. So ein Classic Point-and-Click-Game. Wenn man absolut nicht weiß, was man tun muss, würde ich sagen, dauert es 10 bis 15 Stunden. Wir kennen die meisten Puzzles. Wahrscheinlich brauchen wir trotzdem 20. Es gibt einige Puzzles, die sind einfach schwer. Happy for 20. Ja. Die, egal ob man die Lösung weiß oder nicht, irgendwelche, keine Ahnung, Schieberätsel oder sowas, die würde wahrscheinlich trotzdem ein bisschen dauern. Guck mal, hier ist dein Lieblingsrätsel. Oh ja, das will ich machen. Ich liebe so Bilder-Puzzle-Rätsel. Ich weiß nicht warum, ich finde das voll entspannend. Oh, geht das wieder an hier. Zum Scheiß. Ja gut. So. Wunderschön. Mein Löwe. Boah, Steven, ne? Das hat Steven geschrieben. Steven hat geschrieben, mein Löwe. Süß. Und ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet auf sehr langsame Animationen von allem. Die Cam finde ich den Fokus, ist der Autofokus an. Moment, das kann ich ausschalten. Ne, das ist aus. Der Autofokus ist eigentlich aus. Sind wir nicht im Fokus? Vielleicht mal die Lichter irgendeinen Unterschied oder sowas. Oh ja, ne, jetzt wie, hä? Vielleicht ein Qualitätsding irgendwie. Oh ja, guck mal, ist ja sehr, sehr ruhig. Ne, das ist ein Qualitätsding. Von YouTube wahrscheinlich. Ich heiße, wenn es an den Lichtern liegt oder sowas? Ist eh besser, dann seht ihr unsere Proben nicht. Das stimmt, das wäre ein großer Fehler. Steven, weil du Steven bist. So, ich würde sagen, haben wir hier jetzt alles so, wie wir es lassen können. Weil wir dürfen nicht mehr rauszupfen, außer wir beenden alles. Bestimmt. Chat ist in Ordnung, das hier passt schon. Whatever, ich kann es gar nicht so kleiner machen. Steven, ich werde dich trotzdem mögen. Sicher? Er ist mein Kind. Na gut. Soll ich machen. So, du hast den Sound jetzt erstmal am Anfang? Ja, wir können aber auch tauschen. Du kannst erstmal lassen, wenn du willst. Sieht man die Lichter eigentlich noch? Welche? Oh, die sind ein bisschen reingerutscht. Moment, das kann ich schon noch machen. Member vor 8 Monaten. Das war Deutsch und Englisch und Kanadisch. Boogie hat ein Membership geschickt. Wer kriegt den Membership? Ja, nochmal als Erklärung, warum wir streamen. Oh, Klötzchen von Boogie. Glückwunsch, Dankeschön. Und Joshua, Dankeschön für die 18 Monate. Das war 19 Monate. Nochmal als Erklärung, warum wir heute streamen. Der Gedanke war einfach so, für die Leute, die heute irgendwie nichts zu tun haben oder keinen Bock auf Family-Kram haben oder whatever. Oder keine Family haben. Ja. Da haben wir einen kleinen entspannten Abend zusammen machen können. Wir hätten jetzt eh nicht groß was vorgehabt. Wir chillen sowieso. Du würdest ziemlich spielen. Da ist so ein Rechts-No-Name. Da ist so ein... Das klingt jetzt voll gierig, aber da ist so ein Dollar-Sein. So ist es richtig. Das muss ein Dollar-Sein sein. So, okay. Wie lange musst du die verschenken können? Wir starten mal das Spiel. Ich hoffe, das ist jetzt so, wie es sein sollte. Wie es eben geklappt hat. Wir sehen es gleich. Davon darf... Ja, genau. Das ist sogar relativ mittig. Ich habe es sogar hinbekommen. Fantastisch. Es gibt wirklich Scheiße. Ne, größer geht es nicht. Ich kann es nicht verziehen. Weil sobald ich nämlich einmal raus-tabbe, ist alles im Arsch. Ich kann es nämlich links im Fenster nichts verziehen. Ich musste vorher die Displays scheiße so einstellen, dass ich glaube, halbwegs passt. Ist die Lautstärke in Ordnung? Das müsst ihr gleich sagen. Weil wir können es zum Glück im Spiel ändern. Zum Glück. Boah, ich habe mich striggert, wenn ich mich irgendwie raus-tabben. Don't do it. Please. Einmal raus-tabben geht meistens. Aber ich habe es nur noch am zweiten Mal gemacht. Da musste ich wirklich alles abwürgen, damit es irgendwie funktioniert. Okay, das ist so. Ohne, ich war dafür auf, Sings zu spielen. Ich habe ja wissen, was das bedeutet. Musik und Effekte kommen ein bisschen runter. Ist das leiser? Geben es zu laut, eure Stimmen zu laut? Okay, okay. Flop. Bei mir war okay. Ja, weil du hast auch eine andere Mixer als die andere. Du kannst an deinen Kopf hören dann. Lauter als ihr. Ticken leiser. Okay, warten wir, bis jetzt hier geupdatet ist. Ja, jetzt ist halt kein Ton da. Ist kein Ton im Menü? Gar nichts? Okay, warten wir mal einen alten Speicherstand. Ah, jetzt ist wieder Musik. Ja? Ja. Test, 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 test. Das ist ein Banger. Das ist wirklich ein Banger. Der Soundtrack ist fantastisch. Warte, ich lade mal hier einen Random Speicherstand. Welche ist denn schlimm? Machen wir mal Jody 2. Jody's Puzzle.com Ich weiß nicht, ob die Sounds sind. Ja, ja. Der Schlüssel, den ich in Marques Grab gefunden habe. Ich spoiler, ich... Oh, 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 Moment. Wir machen lieber, äh... Hier. Wenn der Tag legst du. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Die behalte ich lieber. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Gut so? Lieber, halte ich lieber. Wundervoll. Der Tag, an dem ich auch für Sims zu spielen, ist der Tag, an dem ich sterbe. Spielt ihr noch? Nee, wir spielen nicht. Wir machen gleich aus. Nee, das war's. Streamstechnik. Das war so ein... Let's Spaß. Wir spielen das jetzt, ja. Ein Technik-Check. Ich finde, du hast die ehrenvolle Aufgabe, dass du den ersten Sound bekommst. Mit der wundervollen Intro. Oh nein, jetzt kommt die gruselige Intro, Katzi. Ich hoffe, die sieht man im Stream. Mich würde es nicht wundern, wenn man die im Stream nicht sieht. Das ist technisch so schräg. Vielleicht läuft jetzt auch noch eine andere Engine oder sowas, aber es müsste eigentlich funktionieren. Michael Myers. Absolute beste YouTube-Way beiden. Dankeschön. Ich würde sogar sagen, noch ein bisschen leiser. Okay. Ein bisschen noch mal. Let's celebrate the first Super Life. Warum wurden die Stream-Tanks resettet? Was? Weil du im Game warst, vielleicht. Warum ändert das das wieder? Drückt doch jetzt einfach auf Spielstellen. Okay. Das wird sonst nur schlimmer. Okay. Vielleicht müssen wir es im Spiel einmal change und dann bleibt es. Vielleicht bläst euch die Katzin jetzt hier an. Okay, also falls jetzt in der Intro-Katzin jetzt irgendwo wieder super laut ist, macht es bei euch leiser. Wir reden währenddessen sowieso nicht. Und wenn wir dann im Spiel sind und die ganzen Dialoge vom Anfangs-Intro fertig sind, machen wir dann noch mal leiser. Und dann müsste es ja im Spiel eigentlich bleiben. Hoffe ich. Na, warum? Okay. Sonst können wir einmal raus haben. Einfach die Lautstärke vom Stream, vom Programm, also vom Spiel selbst leiser machen. Und starten es dann noch mal neu. Dann geht es auf jeden Fall. Okay. Seid ihr ready für dieses wundervolle Spiel? Okay. 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 Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. Dankeschön, Timmy. Mein Schatz. Timmy. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich habe Angst. Holy fuck. Jesus. Das Spiel ist überraschend brutal, tatsächlich. Da sind einige roughe Szenen drin. Und Samuel ist überraschend, dass er auch schon. Ja. An die Leute, die meinen, dass die Maus lächig ist. Ich glaube, das Spiel läuft in 20 FPS. Also es limitiert auf 20 FPS. Ich glaube, das ist einfach so. Macht im Spiel aber kaum was aus, weil es ist halt kein Schnelles Spiel. Daher kehrten wir gemeinsam nach Black Mirror zu werden. Und wenn man so klein schläft, ja. Die lange Fahrt durch die düstere Landschaft schien kein Ende zu nehmen. Während der Fahrt herrschte Schweigen. Als sich unsere Blicke trafen, waren sie voller Trauer. Aber in unseren Gesichtern war nicht nur Kummer zu sehen. Für Victoria und Robert war ich gewissermaßen ein Fremder. Meine unerwartete Rückkehr nach mehr als zwölf Jahren war der Anlass für die unausgesprochenen Fragen in ihren Augen. Was passiert ist, tut mir aufrichtig leid. Danke, Heinz. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. William hat mir alles bedeutet. Und jetzt? Du brauchst nichts mehr zu sagen, Victoria. Heute ist ein trauriger Tag für uns alle. Ich glaube, ich lasse dich jetzt allein. Wenn du mich bitte entschuldigst. Du musst nicht gehen. Du bist mir ein ebenso guter Freund, wie William es war. Ich schätze deine Worte. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ich bitte dich, sei unser Gast. Ich bleibe gern, wenn es dein Wunsch ist. Mich interessieren einige Bücher in der Bibliothek. Ich ziehe mich dorthin zurück, wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Nein, ganz und gar nicht. Danke. Ich werde in der Bibliothek sein. Danke schön, danke schön. Ich bin gespannt. Babe, falls Heinz etwas benötigt, helfen Sie ihm bitte. Aber natürlich. Sie können sich auf mich verlassen, Madam. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich glaube, du könntest etwas Ruhe brauchen. Du bist so einfühlend wie immer, Robert. Ich möchte eine Weile mit meinen Gedanken allein sein. Das ist absolut verständlich. Samuel, würdest du mich bitte in mein Arbeitszimmer begleiten? Ja, gerne. Oh, Samuel, bitte bleib. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Selbstverständlich. Würdest du mich bitte entschuldigen, Robert? Wir sprechen uns später. Ich werde in meinem Arbeitszimmer sein. Samuel, sag, bist du zurückgekehrt, um für immer bei uns zu bleiben? Heißt wie die Animation? Um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nicht entschieden. Lass mir bitte noch etwas Zeit. Vergiss nicht. Wir sind immer noch deine Familie. Du bist ein Gordon und du gehörst hierher. Genau wie alle anderen Gordons vor dir. Ja, dessen bin ich mir wohl bewusst. Aber ich muss meine Gedanken ordnen. Vielleicht kann ich dann deine Frage beantworten. Oh. Ich hatte so gehofft, dass du Ja sagst. Mir geht es nicht sehr gut. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Natürlich. Ich gehe auf mein Zimmer. Sir, ich habe mir erlaubt, ihr Zimmer aufzuräumen. Ich glaube, sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hier ist der Schlüssel. Ihr Koffer ist schon im Zimmer. Das sind Diskussionen, die auch IRL so geführt werden würde. Ja. Schottland ist es. Danke, Bates. Ja, Schottland. So. Wir dürfen gleich spielen, Freunde. Victoria möchte, dass ich bleibe. Vielleicht hätte ich es ihr versprechen sollen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht später. Bates hat mein Zimmer hergerichtet. Ich sollte es mir ansehen. So. Okay. Grobe Zusammenfassung fürs Intro. Ich glaube, unser Uronkel? Großonkel? Onkel, glaube ich, ne? Wer ist nicht unser Opa? Ich glaube, ich glaube, Uronkel, meine ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ein altes Mitglied unserer Familie, mit dem wir früher anscheinend gute Verbindungen hatten. Ist auf mysteriöse Weise im Intro gestorben. Und unser Charakter, unser cooler Typ mit den schwarzen Haaren, das ist Samuel und der war, glaube ich, 10, 15, 20 Jahre. Nicht mehr im Schloss in der Familie und der ist abgehauen. Warum? Kommt noch alles, aber grobes Intro. Ich meine, es ist der Uronkel. Nee, ich glaube, das ist nicht unser Dad. Nein, 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 nein. Na, aber warte, warte. Samuel ist der Dad von... Teil 2 Spoiler. Und der sagt aber auch, dass Victoria seine Großmutter ist. Und der Typ, der Robert, war doch der Mann von Victoria, oder? Auf jeden Fall Onkel, Opa, irgendwas. Auf jeden Fall nicht der Dad. Also muss das sein Dad sein? Nee, nee, nee. Das ist auf jeden Fall nicht. Und Victoria seine Mom. Ja, weil das sind die Großeltern von... Hm, sagt er zumindest irgendwann, dass Victoria seine Großmutter ist, meine ich. Vielleicht weiß das jemand im Chat besser, aber ich meine, es war nicht der Dad. Ich weiß es aber auch. Was weiß ich denn? So, sehr schön. So, Lautstärke. Noch einmal können wir es hier gucken, ob es resettet ist. Wir speichern direkt einmal, ne? Ist besser. Am besten. Oder alle zwei Sekunden speichern. Wir speichern auf den letzten Slot. Der ist es. Hab die Safe-Musik wieder? Ja. Kam die? Gab es Safe-Musik? Ich weiß gar nicht mehr. Dieses Figo. Ja. Wundervoll. Okay. Ah, nee, guck mal, es wurde gar nicht resettet. Ein bisschen leiser meinten ein paar Leute, glaube ich. War die Sprache in Ordnung, oder waren die Sounds ein bisschen? Waren beides ein bisschen runter, oder? Ein bisschen. Okay. So. Finde ich auch. Max sollte immer die Lichter drunter. Wie lange seid ihr heute am Stream? Wir haben vorher das ganze Spiel zu streamen. Mal gucken, wie es läuft. Es gibt ein paar Rätsel, die ein bisschen dauern können. Wenn wir so wie drei Stunden irgendein Scheiß-Schieberätsel hängen, oder so, dann. Vielleicht nicht, aber ein langes, gutes Stück, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bis spät abends. Ja. Dann gucken wir, wie weit wir sind, und sonst streamen wir das die Tage zu Ende, oder heute zu Ende. Ja. So, jetzt, wo der Anfangsstress vorbei ist, und alles technisch anscheinend funktioniert. Vielen Dank nochmal, all Donations. Ihr seid die Besten. Und jetzt beginnt... Ihr seid alle richtige Süßmäuser. Sprache war okay, ne Musik ein kleines Ticken zu laut, okay. Dann mache ich nochmal Sprache ein bisschen höher, weil die sollten wir da schon... Ja, aber ich meine, wenn man hier schon so einen Premium-Voice-Actor hat, ich finde es... Premium-Setup-Voice-Actor. Ja. Äh, ja, okay. Na gut. Möchtest du den wundervollen Anfang machen? Soll ich mal? Ja. Du kannst es verstehen. Du hast den Sound. Ja. Hast du wieder die andere Maus? Ja. Braucht zum Sim-Spiel dann mal wieder die eine. No Name. No Name, danke schön. Ich habe so eine 30 Jahre alte Maus, die nach oben liegen, die Jodie immer für Sims spielen, wenn das bei meiner guten Maus, das Mausrad komplett im Arsch ist. Und Sims ohne Mausrad. Wenn ihr im Baumodus seid, um euch so komplett rumzudrehen mit der Kamera, muss man das Mausrad gedrückt haben. Ich habe so viele Mensch-Breakdowns bekommen. Wollen wir ein bisschen umschauen hier? Die Familie hat Asche. Oder sollen wir erstmal ins Schlafzimmer gehen? Ja, gehen wir erstmal ins Schlafzimmer. Ich muss das erstmal finden, Freunde. Ihr seht, die Familie hat richtig Asche. Oh, da ist aber das große Bild. Wollen wir ins Zimmer gehen, dann schauen wir ins Schloss um? Na gut. Oder? So wie denn? Zur Treppe. Da lang. Ja. Gehen wir mal nach oben. Ei, ei. Ihr beiden sieht süß aus. Dankeschön. Ich habe mir extra was Rotes angezogen, aber man sieht es gar nicht. Willst du aufstehen dafür? Ne. Das stimmt. Aber ich habe das erste Mal seit Monaten mir was Richtiges angezogen und mir sogar Wimpern aufgeklickt. Danke. Ich finde, jeder im Chat muss einmal klatschen dafür. Ja. Das muss appreciated werden. Da dann müssen wir, Freunde. Da ist unser Room. Hier wieder als erstes rein. Danach gucken wir uns wieder den Rest an. Die Tür ist abgeschlossen. Bates hat mir seinen Schlüssel gegeben. Ich kann sie aufschließen. Ja, dann mach das doch. Ne, das ist das Tutorial dafür, wie man Items benutzt. Achso. Das ist ganz wichtig. IQ von 3. Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Mir ist, als wäre ich erst ein paar Tage fort. Willkommen daheim, Samuel. Willkommen daheim, Samuel. Weißt du, worauf ich mich freue? Ich finde bei den ganzen... Das Spiel hat... Ich muss jetzt mal die Backstory erzählen. Ich habe das mit 9 oder 10. War das eins der ersten, in Anführungszeichen, Horrorgames, die ich gespielt habe. Und es gibt eine Szene in dem Spiel, die hat mich für Jahre traumatisiert, weil ich die viel zu gruselig fand. Und die kommt in zwei Stunden oder so, würde ich sagen. Im Brunnendieb. Ja, zwei Stunden oder sowas. Und der Spiel hat... Mumi, ich danke dir für deinen nicht vorhandenen Support. Dankeschön für donations, Monsieur Meme. Und schon wieder, ey, du bist am treiben hier. Nochmal Dankeschön. Das ist ein süßes Maze. Das ist ein süßes Maze. Alle Leute von euch, die irgendwie Anfang 2000 am Point-and-Click-Games oder auch danach oder noch vorher gespielt haben, ihr wisst, die Games haben meistens super fiese Bullshit-Rätsel, auf die man kaum kommen kann. Ein paar von denen, würde ich sagen, muss der Chat miträtseln, bevor wir die lösen. Das ist die Synchronstimme von Johnny Depp. Nix, deswegen... Nix, ich glaube Nix. Deswegen kennst du die. Und ja, das erinnert sehr an Waffo-Mitz-Fluch. Das ist auch ein bisschen wie Waffo-Mitz-Fluch. Ein bisschen mehr cozy und gruselig. Einiges düsterer. Aber ich glaube, es ist die gleiche Engine. Ich glaube, es funktioniert ganz genau. Ich klicke mal Sachen weiter. Ja, klicke mal Sachen an. Ich spiel mal das Videospiel. Mach mal. Ich wasche mich. Kommt auch selten vor, aber ab und zu passiert's. Einfach eine Schale mit Wasser. Ich habe nur einige Reisen necessaires darin. Kein Stress hier, ne? Ich stecke die Tabletten ein, falls ich wieder Kopfschmerzen bekomme. Oh, Dankeschön. Wo ist denn die Tabletten, die wir eben im Safe schon hatten? Hm? Wir haben die Tabletten genommen, die wir eben im Safe hatten. Wir können in, äh, wir können hier mit rechts klicken. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Die behalte ich lieber. Auf items in unserer Tasche, dann sagt uns das Spiel was. Und solange Sachen noch rot sind, kann man damit noch irgendwann was machen. Man kann auch mit rechts und links klicken auf alles. Was das Spiel niemals erklärt. Okay, nein kann man doch nicht. Hier nicht. Never mind. Die dritte Tasche kann ich bestimmt gebrauchen. Das Spiel erklärt gar nichts. Ich meine, es hätten Freunde Glück gegeben. Aber ich hing als Kind Ewigkeiten an manchen Stellen fest, wo ich nicht wusste, dass ich mit rechts klicken aufdrücken muss. Das ist großartig. Ja. Sie enthält einige Münzen. Die scheiß Münzen da drin. Warte, sagt er noch das? Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ich liebe es sehr viel. Ich sehe nichts Interessantes. Ah, guck, jetzt ist der Koffer weg. Jetzt haben wir alles, was wir mit dem Koffer machen können, gemacht. Ich glaube, die Regel ist aber leider nicht konsequent. Es gibt mehrmals im Spiel Gegendstehen, die man immer wieder anklicken kann, die egal sind. Ich glaube, nur 30 Minuten. Erstmal sind wir mit dem Koffer fertig. Und es war meine Schuld. Nein, nein, wir sind gerade am Anfang. Das werde ich mir nie verzeihen können. Fünf Minuten oder so. Hier seht ihr, es ist jetzt auch nicht mehr rot. Die nächtliche Silhouette unseres Schlosses. Eine Zeichnung des Anwesens der Familie Gordon in Wales. William hat sie als junger Mann angefertigt, als er dort war. Ein altes Gemälde. Ich weiß nicht, wer der Maler war. Das heilige Kreuz. Das ist Karte hier. Ich werde Bates sagen, er soll den Kamin anzünden. Ah, wir müssen zu Bates, Freunde. Ging hier das Doppelklick schon? Ich möchte mich jetzt nicht auswohnen. Nur draußen, glaube ich. Würde wir erst später machen. Ah. Eine alte Fotosammlung. Ich möchte nicht an die Zeiten erinnert werden. Ich lasse sie in Ruhe. Oh nein. Danke schön. Verzeih mir, Catherine. So, ich glaube, wir haben alles her. Ja. Davor hat Catherine jeden Morgen ihr wunderschönes Haar gebürstet. Ob das der Black Mirror ist? Es ist besser, den Erinnerungen nicht nachzuhängen. Können wir das schauen? Nein. Na gut. Das ist so, wie man denkt, wie man es machen muss. Und wie man festhängt. Ja, dann müsste ich jetzt drei Stunden in diesem Zimmer den Schlüssel suchen. Noch dazu, du weißt doch noch wo, ne? Ja. Ja. Aber jetzt stellt euch vor, ich habe hier drei Stunden alles abgesucht. Selbst wenn, drück einmal mit links drauf. Was? Drück mal mit links drauf. Okay. Ich wollte erst mit links. Ey, ich hing an dem Ohr, links. Nee, er hat nichts mit der Serial zu tun. Drück noch mal mit links. Der hing nicht als Kind Stunden. Da kann ich nicht sehen. Er ist zu hoch. Es ist zu hoch. Dann denke ich mir, ja okay, ich brauche einen Stuhl oder sowas. Nee. Ich klicke jetzt mit rechts drauf, Freunde. Ich werde versuchen, raufzukommen. Fuck you. Da ist etwas. Das ist der Schlüssel von meiner Schublade. Ich meine, ich schätze, in der Engine ist es normal, mit rechts Sachen andrücken zu müssen, und wenn man das nicht weiß, dann... Wie? So. Jetzt nehmen wir den. Und machen die Schublade auf. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss keine Fotos machen. Sie sind zu alt, um sie noch zu verwenden. Das passiert hier mit rechts. Da habe ich so. Meine Bibel. Okay. Ihr seht, irgendwann brauchen wir die Kamera. Ich muss keine Fotos machen. Dann gehen wir wieder. Gut, wir müssen zu Bates, also den Kaminermann, und wir können uns mal im Schloss jetzt umschlucken, ne? Hm. Jetzt können wir einiges hier umschlucken. Ich kann erst mal hier. Ich wette, wir werden mehrmals festhängen, weil wir wissen, was wir machen müssen, wenn Sachen ja falsch waren. Nur das leise Ticken der Uhr zu hören. Williams Lieblingsgemälde. Jemand aus der Familie hat es vor etwa 300 Jahren gemalt. Hier habe ich früher mit William Schach gespielt. Ich erinnere mich daran, wie er mir die Grundzüge beigebracht hat, als wäre es gestern gewesen. Ja. Ich kann jetzt erst mal nach links. Weil Powerwash Simulator ist das geilste Spiel überhaupt. Powerwash Simulator ist ein fantastisches Spiel. Es ist wirklich großartig. Kann ich auch nur empfehlen. Ja. Kein Stress. Robert, darf ich einen Moment mit dir sprechen? Natürlich. Ich unterhalte mich gerne mit dir. Wir haben einander schon so lange nicht mehr gesehen. Wie viele Jahre sind es? Zwölf. Vielleicht mehr. Dann spielt er wieder an. Eine wirklich lange Zeit. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin nicht für immer zurückgekehrt. Ich bin nur wegen Williams Beerdigung hier. Wirklich? Das ist schade. Ich dachte, du bleibst wenigstens für ein paar Monate bei uns. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch. Also, worüber möchtest du reden? Ich habe einige Sachen. Was denkst du über das, was William zugestoßen ist? Das ist aber eine seltsame Frage. Was soll ich denn darüber denken? Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war, geschweige denn Selbstmord. Ich fürchte, du ziehst voreilige Schlüsse, Samuel. Du glaubst doch nicht etwa, dass es Mord war, oder? Nein. Aber mal ehrlich, wer bringt sich im Herbst seines Lebens um? William war ein sehr alter Mann. Hör mal. William war alleine im Turm, als es passierte, und die Tür war von innen abgeschlossen. Also ist Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Warum hat er dann keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Das weiß ich nicht. Und ich will auch nicht darüber nachdenken. Ich versuche gerade meine Gedanken von Williams Tod abzulenken, und ich habe überhaupt keine Lust darüber zu reden. Wie ist es möglich, dass Robert gar nicht daran interessiert ist? Bin ich der Einzige, der die Wahrheit über Williams Tod wissen will? Was so ein nerviger Gast, Samuel ist. Der ist 5 Minuten da, und direkt, ey. Im Match und Kamerwurst ist das Game auf 100%. Das sind so schlimme Erfolge. Ich habe mal überlegt, das zu spüren, aber dann dachte ich, das muss richtig unbefriedigend sein, weil, wenn ich zugucken würde, wie jemand da so sauber macht, und das dann in einer Ecke nicht so macht, wie ich das machen würde, das wäre richtig unbefriedigend. Dann wäre ich richtig sauer. Ich glaube, das ist kein Spiel, das man zusehen will. Ja. Das Schloss verfällt zusehends. Wie lange soll das so weitergehen? Das Schloss steht seit Jahrhunderten. Und es wird nicht in nächster Zeit zusammenstürzen. Es wird uns überdauern, so wie es unsere Vorfahren überdauert hat. Aber der alte Flügel ist langsam baufällig. Er war schon baufällig, als ich geboren wurde. Und er steht noch immer. Warum hat ihn nie jemand restauriert? Oh, das sagt man. Vor etwa 100 Jahren hat Werner Gordon versucht, ihn zu restaurieren. Wieso sagst du, versucht? Nun, er war nicht der Erste, der es versucht hat. Spooky. Hm. Also, was hat sich in meiner Abwesenheit hier so getan? Hm. Ich kann mich an nichts Besonderes erinnern. Gibt es irgendwelche neuen Familien? Nein, ich glaube nicht. Die einzige Person, die neu hierher gezogen ist, ist Dr. Herman. Außerdem haben wir einen anderen Stallknecht und einen anderen Gärtner als die, die du kanntest. Ich war zwölf Jahre nicht mehr hier. Und das einzige, das sich verändert hat, ist, dass wir zwei neue Bedienstete haben? Naja. Die Leute reißen sich nicht gerade darum, hier zu leben. Das weißt du doch selbst. Ja. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist beinahe unheimlich. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Werden doch oft genug Nerven. Keine Sorge. Die heutige Zeitung. Ich werfe mal einen Blick hinein. Hm. In der Zeitung liegt ein Brief. Robert, ich habe jetzt erst einen Brief bekommen. Ich habe jetzt erst einen Brief bekommen. Dieser permanent betrunkene Trottel, den du für seine Dienste als Boten bezahlt hast, hat ihn zu spät gebracht. Keine Sorge. Ich werde mich wie üblich um dein Paket kümmern. Zum Glück interessiert es an diesem gottverlassenen Ort niemanden. PS. Ich schlage vor, dass du diesem Idioten Markt das nächste Mal mehr Geld gibst. Vielleicht liefert er dann etwas pünktlicher. Alle Streams werden das Video hochgeladen. Guckt an, guckt an. Das Stream-Element kommt schon von mir. Keine Sorge. Ich habe es extra eingestellt. Und ich würde sofort in diesem Schloss holen. Da gibt mir die Schlüssel. Ihr alle seht mich nie wieder. Ich bin weg. Ich lege ihn zurück, damit Robert ihn dort findet, wo er ihn finden soll. Ich wäre verschwunden, glücklich. Mensch Samuel. Was ein Arsch. Die schöne Feiertäuche, ich allen. Ach, Robert. Wir können es ja gleich am Stammbaum gucken, wie sie verwandt war. Ja. Ist unten in der Bibliothek. Ja, wir haben schon mal durchgeschrieben. Mehrmals. Alle Teile. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Damit können wir später noch interagieren. So. Gehen wir runter, ne? Oder? War da nicht auch noch eine Treppe? Ne, da sind wir noch im Kreis gelaufen. Ne, ne. Wenn du rausgehst. Reinige Räume. Dankeschön, Ehren. Geben wir erst alle? Ja, guck mal. Kann ich noch mal rausgehen? Äh. Doch. Oh. Ich habe keine Ahnung, wonach ich dort suchen sollte. Guck halt rein. Schnüffelt sonst überall rum. Ist ja gemütlich, nur derjenige tut mir leid, der es als putzen muss. Das war richtig deutsch. Oh, dankeschön. Aber ich finde das süß. No. Also das war nicht beleidigt. Und Joe ist in gewissen Schatz. Ja, oh, dankeschön. Das war so, ich würde das auch sagen. Ja. Vor allem die Person, die es putzt, ist ein alter, armer, 90-jähriger Typ. Das ist fucking Bates. Bates ist der OG. Bates hält hier alles am Laufen. Ja. Ohne Bates wird der Laden hier kaputt gehen. Ich finde den Totenkopf vorne drin. Hinter diesen Fenstern war Williams Arbeitszimmer. Wenn ich herausfinden will, was sich in Wirklichkeit abgespielt hat, muss ich da irgendwie reinkommen. Ich speichere vielleicht schon mal lieber. Ich traue das Spiel nicht. Ist so eine gute Idee. Wo speichern wir? Machen wir ganz unten. Dann nehmen wir doch gleich einen Mann. Strennen. 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 Wundervoll. Ich hätte auch keinen Bock, das zu putzen. Ehrlich. Schau mal vor, du musst die Fenster putzen. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Ich kann mir Katharines Tod nie verzeihen. Ich war dafür verantwortlich. Nicht sie hätte in den Flammen umkommen sollen, sondern ich. Story. Lore. Der ist schon lange im Ruhestand. Wie der Rest des Zimmers bei einem tragischen Brand vor vielen Jahren zerstört. Dieser Ort weckt Erinnerungen an jene furchtbaren Ereignisse. Die haben den Brand überstanden. Ja. Was für Kerzen sind das? Mädel, Leute. Mädel. 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 Außer Staub ist da nichts mehr. Überhin. Ich finde das Gemälde hat es anscheinend auch überstanden so ein bisschen. Aber die Steinwand? Nee. Die Leinwand wurde von den Flammen völlig zerstört. Nur Asche. Denkt man, ich klicke jetzt mit rechts drauf vorne, weil ich das weiß. In der Asche funkelt etwas. Aber sonst viel Spaß das zu finden. Die Reste eines zerrissenen Fotos. Mein Lieblings rechts. Ist das wirklich der Lieblingspuzzle? Wo ich Lieblingspuzzle? Willst du das direkt machen? Ja. Oh Gott, okay. Ich mache jetzt das Puzzle. Ist eigentlich ein Horrorgame. Überraschenderweise ziemlich spooky, ja. Aber es ist eher eine Atmosphäre-Horrorgame. Aber sehr düstere Story. Einige überraschend gruselige Szenen. Ich fand es... Hab ich es das letzte Mal gespielt. Man kann die ja noch drehen, ne? Ja, du kannst es auch noch drehen. Ich setze es ja schon da oben so feucht. Als würde das passen. Ich habe es einmal als Kind gespielt. Da hat es mich komplett verstört. Und ich habe es dann noch einmal gespielt vor drei Jahren oder sowas. Und fand es immer noch überraschend unheimlich. Obwohl ich mich nicht mehr an alles erinnern konnte. Ich fand ich lieber so etwas. Auf jeden Fall eines der gruseligeren Point & Click Games. Es sieht so aus, als wäre es eine Schulter. Ja. Spezielle, feuerfestige Anfertigung, ja. Ich roll mir erst mal ein bisschen auf, ne? Ja, mach du. Ja, damit ich da ein bisschen was sehe. So, das muss bestimmt nicht hier leben. Oh, das sieht. Guck mal hier. Das ist wie du das. Nur noch nicht die richtige Höhe wahrscheinlich. Ja, aber. Mhm. Die verbrannten Ecken sind immer noch angenehm. So eine kleine Hilfe vom Spiel. Freundlich von dem. Mhm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob die Teile... Rasten die ein, wenn die richtig sind? Die sind zusammen eingerastet. Okay, okay. Wieso? Ja. Es gibt von der Serie auch ein Teil 2 und Teil 3. Und es ist tatsächlich ein Franchise, wo jeder Teil richtig gut ist. Und Teil 2 und 3 wurden, glaube ich, jeweils von anderen Entwicklern gemacht. Und es ist trotzdem richtig gut geworden. Und die sind, äh... Ich glaube Teil 2 und 3 kamen irgendwie 2007 und 9 oder sowas raus. Wesentlich später. Aber haben sie gut gemacht. Alle drei Teile sehr wert zu spielen. Das ist ein Ohr. Ja, korrekt. Ist das gerade da eingerastet? Ich glaube schon. Ist es? Ne. Doch. Doch, tatsächlich. Schöne Sache. Dann haben wir da ja schon mal einen Anhaltspunkt, ne? Ich glaube, das ist ein Mensch. Nein. Mhm. Ja, ehrlich? Mhm. Scheiße. 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 Ich will richtig in mein Puzzle-Element. Und mich bringt nichts mehr auf zur Ruhe. Boah, ich hab Angst vor den ganzen Schieberätseln. Das spielte. Das spielte. Das spielte ein paar richtig abgefuckte Rätsel. Ne, das passt nicht. Und vorhin, äh, beim Chat auch, dass, ähm, Waff-Mates-Fluch selbst mit Online-Guide teilweise, was man da festsehen kann. Und ich sehe es genauso. Du kannst teilweise genau wissen, was du machen musst. Und die Sachen reagieren einfach nicht, weil du irgendwie vorher gefühlt zehnmal mit der gleichen Person reden musst, bis sie dann irgendwo hinläuft oder sowas. Die Trigger für manche Puzzle sind sehr schräg. Gibt eine Neuauflage, die nicht so gut sein soll. Ja, hab ich leider auch mitbekommen. Ich hab die auf Steam. Ich glaub, du hast die auf Playstation mal angefangen. Ich hab die auf Playstation. Ja, ich hab die irgendwie, die war ein Premium Playstation Plus. Ich hab die für zehn Minuten gespielt, da dachte ich mir, ne, das ist Bullshit. Ja, das hat gar nichts mehr mit dem Flair von Originalteilen zu tun. Ist irgendwie so ein bisschen... Hast du's eingerastet? Nicht unbedingt actionreich, aber hat einen ganz anderen Flair. Ja, ist nix. Ja, ich weiß nicht. Das war nicht mein Blick. Ja. Hat auch gar nichts mit der Story zu tun. Sind andere Charaktere, andere Zeit. Ne, schon so. Was denn? Du siehst, warum machst du? Ich find, der weiß doch, was es ist. Reicht doch eigentlich. Zeig dir aber die fünf Teile. Ich hab dir was gebaut. Ich dachte, du meinst jetzt nicht. Ich dachte, du meinst, ich soll jetzt aufhören. Ich weiß schon sowieso. Ich hab grad Spaß. Na ja, Entschuldigung. Du bist ja auch. Ne, du meinst. Wo desto? Das sagst du? Hab ich den ganzen Tag mal was. So reden sie über Waffen ins Fluch. Am Anfang mit den Tor waren so schlimm, deswegen weiß ich genau was sie meint. Ich hab Waffen ins Fluch tatsächlich nie gespielt, aber ich glaub es wird mir gefallen, ne? Oder? Äh, ja, ich glaub wir haben mehrere Teile. Wir haben nach Black Mirror irgendwie auch schon mal ganz vielen ähnlichen spooky point-and-click games gesucht äh galten und es gibt leider überraschend wenig horror point-and-click games so selbst wenn man zurück in die 90er geht es gibt nicht so viel wenn irgendwer von euch ein paar empfehlungen hat für wirklich so spooky atmosphärische point-and-click games es gibt ja nicht so viel die meisten sind eher comedy oder sowas wirklich gruselige sachen selten das wird das schnellste puzzle von allen die es gibt wahrscheinlich keine sorge war das nicht das was beim ersten irgendwie perfekt von anfang an gelöst ich meine ich hatte alles irgendwie perfekt mir hingewiesen ich glaube es lag irgendwie wirklich sehr gut durch rusty lake games sind super aber die sind halt auch eher die sind eher schräg oder nicht gruselig ein bisschen surreal ich habe ich glaube ich habe die ganze collection du hast die auch auf steam die beide meine ich nee du hast die glaube ich nicht deswegen habe ich glaube ich die machen ja kann auch sein aber alles was ich habe kannst du ja auch spielen und andersrum freunde wir haben steam komedy wie deponia und so ja die ganzen deponia und was ist noch alles etna bricht aus die ganze sache in der richtung ich mag die irgendwie nicht so so kommen die point-and-click ist nicht so meins so die alten classics die monkey island so was klar die sind gut aber ich will so ein bisschen ein bisschen gruselig ein bisschen aggressiv ich glaube das muss eher nach oben kann sein ich meine unten ist ein hemd unten muss eigentlich drauf sein ja ja deswegen ich glaube das muss nach oben moin moin die rusty lake games sind liebe 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 ja ich habe die also die games von james diese super surrealen wie growing my grandpa und sowas sind ja theoretisch auch point-and-click aber ich meine so richtig klassische acht bis 15 stunden coole spooky cat lady cat lady ist richtig gut aber cat lady ist halt auch eher fast ein richtiges ja es ist schon ein point-and-click horror game aber ich meine so adventure point-and-click horror games mit der spooky story die gibt es recht selten aber stimmt die drei cat lady games ich weiß nicht wie die zwei teile danach heißen aber ich habe alle drei und ich muss die auch unbedingt mal spielen die sind sehr gut und ich bin der puzzle master das stimmt ja oh ihr doing it absolut mal ist die unterschiedlich die cat lady muss ich unbedingt mal irgendwie ein video zu machen nein ich habe es werde ich mir sag mal gibt es gabriel knight games ich dachte gab es nur ein hörspiel vielleicht verwechsel ich da auch was ich glaube ich hatte davon ein hörspiel und wie findet ihr mein puzzle talent seid ehrlich gut 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 er heffnet mal auf und einmal scream wollte ich schon seit ewigkeiten hochladen aber da gibt es irgendwie probleme mit der deutschen ausgabe weil in dem spiel kommt er wie ein nazi vor und der war damals komplett aus dem spiel geschnitten und damit hat das spiel nicht mehr funktioniert ja man wird den charakter rausgeschnitten und da kommt man irgendwie das spiel nicht mehr richtig lösen dann muss ich irgendwie mal die englische ausgabe irgendwo runterladen oder sowas ich glaube die gibt es immer noch nicht auf steam ich bin mir nicht sicher ich habe mich da vor ein paar jahren schon mal informiert und ich glaube da haben sogar die lösung gegeben aber das sollte ich auch mal einen einteiler machen das ist ein klassiker point and click spooky game ist buffmans flucht eine ernste story ich dachte auch so ein bisschen ein bisschen goofy dachte ich auch das ist ein bisschen locker flockig lustig gemacht jodie beim passen zuzugucken ist sehr entspannt oh dankeschön ich liebe solche paren die machen immer spaß ich weiß nicht warum ich finde das macht richtig spaßlos ich glaube das ist richtig was seine haare sehen voll falsch aus ich glaube das ist richtig ich passe schon auf dass ihr alle da eingepasst sehr gut kannst du mir schon vertrauen jetzt ist irgendwo drunter ein stück boah echt aber ich glaube wirklich oder äh ne ich glaube es richtig dieses gesicht habe ich noch nie gesehen aber wer könnte das foto in den kamin geworfen haben und warum hat er es vorher sorgfältig zerrissen na gut ist eher ernst ok ok na gut und ich habe gepuzzelt so sagt er uns noch was hierzu da können wir uns nur nochmal angucken rechtsklick vielleicht mit links können wir es ja nur was soll ich noch mit seinem geld angeben da ist ziemlich viel geld drin sky sky äh er hilft nochmal auf und einmal scream das ist ein 90er classic horror point and click von der ich muss mal zum klo markus kann weiter machen die tür ist abgeschlossen da hinten durchkommst du mein fuß ist aber eingeschlafen zwei sekunden ich humpel jetzt raus weil mein fuß eingeschlafen hier mein rotes oberteil für weihnachten sehr weihnachtlich wg wumpel na gut so ne kleine unser kleiner kater am pennen der will ich gleich in die cam zeigen wenn er wach wird in den chat gg ja so was haben wir gerade gemacht wir haben das bild bekommen ich glaube er meint er weiß nicht wer das ist ne okay sagt gar nix oder sagt er jetzt noch mal was nein ok können wir schon hoch gehen die tür ist abgeschlossen scheiße schön dich zu sehen ein schönes fest hier euch auch allen ach bugi hat das geschrieben ich glaube du warst eben schon da ne ja klar aber trotzdem nochmal an dich und alle anderen natürlich vor weihnachten ein schönes fest komikadaptions wusste ich gar nicht ich wusste nur dass es ein sehr sehr gutes philosophisches deepes spiel ist was mir wahrscheinlich sehr gefallen würde oh edel edler shit nochmal auf der unterseite befindet sich ein kleiner schlitz biluzeverein ne 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 ach das war gar nichts ich dachte es war ein puzzletip ne gut ist hier sonst noch was drin boah dies pixel absuchen alten games ne ich mag das tatsächlich Teil 2 und 3 haben ein Feature wo man einfach Leertaste drücken kann und dann sieht man willst du rein? und dann sieht man alle Sachen die man anklicken kann aber ich mags lieber wenn man alles selber absuchen muss das ist gut da kommt die rein so lucifer eine big cat warte mm Wir haben zwei Katzen hier drin. Zwei Süßes. Die Kleinen ist auch... Nee. So, hier drin haben wir alles gemacht. Okay, gehen wir raus. Geht der Stream bis nach zwölf? Wahrscheinlich ja. Ich glaube, wir werden noch länger als sieben Stunden brauchen, um es durchzuspielen. Da waren wir, ne? Oder war es ein anderer Balkon? Da war ich, ja. Okay. Hier ist nix mehr. Was ist da oben? Ja, er sagt, es ist abgeschlossen. Ja, die Synchronstimmen sind wirklich sehr gut für so ein Indie-Point-and-Click-Game. Vielleicht war es sogar kein Indie-Game, ich weiß nicht, wie es damals war. Luzifer mit Z. Ja, Teil 1 ist der von Cliff, das Schwierigste. Um zu gehen, dann geht er runter. Also, meinte ich nicht gut. Oder so schön. Das ist der 1,4. Was ist schon klar, was wir machen müssen? Wir müssen Bates Bescheid sagen, dass er unseren Kamin anmachen soll, ne? Wir haben halt das Bild, ich glaube, da können wir Robert nochmal nachfragen. Ja, wir können alle da nachfragen, glaube ich. Ja. Aber wo ist das Bates? Ja. Man kriegt irgendeinen Scheiß-Gegenstand, du musst alle Leute, die du jemals irgendwo getroffen hast, deswegen ansprechen, damit die sagen, keine Ahnung, und damit du dann irgendwie was weitermachen kannst. Aber hier am Anfang hat man tatsächlich viele Möglichkeiten, was man machen kann. Einfach rumschauen, Shit einsammeln, blablabla. Ganze. Ganze. Diese Tür führt nirgendwo hin. Dahinter befindet sich das unterste Geflos des Eichnossflügels. Der Eingang ist seit Jahren zugemauert. Glückwunsch an alle von euch. Boogie. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Boogie. Ey, Dankeschön. Raphael. Das ist doch hier ein Geschenk für euch und nicht für uns. Das ist ein Weihnachtstream für euch. Aber wir danken euch von Herzen. Dankeschön. Ihr seid so lieb. Ich würde gerne allen Leuten hier Glückwunsch sagen, aber ich glaube, es dauert ein bisschen. Ich würde auch fragen, aber es kann keiner bekommen, weil ich ein Branded-Konto habe. Stimmt. So ein Unsinn. Da kann man kein Membership geschenkt bekommen. Also nicht, dass ich ein Membership geschenk. Hier hinterlegt Bates unsere Post. Im Moment ist keine Post da. Das ist keine Post da, aber es ist ein Unsinn. Ihr seid so krass. Dankeschön. Ich bin so gut, dass nach Lander alles durchgeht. Ich werde sie jetzt nicht stören. Kommt, Sky. Okay, Victoria sollen wir nicht stören. Ich will das, Sky. Ich komme später wieder. Lucifer. Ich will das, Sky. Ich glaube, im Laufe des Abends bekommt es Sky noch. War hier nicht das scheiß Bonbon drin? Frische Äpfel und ein paar Bonbons. Sehr wichtig. Mandelbonbons aus der fernen Schweiz. Meine Lieblingsbonbons. Wenn man das nicht mitnimmt, kann man später nicht weiterspielen. Unironisch. Ja. Die ist da nicht mal selbst. Die gibt er weg. No, ja, nee. Nicht Sky. Ich wollte, dass du ein Membership bekommst. Was ist mit mir? Statue. Eine kleine Buddha-Statue aus Elfenbein. Victoria sammelt so etwas. Victoria sammelt so etwas. Ja. Und Sky war einfach immer dabei. Jeden Boss hat Sky mit mir gekennzeichnet. Da können wir nochmal erwähnen. Wir haben eine komplette FromSoft-Tierlist mit allen Bossen aus allen Spielen gemacht, die wie acht Stunden oder sowas geht. Ihr könnt ihr gerne auf Jolies Kanal nachschauen. Dann haben wir einen kompletten Stream, alle Gegner, Areas und NPCs aus Dark Souls 1 gerankt. Und einen, wo wir alle Gegner, Areas und NPCs aus Dark Souls 3 nochmal gerankt haben. Und die Spiele gestreamt. Dark Souls 1 und 3. Ja, 1 und 3 komplett gestreamt. Falls irgendwer hier FromSoft-Fan ist. Ich habe die Stunden geht, die Boss-Tierlist. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben Dark Souls 2 relativ ausgemessen. Leider. Ich hätte es gern gemacht, aber... Ich mag Dark Souls 2 nicht. Ich mag nur die Rotze. Kennt ihr diese 50 Ratten in einem Raum und die mit dem Erokesen ist der Boss? Das ist der einzige gute Boss. Klasse, Boss. Früher saß ich beim Essen mit der Familie auf diesem Stuhl. Okay, Samuel. Danke. Eine Uhr. Wichtig. Ja, vielen Dank, Nini. Scheint nicht zu funktionieren. Sie zeigt 7.30 Uhr an. Ich glaube, das ist schon das fünfte Mal oder sowas. Das 50 Memberships von Nini kam. Das ist komplett insane. Äh... Hier ist nichts mehr drin. Nini ist der Goat. Selbst wenn wir wissen, wo die Gegendestellen sind, die man mitnehmen muss. Ich glaube, wir müssen die interagierbaren Sachen trotzdem alle anklicken. Sonst können wir manchmal nicht weiter. Wir müssen Banks finden. Banks. Ich meine, das ist eine Küche. Oder im Flur. Ich glaube, der ist im Flur oder am Staubfisch. Stimmt. Du hast eine wichtige Sache. Der hat so einen schwarzen Reden. Ein schmutziger Kaffeebecher. Auf der Seite ist ein großes B. Vermutlich gehört der Bates. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Von hier brauche ich nichts. Kondel Dingle. Kein YouTuber so wie du. Bleib so wie du bist. Dankeschön. 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 Demon's Souls haben wir platiniert. Wir haben tatsächlich alle FromSoft Games, außer jetzt Armored Core, das habe ich noch nicht geholt, zweimal auf 100% gebracht. Auf Stream und auf PS5. Kompletten Unsinn. Zweimal alles fertig gemacht. Ja. Wir sind sehr fertig mit FromSoft. Wir haben alles gemacht. Ist das auch immer gerne auf diesem Stuhl. Die Dankeschön. Ich will, dass Spades zuliebe nicht durcheinander bringen. Aber wir haben vorher, wir haben immer alle Dark Souls 1 ist auf PC auf Platin. Und dann haben wir auf Playstation Dark Souls 1 und Remastered auf Platin. Und dann, er hatte Remastered. Dann haben wir Remastered geschenkt. Und dann die Quests und so habe ich gemacht. Aber am Ende ein paar Items. Da war gemoddet. Und sowas habe ich mir gedroppt. Fuck this shit. Also The Witcher mit Dark Souls 1 zweieinhalb Mal gemacht. Ne, du hast Dark Souls 3 aber noch nie. Ja, stimmt. Das haben wir nur auf Playstation. Der Esstisch der Dienerschaft. Na gut, ich habe es bei dir mitgemacht. Ja, aber trotzdem. Du hast ein paar Ringen einsam. Eine Gewürzmühle. Aber das mache ich dir nicht. Ja, irgendwann. Wenn du willst, die Ringe sammle ich. Ja. Die ist eher dekorativ. Sie funktioniert nicht. Ich glaube, die habe ich fertig. Auch das mit dem Rücken? Weiß ich nicht. Ne, der fehlt mir in der Ringen vorne, glaube ich. Hier bereitet Bates die Mahlzeiten zu. Er kocht sehr gut. Wenigstens hat es mir immer sehr geschmeckt. Ich bin kein sehr großer Elden Ring Fan. Ich muss im Moment nichts braten. Außerdem weiß Bates besser, wie man damit umgeht. Das hört nichts mehr. Schließt, es tut mir leid. Ich meine es nicht böse, aber schließt endlich. Am Boden ist etwas schmutziges Wasser. Vielleicht waren früher Blumen darin. Es wird auch kein 60 FPS gehen. Es wird nichts geben. Guck, wir haben einen Schlüssel klauen. Oder geht das noch nicht? Wahrscheinlich ist das der Kellerschlüssel. Ich lasse ihn hier. Ich glaube, Bates ist im Flur. Ja, ich brauche jetzt mit der Küche fertig. Aber wir wollen uns erst mal um. So, da draußen können wir auch noch. Dean, danke schön. Danke schön, danke schön. Gut, wir machen das erstmal im Schloss, bevor wir rausgehen. Der geht jetzt raus, sonst ist, glaube ich, nichts mehr da. Willst du im Knobloch irgendwas sagen? Die Zelda Blackface habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, teilweise sehr, sehr gut. Ich komme auf die Folgen an. Ja, stimmt. Die beiden Gründer von Black Mirror. Marcus Gordon, der Jüngere der beiden Brüder, die unsere Familie gegründet. Das ist die coole Musik. Wenn du mit deinem Bruder gehen, kommt die gruselige Musik. Oh, das Bild hat mir so Angst gemacht als Kind. Moment. Bitteschön, Lieben. Dafür streamen wir ab. 8% und 20% Trash. Leute, erschreckt euch nicht so sehr. Ich mit 8 Jahren fand das sehr gruselig. Passt auf, passt auf. Mordred Gordon, das unbarmherzige Oberhaupt unserer Familie im finsteren Mittelalter. Seine Herrschaft wurde 1213 von seinem eigenen Bruder Marcus beendet. Mit der Menümusik dazu. Ich war komplett überzeugt, wenn ich das Bild lang genug anschaue, wenn mich immer die Hunde jumpscauen oder so. Ich fand die Hunde auch sehr gruselig hier drauf. Sehr gruselig. Ja, wo die Augen von denen. Super spooky. Nochmal, nochmal Dankeschön. Sag mal. Sag mal. Sag mal. So, hier ist Bates. Können wir vorhin noch irgendwas machen? Ich glaube, das Wappen anschauen. Unser Familienwappen. Ja, ja. Es ist seit dem Mittelalter das Symbol unseres Adels. Weißt du, warum man eine Familienwappen hat? Deswegen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Das ist süß, dass das Stream ist für euch ergriffig. Okay, irgendwie unangenehm hier. Siehst du das geil? Keine Albträume bekommen, bitte, ne? Die Puffermel. Ja, was? Ey, Puffermel sind aber süß. Puffermel. Ich finde Puffermel mittlerweile wieder süß. William hat oft hier gesessen und in der Zeitung gelesen, aber das ist schon sehr lange her. Auch in so mittelalterlichen Kleidern oder sowas. Ich so. So, hm, hm. Was staubt der da eigentlich ab den ganzen Tag? Hey, ich hab in der Sekunde an Glüthi gedacht, von Glüthi ist mein bester Playstation Volk, weil Glüthi immer, ich hab so ein Oberteil manchmal an, was so ein Puffermel hat. Und Glüthi findet richtig sehr... Das Feuer muss das ganze Jahr über brennen, sonst wird es hier sehr kalt. Ich denke an, ich muss Anfang 2022, hab ich die gefunden, bestimmt 50 Videos mit denen nachgeholt. Das freut mich. Danke dafür, drück Jodie doch mal von mir. Süß. Ich drücke dich zurück. Dankeschön. Dankeschön. Albträume von einem schweren Geldbeutel immer, ja? Hier, nochmal. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin, okay Samuel. Ich hab gern einen schweren Geldbeutel. Da ist ziemlich viel Geld drin. Geldbeutel ist auch so ein Wort. Geldbeutel. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Die behalte ich lieber. Du musst dafür Geld ausgeben, du kaufst das, damit du da Geld reintun kannst. So, was? Why? Wenn du nicht tausend Karten mit dir rumträgst, ist eigentlich scheißegal. Findest du so Leute mit so einem Geldbeutel? Boah. Wo jeder zweite YouTuber Werbung für macht. Ich hab lange ja in der Bar gearbeitet und da waren oft so Leute mit dem Geld... Oh, cool. Ach, Klipp, ich dachte, du meinst diese... Ne, so geht Klipp vor allem, wenn du scheitest. Und Leute, ich hab nie von jemandem verlangt, dass er mir Trinkgeld gibt. Aber es sind ja meistens die Leute, die bestellen bei dir, keine Ahnung, für ihre kompletten Freunde und geben den aus. Und du machst 20 Minuten, bereitest du dir einen Cocktails vor. Da holen die einen Geldclip raus mit irgendwie 20 Hunderter Scheinen drin. So, deren Bestellung kostet 75 Euro, die geben 0 Euro Trinkgeld. Und ich dachte so, ah. So, die runden auf 76 hoch. Ja, während die letztlich so 10 Hunderter Scheine da drin haben. Und ich denke so, es wird jetzt echt nicht wehtun, mir einen Fünfer davon zu geben. Dafür, dass ich jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten gleich scheißgemixt habe. Nächstes Mal mach ich dir mehr Eis als alle anderen. Entschuldigung. Oh, danke, Nini, nochmal, ey. Du, die sagst doch... Vielen, 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 vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Warum klingen gefühlt nur 70 Prozent? Weil es die deutsche Synchronstimme von einem bekannten Schauspieler ist, den du vielleicht kennst. Aber zu der Zeit hat er viele gemacht, ja, viele holen. Ey, Dankeschön. Ihr seid insane. So. Moment, ich glaube, Srea hat einen bekommen, ne? Sky! Sky! Einige Leute haben einen bekommen. Oh, Dankeschön. Okay, so. Wir müssen uns um Bates kümmern, glaube ich. Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir. Wir haben Ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben, wie damals, als Sie weggingen. Sehr schön. Danke. Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Das wird nicht nötig sein. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke. Ich komme zu den Synchronstimmen von allen Charakteren. Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Toll. So. Brauchen wir sonst noch etwas? Brauchen einiges. Fangen wir an mit dem Bild. Kennst du den? Sehen Sie sich dieses Foto an. Kennen Sie diesen Mann? Hm. Er kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe allerdings kein gutes Gedächtnis für Gesichter. Tut mir leid, Sir. Komm, wir fragen Bates über Bates. Geht's Ihnen ganz bestimmt gut, Bates? Sie wissen, dass Sie sich jederzeit ausruhen können. Danke, Sir. Ich glaube, es wird schon. Ja gut. Ich sagte vorhin ne meins mit so einem Geldclip. Wer von euch kennt diese beschissenen, komischen, neumodischen Product Placements? Portemonnaies, die für die manche YouTuber werben. Nee, ich meine, warte. Das sind so kleine schwarze Metalldinger, wo man einfach Scheine und was reinsteckt. Ja, ja, sowas. Das ist ein Geldclip. So ein Clip halt, wo du die Scheine reinklipst. Warte mal. Ne, ne, ich meine wirklich, das sind so Metallportemonnaies quasi. Die machen ganz viele YouTuber-Werbung für die, die sind ganz schön. Hey, hier. Hm. Wie ist das? Ne, ne, ich meine, ähm. Ja, ne, jetzt will ich Ihnen das überlegen. Hallo. Hat irgendwer im Chat. So was. Ne, ne, ich meine, ja, ja. Liegt man das? Nein, das ist nicht gekuppelt, oder? Scheiße. Willst du euch doch mal zeigen? Ne, keine Chance. Ja, das ist einfach so, ja, eine Klammer. Aber so einfach, ja, so Metallklammern, wo man dann die Scheine so reinsteckt. Ja, diese Plastikdinger. Wer irgendwer den Namen weiß, kannst du gleich mal googeln. Aber es gibt so ganz komische. Ja, genau. So ganz komische Dinger. Die sind aus Metall und ganz eng. Die sind aus wie so Zigaretten-Equip. Ja. Die heißen, ich weiß nicht wie. Entschuldige, ich küsse dein Herz, bester Mensch ever. Ich küsse dein Herz auch. Ich küsse deine Augen, dein Herz, alles, was du geküsst haben willst. So, zuerst mal hier der faule Arsch und so scheiß Kamin. Können Sie bitte den Kamin in meinem Ritz? Kann sein, ja. Es ist recht kalt dort. Oh. Entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir. Das hatte ich völlig vergessen. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte. Ja. Es stand über zwölf Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Man muss doch sehen, wie viel Geld wir haben. Ja. Gern geschehen, Sir. Dann lieber einfach in der Tasche und dann irgendwie rausholen. Ja. Als irgendwie ein Geldkipp. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Ach, der Dachbodenschlüssel, nicht der Kellerschlüssel. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Das lustige Sau, ich habe nie Bargeld dabei. Also eigentlich ist mein klobiges Portemonnaie useless, aber es ist halt hübsch. Für die Karten reicht es. Sehr gut. Das letzte von mir heute rubt ihr auch, bester Mensch. Dankeschön. Dankeschön. Du bist so lieb. Du bist so süß. Ja, ich habe auch so ein richtig abgeranztes, altes Lederportemonnaie, wo das wirklich mittlerweile so fett ist, weil ich alle Münzen da reinquetsche und sowas. Ich habe so ein normales. Ich habe immer ein bisschen Bargeld dabei. Also ich versuche immer so ein bisschen Bargeld dabei zu haben, weil ich bin Raucher und man kann auch überall mit Kaffee zahlen, dass ich was da hinten brauche. Ich habe den Eindruck, dass sich hier seit meinen Weckern nichts verändert hat. So viele Jahre sind vergangen, aber es kommt mir vor, als wäre es erst einen Monat her. Die gleiche Landschaft, das gleiche Wetter, als ob die Zeit an diesem Ort stehen. Ich habe die Baguette gehört. So, in Ihrer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Glauben Sie mir, nichts ist so, wie es war. Hat Robert auch was anderes gesagt? Wir alle werden alt und alles um uns herum ebenfalls. Ich bin seit meiner Jugend hier im Dienst und ich weiß sehr gut, wie man sich durch diesen Ort verändert. Während der letzten Monate ist es Tag für Tag schlimmer geworden. Es war, als ob das Dunkel in den alten Mauern dieses Schlosses allmählich von uns Besitz ergreifen würde. Vielleicht haben Sie recht. Auch ich fühle mich nicht gerade wohl innerhalb dieser Mauern. Sie wecken in mir Erinnerungen, die ich lieber vergessen wollte. Sie haben etwas seltsames und finsteres an sich. Weihnachten ist das Schlagverbot. Und diese trostlose Stille. So, können wir fragen, dass wir mal eine Speichel haben. Ich habe Robert getraut im Spiel nicht. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das liegt vermutlich an seinen Verpflichtungen in Ashbury. In letzter Zeit kommt er mir oft erschöpft vor. Er verbringt immer mehr Zeit mit seiner Arbeit. Oft bleibt er sogar über Nacht dort. Wenn er abends heimkommt, sperrt er sich in sein Arbeitszimmer ein und arbeitet bis spät in die Nacht. Was der wohl macht? Er lässt nicht einmal mich herein. Der Robert. Vermutlich will er einfach nicht gestört werden. Vielleicht. Ist Johnny... Aber das hat er früher nicht getan. Hm. Ich spreche nochmal mit ihm. In Ordnung ist er. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Putin kann sehr gut Deutsch reden. Der kann flüssig Deutsch reden. Ich weiß, Dicaprio kann ein bisschen Deutsch. Ich habe seine Oma aus Deutschland oder so. Was ich gerade noch sagen wollte, zum Portemonnaie, wenn man wie ich immer zu 30 Euro Bargeld hat, ihr müsst einfach die ganze Zeit mit Karte bezahlen, dann denkt ihr habt kein Geld ausgegeben. Das wäre mir. Dann denkt ihr, dass ihr spart, weil ihr die ganze Zeit 30 Euro trotzdem mit dem Portemonnaie habt. Hast ihr? So mache ich das immer. So rechtfertige ich meine Kolse. Wir müssen ja den Schlüssel gleich nehmen. Wir gehen vorher mal in die Bibliothek rein. Das ist der Synchronsprecher von so wieder. Johannes Depp. Ist für Buffman's Fluch vielleicht auch eher dabei? Ich weiß nicht. Vielleicht hat der Schauspieler damals auch Bock gehabt, irgendwie Polenklick-Sachen zu synchronisieren. Ja. Weiß ich nicht. So, hier ist der Hausdoktor. Quatsche mit dem Mann. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Kein Stress, Herrmann. Der raucht passiv mit mir. Ja, aber selber nicht. Ja, in Ordnung. Okay, Herrmann. Ich habe da eine Frage. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Er sieht aus wie jemand, an den ich mich erinnern würde, wenn ich ihn gesehen hätte. Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja, das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gorben? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Was war denn denn dann? Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Hm. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen. Was für Verbrennungen? Das ist so deutsch, oder? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Das ist nicht Heinz Hermann? Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich habe jetzt den Nachnamen. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Ach so. Kommen Sie morgen wieder. Dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Hermann weiß etwas Wichtiges. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Vielleicht sprechen die Sachen ja englisch aus, weil die Deutschen nicht können. Ich glaube, das würde passen. Das ist nur er, wer, Deutscher. Heute, bei so Aussprache, ich habe einmal, das muss ich euch erzählen, mir ging die Haare in den Nacken hoch. Ich habe mit einem Kumpel aus den USA über Playstation Party geredet und wir haben über Blattborn berichtet und der hat am Stelle Ludwig, Ludwig. Da ist mir alles aus dem Gesicht gekippt. Wirklich. Hört mir auf. Hört mir auf damit. Ludwig. Nee. Bücher. Viele Bücher für lange Abende. Ich habe im Moment keine Zeit daran zu lesen. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist eine Lexikonreihe. Eins bis vierzehn. Ich finde da möglich. Das sind die gleichen Bücher. Ja, ich finde die langsame Animationen und Pausen zwischen den ganzen Sachen machen es noch besser. Dieser Bücherschrank ist voller alter, staubiger Bücher. Oh. Ich glaube, nicht eines davon würde mich interessieren. Ach so. Wenn du wo hinläufst, meinst du? Ja. Ich finde, das gehört hier dazu. Hier muss man alles langsam machen. Bild. Jeremy Gordon, Williams Vater. Schriftstücke. Alte Bücher und Dokumente. Wahrscheinlich sind sie von dem Haufen auf dem Stuhl heruntergefallen. Also falls jemand von euch selber spielen will, ich empfehle sehr die deutsche Synchron. Die ist wesentlich besser als die englische. Ich meine, die Spiele sind auch immer relativ günstig auf Steam. Ich glaube, die sind sogar gerade im Angebot. Für drei Euro oder sowas bekommt ihr jeweils einen Teil. Jeder Teil geht zehn bis 15 Stunden, wenn ihr nicht alles noch recht gut wisst. Das sind wir noch. Alte Karte. Eine von Hand gezeichnete Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert. Schön. Oh nein, der Globus. Hier scheint etwas zu fehlen. Oh, das ist ein brutales Rätsel. Das können wir jetzt noch nicht machen, aber wenn wir später da sind... Das ist 2003 ohne Internet. Viel Spaß. Literarische Werke, Renaissance, darunter sind viele große Bücher. Vielleicht lese ich später darin, wenn ich Zeit und Muße habe. Bei Point-and-Click-Games oft will die einfach hier einen größeren Markt hatten, aber sonst meistens eher nicht. Meistens eher das Gegenteil, finde ich. Ich finde, es kommt auf die Sprache hin. Wenn das Spiel nicht Englisch ist, also die Hauptsprache, wenn man das in irgendeinem anderen Land kommt, dann ist, finde ich, meistens die deutsche Synchro am besten. Darüber auch immer. Ich finde, dann ist Englisch auch klug. Ich weiß nicht. Kommt darauf an, ob die Entwickler zusammen mit den englischen Leuten zusammengearbeitet haben oder ob es einfach random übersetzt wurde. Irgendwelche japanische Spiele oder sowas sind oft auf Englisch ziemlich kacke. Ja, ich finde halt Spiele, die nicht original auf Englisch sind, da ist auch die deutsche Synchro besser als die englische. Oder manchmal lieber einfach die Originalsprache mit Untertitel. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, und der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme. Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss. In diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror. Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich. Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. In diesem Punkt jedoch meinte, ist das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauer nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer. Bei dem Brand starb Garmor Gordon im Alter von 45 Jahren. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben, in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmor Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Gerald Morgan Gordon im Jahre des Herrn 1632. So. Seite 2. Nein, Spaß. Und wer noch was? Ist das altdeutsch, oder war das old english, die Schrift? Tisch. Ich finde es einmal aus wie altdeutsch. Williams schreibt Tisch. Er verbrachte früher unzählige Stunden davor. Jetzt nicht mehr. Noch mehr Bücher. Er ist kein Fan. Warum ist eigentlich hier schon wieder ein Totenkopf in der Ecke? Ich habe viele Toten. Ja. Die liegen erst mal wieder. Ja, ist deren Ding. Es ist sinnlos, diese Bücher durchzublättern. Keines davon kann mir sagen, was passiert ist. Umblättern geht nicht, war ein Witz. Das war einfach nur der Zurück-Button. Er will da automatisch übergehen. Die Statue hält etwas Seltsames in der Hand. Es scheint eine Art Schlüssel zu sein. Oder ein Amulett. Da können wir nicht nehmen. Gute Besserung wieder so. Gute Besserung. No. Ist doch komfy Weihnachten hier, finde ich. So, war Ihnen noch irgendwas? Ich habe ein Buch, kann man sonst nichts machen. Das lesen wir sonst noch wieder vor. No. Oh, die beiden Süßes schlafen hier auf dem Sessel. Ah, hier irgendwas? Nee, nee, nee. So, ich meine, hier war... Guck mal näher ran. Gab es überhaupt den Stammbaum im ersten Teil, oder war das später, wenn man zurückkommt? Man kann auch später. Ne, im zweiten gibt es den auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, ob der hier überhaupt war. Wir gucken gleich mal. Vielleicht können wir auf die andere Seite noch gehen. Es ist voller Dokumente und alter Schriftrollen. Ich sehe nichts Interessantes. Ich glaube Onkel. Aber guck mal. Großonkel, was auch immer. Ist das der Abschnitt? Ja. Vorderabschnitt. Was auf dem Boden? Nee. Bis später, Sky. Bye-bye. Gehen wir hier zur Seite? Nee, ich glaube, wir können ihn gar nicht angucken. Mr. Heinz Hermann ist ja beschäftigt drum. Was macht der da überhaupt? Bücherblätter. Na gut, so. Wir können den Schlüssel schnappen. Wir sind die Urgroßeltern. Urgroßeltern. William und Victoria sind die Urgroßeltern von Sally. Sally und Sally sind Granville und Elisa, weil die weiß man nicht ganz gar nichts. Und dann kommt später... Aber der ist irgendwie... Irgendwie alles verband. Er scheint seit Jahren nicht bewegt worden zu sein. William ist der Urgroßvater. Ach stimmt, das war der Mann von... Ja, doch. William und Victoria sind seine Urgroßeltern. Und Robert ist sein... ...Onkel. Okay. Ja, sein Onkel. Robert ist sein Onkel. So, können wir Bates was Neues sagen? Vielleicht wegen Hermann oder so? Brauchen Sie etwas, Sir? Hm, nein. Eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Wie denn, der steht da immer noch? Vielleicht war er zwischendrin mal oben. Während wir irgendwelche Bücher gelesen haben. Ich glaube nicht. Und jetzt was macht er? Jussef. Gut, Mann. Der Grundstein des ursprünglichen Schlosses, den Marcus und Mordred im Jahre 1206 gemeinsam legten. Er besteht aus einem seltsamen Gestein, das eine ungewöhnliche Kraft ausstrahlt, wie William es ausdrücken würde. In seiner Nähe spürt man die Atmosphäre längst vergangener Jahrhunderte. Der mysteriöse Monolith. Auf der Marmortafel stehen die Namen aller Lords unserer Familie, die hier gelebt haben. Siehs. Ja, ne? Ist das weihnachtlich. So, dann, äh, in die Küche. Wir schnappen uns den Schlüssel. Sollen wir jetzt mal in den Garten gehen gleich? Der war mal da hinten, ne? Ne, der war noch gar nicht. Klauen wir mal einen Baitschlüssel. Der meint ja, ist in Ordnung. Sollen wir zurücklegen? Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Mach das mal. Ich haue uns mal den Garten an, oder? Und reden mit den neuen Bediensteten. Stimmt, wir haben einen Stallknecht und einen neuen Garten. Stallknecht. Das ist ein niedriger Volk. Ja. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ich finde, da muss er sich immer wieder daran erinnern. Ist wichtig. Einer von mehreren großen Steinen im Gaben. Bitte schön. Niemand weiß, woher sie stammen. Nimm ich da. Ich bin auf den Baum. Der muss Jahrhunderte alt sein. Der Anblick ruft ein merkwürdiges Gefühl in mir hervor. Ubi-Stretcher. Pabellon. Darin habe ich gespielt, als ich klein war. Damals war er nicht so verdreckt. Das hier ist sehr, sehr, sehr cool. Das ist ein richtiges Horror-Pointen-Klick. Ja. Mit sehr, sehr entspannender und komfy Atmosphäre. Äh, hier war nichts. Da war er hinterher Garten. Oh nein. Oh nein. Da sehen wir vielleicht, wo er runtergesprungen ist. Oh jei. Scheiße. Nee, noch nicht. Der Horror. Der Horror. Tschüsschen. Tschüsschen. Der ungefallene Baum blockiert den Weg. Man kommt nicht dran. Es ist schade, dass der Garten so überwuchert ist. Ja, da sollte sich mal jemand drum kümmern. Um den Garten. Das Wasser war früher kristallklar. Ich werde Henry bitten, es sauber zu machen. So schmutzig darf es nicht bleiben. Besser so. Das ist auch so. Kodiert das rein. Warum geht das Spiel? Bis jetzt noch nicht viel passiert. Die grobe Story ist bis jetzt, dass der Typ hier, das sind wir, ähm, zwölf Jahre lang in seinem riesigen Schloss hier, wo er damals gewohnt hat, abgehauen ist. Bis jetzt wissen wir noch nicht ganz, wieso. Wir wissen nur, dass, ähm, seine Frau damals gestorben ist. Seitdem wollte er nicht mehr da wohnen. Und jetzt ist sein Urgroßvater, durch ganz mysteriöse Weise, aus seinem großen Turm gesprungen und gestorben. Deswegen ist er jetzt gerade für die Beerdigung und für die Familie zurückgekommen. Wir sind gerade erst hier nach Hause gekommen. Wir beide haben das Spiel schon mehrmals gespielt, aber es ist super entspannt. Das Ding ist das, das Weihnachtsspiel für heute. Ist das ein kleines Schloss? Okay. Moment, kleiner. So. Das. Bye, bye. Hier sonst noch nicht viel passiert, ne? Wir schauen uns einfach gerade friedlich um. Ja. Das Wasser war früher kristallklar. Das Wasser war... Ja, greif mal rein. Geht das nicht? Das Wasser war früher kristallklar. Wir müssen doch erst das Wasser abziehen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Zum Stall. Nöt' noch was? Esszimmer? Nee, da kam ich schon. Vielleicht. Ich hab' da war 90, Ende 90 irgendwas, ne? Ja? Ich mein' wie altes Samuel? 30? Nee. Ende 30? Ja, doch kommt hin. Ja, wenn alle irgendwie 20 oder so Kinder bekommen haben, so. Ja, es passt. Ja. Hast du ein Hüngerchen? Der hört? Boah. Gibt es Geheimgänge im Schloss? Der hintere Weg ist völlig überwuchert. Obwohl, doch. Ich kann ihn nur von der anderen Seite erreichen. Na ja. Ja, auch vor Weihnachten. Bäume. Das sagt er wohl zu Bäumen. Hier wuchsen die schönsten Ziersträucher und Bäume. Victoria hat sie so geliebt. Und das ist alles, was davon übrig geblieben ist. Die Kraft der Familie muss dabei behalten werden. Um gegen die anderen Familien ankämpfen zu können. Ja, das ist wichtig. Keine Ungewöhnung. Und vor allem das, dass er jetzt nicht so verwunderlich ist, dass man sehr früh Kinder mit Konzept beheiratet und so. Ja. Und auch noch Ober-Omas, Ober-Opa-Send. Was macht uns zu kommen? Und der liegt auch. Oh, der schlummelt. Ja. Die Kralle leer auszufallen. Das ist ein schöner Ausblick. Hey, das ist ein Thumbnail. Ich weiß nicht, ob genau zu der Tageszeit... Ich glaube, das Thumbnail war mit Regen, ne? Ja. Ich hab den Film noch nicht geguckt, aber mach. Ich auch noch nicht. Nee, nee. Ich dachte, du hast ihn noch zu gucken. Nee, nee. Immer noch nicht. Muss ich immer noch unbedingt. Hallo. Alles zurück, was ich will. So, erst mal zum Haupttor oder zum Haupteingang? Zum Haupttor. Na gut. Oh, da können wir Henry anschreien, ne? Der Gärtner. Ja. Und es war bestimmt der Gärtner. Es ist immer der Gärtner. Ja. Der Rauch von dem Laub riecht gut. So, Henry. Hier. Da ist ziemlich viel Geld drin. Um Demnanz zu beweisen. Jetzt reden wir mit dem... Mit dem Gärtner. Guten Morgen, Sir. Mein Name ist Henry. Ich kümmere mich um den Garten. Es ist kein leichter Job. Ich habe niemanden, der mir hilft. Aber wahrscheinlich wollten Sie mit mir über etwas anderes sprechen, Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Henry, erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Haben Sie ihn je gesehen? Ich sehe gerade einen Herbst geblockt. Nein, Sir. Ich glaube nicht. Hier habe ich nicht mehr geblockt. Wer ist das? Sollte ich ihn kennen? Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie ihm je begegnet sind. Tut mir leid, Sir. So, reden wir mal über den Springbrunnen. Das geht ja gar nicht um Zustände. Warum pflegt hier niemand den hinteren Garten? Ich weiß nicht, Sir. Vermutlich, weil niemand mehr dorthin geht. Und was ist mit dem Springbrunnen? Früher waren da Fische drin. Henry zeigt seinen Charakter. Ich habe kein Problem mit dem hinteren Garten als solchen, aber ich möchte, dass Sie den Springbrunnen reinigen. Aber Sir, ist das nicht ziemlich zwecklos? Ich meine, von draußen kann man ihn nicht mal sehen. Das bedeutet eine Menge sinnlose Arbeit. Entweder Sie haben ihn bis morgen gereinigt oder Sie können sich einen neuen Job suchen. Wie Sie wünschen, Sir. So, nochmal vor seinen Augen gleich noch das Geld draus holen. Sagen Sie, Henry, wie kamen Sie mit Sir William zurecht? Ich kannte ihn nicht richtig, Sir. Ich habe ihn kaum gesehen. Sie haben jeden Tag hier gearbeitet und ihn trotzdem kaum gesehen? Nun sehen Sie, Sir William ging nicht sehr oft in den Garten. Und ich bekomme meine Anweisung nur von Madame Victoria. Bates durfte als einziger sein Arbeitszimmer betreten. Er hat sonst niemanden reingelassen. Können Sie mir sonst noch irgendetwas über ihn sagen? Ich möchte es Ihnen eigentlich nicht so gern sagen. Was denn? Naja, wie soll ich sagen, alle hielten ihn für ein bisschen verrückt, wenn Sie wissen, was ich meine. Reden Sie weiter. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, Sir. Fragen Sie bitte jemand anderen. Was meint er damit? Warum sollte man William für verrückt halten? Das spielt wirklich eine beeindruckende Qualität. Wie lange arbeiten Sie hier, Henry? Etwa ein Jahr, Sir. Der Garten kommt mir etwas vernachlässigt vor. Früher stand hier alles in Blüte, aber jetzt... Ich tue mein Bestes, Sir. Aber alleine schaffe ich nicht alles. Dieser Garten macht eine Menge Arbeit, Sir. Ich will Sie nicht länger stören. Am besten nach jedem Dialog, ey. Speichern. Aber es gibt später eine Stelle, wenn man da nicht richtig speichert. Können alle schief laufen. So... So... So ein Gewächshaus. Oje... Da ist er! Da ist er! Moin Moin! Sie sind voller Laub. Henry hat alle Hände voll zu tun mit der Pflege des Gartens. Ich habe eine Springhund und kümmern sich ja trotzdem nicht anscheinend. Dieses ganze Laub wird irgendwann verbrannt. Ja. Ne, ne, ne. Nicht wieder rein. Das sieht aus wie... Blut. Aber wie ist das möglich? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das Wind. Da kommen wir noch nicht rein. Und wir drücken trotzdem mal drauf. Rekker weg. Die Tür ist abgeschlossen. Service. Henry, da müssen wir drüber reden. Da müssen wir drüber reden. Ja, es gaben Members, Joshua. Das ist gepasst. Ne, toll. Henry? Henry? Ja? Oh, zwei Sachen. Erst mal hier. Henry, in dem Häcksler vor dem Treibhaus ist Blut. Wo kommt es her? Aber das ist unmöglich, Sir. Ich habe ihn nur mit Ästen gefüttert. Sind Sie ganz sicher? Hm. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es mir wohl eingebildet. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Wer weiß, was ich gesehen habe. Henry, ich war am Gewächshaus. Es ist abgeschlossen. Warum? Ich schließe es tagsüber ab. Nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen? Ich will nicht, dass jemand rein spaziert und in meinen Sachen rumschnüffelt. Warum denn das? Laufen denn Fremde hier herum? Nein, Sir, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Morris ein paar Mal da gesehen und er hat dort nichts zu suchen. Gewächshaus und Garten sind meine Aufgabe. Ich schließe aus Gewohnheit ab, um sicher zu gehen, dass nichts verloren geht. Aber wenn Sie sich umsehen wollen, Sir, mache ich auf. Nein, nein, ich wollte nur wissen, warum es abgeschlossen ist. Wonach könnte Morris im Gewächshaus suchen? Hm. Ich will sie nicht länger stören. Mach den scheiß Boden. Erstmal nachgucken hier. Weil wir haben da doch was gesehen, Don. Kann nicht sein. Hier ist nichts. Ich könnte schwören, ich habe Blut gesehen. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Zum Glück haben wir die mitgenommen. Na gut. Seltsam, seltsam. Was hast du denn mit dem Schlüssel gemeint? Wir haben die noch nicht geholt, ne? Wir wollen noch nicht reinschauen. Die Tür ist abgeschlossen. Das ist Dachboden. Ja. Können wir einmal vorher zu Morris und den fragen, was er von ihm hält. Guck mal. Haben wir den auch mal kennengelernt? Ja, genau. Hab hier, kurz Hauptrolle, bis wir schon mal hier sind. Da ist es eh nicht viel. Schauen wir mal nach. Eichhörnchen ist reingesprungen. Ja. Und danach wieder sauber gemacht. Können Sie den Briefkasten? Ja, ich gucke. Ich würde zu gerne wissen, woher diese Steine stammen. Briefkasten. Hier wird unsere Post eingeworfen. Jedenfalls war es früher so. Er ist leer. Na gut. Keine Post. Er ist leer. Sehr gut. Sehr gut. So, soll ich die zu Morris bringen und dann mache ich die einen Tost? Ich kann mir auch tun. Gut. Muss du dir checken. Das Wallstick ist auf eine seltsame Art sehr unterhaltsam. Ich finde das sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr qualitativ hochwertig hier. Ah, nee, da ist Zeppel. Machst du den Tost? Ja. Moment, ich drifte nach hinten. Ich habe einen Snack vor. Kann ich euch auch was bringen? Ja. Was willst du auch was? Ich mache mich selber in den Post. Okay. Du musst ja hier alleine mit. Oh Gott, Leute, das wird auch was. Das wird unangenehm. Mach doch mal das Geld. Ich habe den Drang zu gehen. Ja? Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ich wünsche mir jedes Mal für irgendwelchen Scheiß-Bediensteten machen, damit die wissen, wo hier der Mann im Haus ist. Wir sind heute angekommen und machen direkt hier den großen Macker. So ist das richtig. Zum Stall. Der Gärtner hat zu viel mit den Leichen zu tun. Ja. Ach, das Writing. Ja, das Writing ist sehr ruhig und sehr entspannt. Das ist auf jeden Fall kein Spiel, was man irgendwie spielen darf, wenn man irgendwie Zeitdruck hat oder irgendwie für ein, zwei Stunden irgendwie schnell was spielen will. Das spielt man dann den ganzen Tag wahrscheinlich und sehr entspannt. So an einem regnerischen Tag oder sowas mit dem Kakao. Weltklasse. Ich bringe mich auch toast. Sehr gut. Leute, hier. Dies ist die Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Ich will nicht wissen, wie brutal der da draufgefallen ist, dass sie so Zacken ihn nicht aufgespiegst haben, sondern einfach alle umgeknickt sind. Jesus. So, ihr seht hier. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber hier ist eine kleine rote Markierung. Die ist später wichtig. Die ist sehr wichtig. Okay, sonst gehen wir jetzt zum Stall. Da ist ziemlich viel Geld drin als Donation Alert. Das ist eine fantastische Idee. Ich glaube, das mache ich. Weltklasse-Idee. Er ist trocken. Daraus wurde schon lange kein Wasser mehr geholt. Moment. Da ist ziemlich viel Geld drin. Wundervoll. Mr. Morris. Komm her. Mein Name ist Samuel Gordon. Sie sind Morris, der Stallknecht. Nicht wahr? Ja, Sir. Ich weiß, wer Sie sind. Bates hat mir von Ihnen erzählt. Ich hoffe, gut ist es. Ich habe eine Frage an Sie, Morris. Oh, einige Fragen. Kennst du den Typen auch? Morris, sehen Sie hier. Kennen Sie diesen Mann? Ich glaube nicht. Den habe ich hier noch nie gesehen. Okay, danke. Der Gärtner. Wie ist der so? Säufer. Henry, ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir. Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betränkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da, starrt ins Leere und trinkt. Ist doch ziemlich seltsam, oder? In der Tat. Auf mich wirkt er nicht wie ein Säufer. Nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Die beiden mögen sich sehr. Morris, Sie wohnen gleich neben dem alten Flügel. Können Sie von Ihrem Zimmer aus den alten Turm sehen? Was meinen Sie damit? Ich gehe da nie hin. Wer hat Ihnen das erzählt? Das war dieser alte Säufer, oder? Es war nur eine Frage. Warum regen Sie sich so auf? Ich wusste, dass dieser Bastard über mich Tratsch verbreitet. Glauben Sie ihm bloß kein Wurzel? Wenn er besoffen ist, redet er Mist. Sicher. Aber Sie waren doch im alten Flügel, nicht wahr? Ja, aber nur aus Neugier. Ich habe doch keinen Grund dahin zu geben. Moment, ich mache gleich einen wundervollen Satz für dich. Was meinen Sie damit? Na ja, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. In diesen alten, klammen Mauern habe ich immer das Gefühl, als würde ich von etwas beobachtet werden, was älter ist als die Jahrhunderte. Und diese Stille. Es ist einfach unheimlich dort. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten muss. Warst du das? Ich sehe halt wirklich nicht, wer das war. Wir sehen nur den Namen, der da angezeigt wird. Wenn du das machst, dann bist du ein richtiger Meme-Lord. Dankeschön. Das Fantastische ist übrigens, ich meine, bis zum Ende des Spiels haben wir das Portemonnaie dabei. Und wir können immer wieder die Scheiße mit dem da jetzt ziemlich viel Geld drin machen. Morris, wie war Ihr Verhältnis zu Sir William? Na ja. Na ja. Wie das zwischen einem Stallknecht und einem Pferdebesitzer. Okay, schätze ich. In der ganzen Zeit, in der ich hier arbeite, hat er nur ein paar Sätze mit mir gesprochen. Ich meine, ich habe ihn nur selten gesehen. Ich verstehe. Ich glaube übrigens, ausnahmslos, jeder Charakter in dem Spiel ist stark geschrieben und ein stark gut gemachter Charakter. Jeder ist sympathisch, jeder hat überraschend viel Tiefe und jeder hat eigene Motivation und sowas. Was können Sie mir über Bates erzählen? 20 Charaktere oder sowas, aber alles ein guter. Was wollen Sie über ihn wissen? Nun, ich weiß es nicht genau. Er ist anders als früher. Mir kommt er so vor wie immer. Der gleiche alte, hochnäsige Trübsalbläser. Früher war er nicht so. Das ist möglich. Ich kenne ihn ja erst, seit ich hier arbeite. Wie lange arbeiten Sie denn hier? Fast fünf Jahre. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ne Morris? Es ist abgeschlossen, weil es so selten benutzt wird. Eine Sache, die ich an so Point-and-Click-Adventure-Games... Oben ist die bescheidene Wohnstätte des Stallknechts. Ich habe keinen Grund hinauf zu gehen. Ich weiß nicht, warum das ein Running-Gag in fast jedem Point-and-Click-Game ist, aber warum sind Protagonisten in allen Point-and-Click-Games immer die richtigen Pieces of Shits? Die machen immer... Die sind fast immer Soziopathen. Die machen Sachen, die anderen Leuten einfach unfassbar wehtun, bringen deren Leben in Gefahr, bringen Leute, manchmal sogar in manchen Spiel, einfach um und es juckt die nicht. Es ist... Ich lieb's. Ich glaube, mit unter die bösesten Charaktere hat man in irgendwelchen Point-and-Click-Adventure-Games, die haben einfach nie... auch nur das Geringste an Empathie. Pferdchen. Was haben wir alles? Das ist ein Lichtschalter, meine ich? Pferd. Tagsüber ist es hell genug hier drin. Na gut. Lass ihn trotzdem an, ne? Hoi. Ich möchte nicht schmutzig werden. Oh, ähm. Ihr wisst, warum, ne? Da ist ziemlich viel Geld drin. Weil Leute mit... Da ist ziemlich viel Geld drin. Fassen kein Heu an. Das ist... Das ist unter uns. Aber... Wir können direkt Morris anschnauzen, denn... Rotwein aus unserem Keller. Wie kommt die Flasche hierher? Hm. Ich werde Morris fragen, woher er sie hat. Aus unserem Keller. 1897. Aus unserem Keller. Der Stallknecht. Mit unserem Wein. Unverschämter. Leere Gläser und Farbeimer. Nichts Nützliches. Dankeschön. Dankeschön. Lieb von dir. Unser Wein. In seinem Stall. Wasser und Brot. Ich muss nichts reparieren. Ich muss nichts reparieren. In solchen Spielen haben die Entwickler auch sehr viel mehr Zeit für Charakterentwicklung. Ja, ne? Stimmt. Ich meine, es gibt ja quasi nur Charaktere und Dialog. Wenn die Dialoge nicht gut sind, dann fallen die Spiele auch schnell auseinander. Ich muss nichts reparieren. Willst du nicht vielleicht trotzdem mitnehmen? Ich muss nichts reparieren. Ne, gut, dann nicht. Nägel. Schrauben. Nichts, was ich gebrauchen kann. Okay, Hammer merken wir uns aber. Einmal. Er ist rostig und hat viele Löcher. Nicht mal das. Kriegt er hin. Genau wie in der Steinknecht und der Gärtner. Nutzlos. Das Wappen unserer Familie. Wir haben direkt unsere Augen geworfen. Wer hat's gemacht? Ganz klar. Sie wirkt stabil. Ah, ich flättere da nicht hoch. Da ist nur Heu für die Pferde. Und das ist Morris' Aufgabe. Ja. Da ist ziemlich viel Geld drin. Sie sollte repariert werden. Ja, wirklich. Sofort. Das ist wichtig. Wir brauchen die scheiß Kutsche. Oberste Priorität. Ich hoffe, wir können das sagen. Ne, wir können das doch ansprechen, dass der den Wein hat. Weil das gehört nicht in seine Hände. Morris. Morris. Morris, sie bittet dich. Wir haben ernstes Wörtchen zu reden. Morris, haben Sie einen Moment? Jesus Christ. Anonymous. Hi Rob, die eine kleine Spende von einem Treuen, aber der nichts tun, seit sieben Jahren guckt. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Holy shit. God damn it. Wir brauchen wirklich, da ist ziemlich viel Geld drin. Wir haben nur Hunderter Donation bekommen. Von wem? Du musst gleich, und Anonymous, wir wissen es nicht leider. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Die Person wollte es anscheinend nicht raus, oder falls es aus Versehen war, schreib es gerne gleich nochmal in den Chat oder so. Aber ey, vielen, 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 vielen Dank. Ich küsse deine Auge. So, Moment. Ich würde dir von mir Toaster geben. Ich kann die nicht spielen. Okay, wir sind durch. Dankeschön, Dankeschön. Ey, ihr seid Wahnsinn. Ich habe mein, mein, hier ist nur Wasser drin, I swear. Ja, kein Wodka. Purer Wodka. Pures Kraneberger ist so durch. Kraneberger, ja. Tim, Dankeschön. Du warst das. Dankeschön, Mann. Tim! Wahnsinn. Guck mal, wir können jetzt für dich extra den beschissenen Morris anschnauzen mit einer Flasche Wein aus unserem Keller. Mach damit, die Flasche, das Team. Ja. Mir ist aufgefallen, dass eine Flasche Wein auf ihrem Arbeitstisch im Stall steht. Wein? Manchmal genehmige ich mir einen Schluck, wenn es draußen kalt ist. Aber nie während der Arbeit. Nie während der Arbeit. Es ist eine Flasche unseres besten Rotweins. Wo haben Sie die her? Tja, ich... Morris. Sir William hat sie mir mal geschenkt. Nur diese eine Flasche. Tatsächlich? Ja, Sir. Na gut. Tim hat auch einen Brief, der hat einen Brief, das mit ziemlich viel Geld sind. Ich glaube nicht, dass William eine Flasche unseres besten Jahrgangs verschenkt hat. Nee. Morris muss sie sich auf andere Weise beschafft haben. Ich gehe dann jetzt. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, ja. Morris, wir haben dich im Auge. Henry auch, weil Henry ist ein fauler Wichser. Mhm. Der geht seiner Arbeit nicht nach. Und Morris ist ein Säufer. Nichts-Nutz. Ein Taugenichts. Und ein Untertan. Da ist ziemlich viel Geld drin. Und da ist ziemlich viel Geld drin. Weißt du, Morris? Okay. Ja, aber der Running geht. Ja. Wir müssen ihn ja auch roleplayen. Ich meine, wir wissen, wie er ist, deswegen können wir von Anfang an richtig reindrücken. Da hat jemand mutig Weihnachtsgeld bekommen. Eine soja ausgeliefert. Äh, ja. Mädchengeld? Ich habe noch nie Geld zu Weihnachten bekommen. Hm, doch. So von meiner Oma oder sowas. Nee, ich habe noch nie. Noch nie. Aber meine Familie hasst mich auch. Also ich habe nur noch. Guten Abend. Der Typ ist seit zwölf Jahren nicht da gewesen. Kritiziert alles und jeden. Misstraut alles und jeden. Herrlich. Ja, das ist der Typ. Der ist halt so. Tim! Tim! Hier nochmal. Ey, Moment. Da ist ziemlich viel Geld drin. Warte. Und? Eine gewöhnliche Metallmünze. Das mache ich immer, wenn jemand unter fünf steht. Eine gewöhnliche Metallmünze. Bitte, wenn jemand unter fünf spendet, machst du die Münze? Eine gewöhnliche Metallmünze. Das ist ziemlich viel Geld drin. Kannst du das bitte einfügen? Nein, nein, das stell mir vor. Ich will das auch auf meinem Channel haben. Ich will das auf meinem Channel. Das ist wirklich gut. Das müsst ihr machen. Eine gewöhnliche Metallmünze. Gut, wie erbärmlich er es auch sagt. Eine gewöhnliche Metallmünze. Oder da ist ziemlich viel Geld drin. Ja, ich will das als Erlöser. Das ist sein Geld übrigens. Das hat er selber verdient und nicht seine Familie eben irgendwie vererbt oder so. Durch harte Arbeit. Jo, Tim, what the fuck. Jo, Tim, what the fuck. Wo ist Henry hin? Fouler Wichser. Der arbeitet nicht. Tim ist der älter Sturm. Ja. Der ist nicht dein Ernst. Das gibt Ärger. Holz, das für den Häcksler bestimmt ist. Macht er überhaupt was? Ich hoffe, das war ein Brunnen. Eternal Darkness ist auch großartig. Sieht das so ähnlich aus in meinem Kopf bei Eternal Darkness? Viel moderner. Aber vielleicht nicht. Vielleicht ist es nur mein Kopf. Willst du den Tod? Ich mach mir gleich selbst ein. Ja? Du kannst ruhig essen. Ja. Schmeiß weg den Mist. Ich wollte nur freundlich sein. Der ist ruhig. Weil ich will der Aktien freuen. Nö, nee, aber. Ich sag, nee, aber. Wintergarten. So, ich glaub, sonst haben wir auch eigentlich... Ich glaub, wir müssen noch mit allen Leuten quatschen, weil wir mit anderen gequatscht haben, wie man es halt kennt, um zu spielen. Der kriegt im Garten. Boah. Der verliert... Ey, der ist ja hier nicht so ernst. Der ist ja nicht so ernst. Bei dem Wetter vor allem. Der ist deutsch auf jeden Fall. Ja. Wenn man dem Wetter kriegt, ist deutsch. Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Klamotten. Ehrlich gesagt, habe ich sehr viel geerbt letztens. Geerbt. Geerbt letztens. Aber gehen natürlich auch arbeiten. Glückwunsch. Freut mich für dich. Freut mich für dich. Oder tut mir leid für den Verlust, je nachdem. Weißt du nicht? Als Soulstream wäre richtig... Wir haben... Wir haben einfach auf meinem Channel, wir haben Dark Souls 1 und Dark Souls 3 4 Lists. Und 3 3 Souls Tier Lists. Wir haben irgendwie 20 Streams oder so Souls auf Jodie's Channel. Ich mache jetzt Werbung in eigenem Interesse, freundlich empfehle mich. Da ist nämlich viel Geld drin. Ich poste einfach genug von meinem Channel. Wir haben ja ganz viel Souls gestreamt. Das Wasser war fröh... Meine Kerle. So, ist Bates in der Küche jetzt? Mal gucken. Nee. Gut, dann gehen wir mal hoch. Ich so, ich empfehle mich. Äh, bei Enigma Studio weiß ich gar nichts tatsächlich. Ich bin auch ganz kurz vor 3.000 Abonnenten. Ich weiß, dass sie für ihn vielleicht wenige, finde ich aber viel. Weißt du, was das ist? Bloodborne machen wir noch. Wir brauchen eine Capture Card. Eine gewöhnliche Metallmünze. Ja, das ist eine gewöhnliche Metallmünze. Ja, aber ab 3.000 ist es... Da ist ziemlich viel Geld drin. Ja, deswegen Freunde, abonniert mich. Macht die 3.000 voll. Bloodborne will Jodie unbedingt streamen. Ist auch mein Lieblings-FromSoft-Game. Ähm, wenn wir eine Capture Card haben. Wir haben keine. So, wollen wir mal gucken, ob wir mit Victoria quatschen können. Ich empfehle mich. Für dich gut. Victoria möchte allein sein. Ich werde sie jetzt nicht stören. Na gut, Victoria. Zu denen sind wir respektvoll, weil die haben das Geld. Ich empfehle mich. Oh, Bates ist weg. Wo der wohl hin ist? Vielleicht in Hannien. Ist das auf dem Teppich hier drin? Ne, ich glaube es ist ein Schatten, oder? Oder ein Fleck? Ich weiß es nicht. Also ein Fleck, weil wenn du wieder aus einer anderen Perspektive kommst, wirst du es auch noch ein Garten. Ja? Das ist einfach Blut. Seit Henry Morris abgestochen und sich um Wein gestritten haben. So, na gut. Geh immer hoch. Tim, 20 Memberships. Woo. Tim, du bist ein Feuer. Du bist ja hier. Moment. Da ist ziemlich viel Geld drin. Eine gewöhnliche Metallmünze. Dankeschön. Eine gewöhnliche Metallmünze. Das müssen wir wirklich machen. Das ist fantastisch. Transformation Alert. Oh, okay. Äh, hoch ging's. Hier. Glückwunsch an alle. Jetzt habt ihr cool Emotes. Patches Boutique of Wonders. Patches Boutique of Wonders. Stay high, River. Mhm. Mach mal auf hier. Tim. Tim. Tim und Timmy. Die Combo. Timmy. wollte bei jedem Soul-Stream dabei sein. Ja. Zumindest in Dark Souls 3. In 1 auch? Weiß grad nicht mehr. In den 1 haben wir nur alleine gespielt. In den 1 haben wir nur alleine gespielt. In jedem Dark Souls 3-Stream wollte er mitspielen. Und es hat im ersten Stream geklappt. Und danach hat es nie wieder Connection-mäßig geklappt. Das war so traurig. Aber man muss sagen, Timmy hat mir im ersten Stream 50 Embers gedroppt. Und ohne kann man ja nicht sammeln. Also Timmy hat den Stream am Leben gehalten. Ja. Ohne Timmy wäre alles nicht möglich gewesen. Ja, also Dark Souls 3 war ein Community-Stream. Dark Souls 1 war Solo einfach. In 3 haben wir ein bisschen rumgemimt. Leere Bilderrahmen und andere Müll. Ich hab A mit einer Feuerwehr. Nutzlos. Guck das euch an. Sie ist leer. Bis auf ein paar Bögen Papier. Ich glaub, das ist ein Band. Ja, wahrscheinlich. Sehr geil. Oh nein. Du kannst aber gebannt werden, wenn du wirklich cheatest und sowas. Dann wirst du irgendwann automatisch gebannt. Weil ich gemodelt hatte mit Nexus. Ah, hi, 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 Timmy. Da ist nichts Nützliches drin. Da ist nichts Nützliches drin. Er ist ganz gut erhalten. Seltsam. Vielleicht sind die Cheats dafür besser und werden nicht vielleicht erkannt oder so. Ich hab jetzt nicht erwartet, dass Formsoft irgendwie sehr sicherheitsluster dann hilft. Zum Turm. Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Ich muss diese Bretter irgendwie loswerden. Das schaffe ich nicht mit bloßen Händen. Das stimmt wohl. Äh, Dark Souls 3-Server sind nicht mehr down, wenn du die PC-Server meinst. Die sind seit einem halben Jahr oder so wieder online. Also noch eine Zusammenfassung, kurz er vergessen hat. Wir wollen auf den Turm hier drauf, weil das ist das Zimmer, aus dem unser Urgroßvater? Oder Großvater. Äh, Urgroßvater runtergesprungen ist. Ganz mysteriöserweise, als er allein da drin eingeschossen war. Irgendwas komisches ist da passiert, auf jeden Fall. Lucifer! Oh nein, Bibi! Er macht Spagate. So, also hier kommen wir nicht rein, falls sich das erinnert. Wir haben eben einen Hammer gefunden. Laut Chat war das schon 17 verschiedene Schauspieler. No. Murat Kaplan, sie ist abgeschlossen. Frohe Weihnachten, danke für die ganzen Jahre und Haltung. Wir danken dir. Dankeschön. Moment, du kriegst einen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Von dir. Ist die sonst noch was? Ne, 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 ne. Ruf den Steilknecht, ja. All die Tour? Ich glaube, da war was drin. Ich habe abgeschlossen. Ja, wir brauchen Schlüsse von Robert, ne? Sie ist abgeschlossen. So war mal die Kiste. Sie ist ab. Sie ist ab. Irgendwann geht sie auf. Bin mir sicher. So, okay. Wir müssen mit einigen Leuten quatschen. Robert, Victoria. Jetzt sind wir jetzt schon mit Victoria quatschen. Ja? Ja. Sehr gut. Und ich hab ne Blase. Alle fünf jünger. Man wird auch nicht mehr jünger. Nee. Robert. Ich hoffe, wir wollen gar nichts von ihm. Wir nerven ihn einfach nur. Ja. Ich glaub, die Kiste. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wissen, dass es seine Kiste ist. Ich glaub, er hat das Bild angesprochen. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Vielleicht auch nicht. Aber man muss auf jeden Fall mit ihm sprechen. Oh, einige Sachen. Okay, Bild. Hier. Robert, sieh dir dieses alte Foto an. Weißt du, wer das sein könnte? Hm. Nein, ich kenne diese Person nicht. Warum fragst du? Das ist anfangs ein bisschen schräg, was das bedeuten soll. Das ist einfach nur, ob man freundlich oder unfreundlich auf Sachen antwortet. Nicht, ob man irgendwie Ja oder Nein sagt oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was hier der Unterschied war. Aber wir sind mal freundlich. Und er ist ja ein reiches Familienmitglied und viel Geld drin. Ich habe das Foto im alten Flügel gefunden. Es lag in Stücken in einem Kamin. Ich glaub, in dem Fall lügt man sogar immer. Tatsache, dass jemand das Foto zerrissen hat, ist die Person darauf vermutlich nicht sehr wichtig. Vergiss es einfach. Ja, auch frohe Weihnachten, Mortal. Äh, Robert. Ich habe mit Bates gesprochen. Warum lässt du ihn nicht in deinen Arbeitszeug? Hat er dir das erzählt? Weißt du, ich möchte einfach nicht dauernd gestört werden. Ich habe genug eigene Probleme. Und seine Unterwürfigkeit geht mir auf die Nerven. Was hast du? Nichts Besonderes. Ich habe nur im Moment sehr viel mehr Arbeit als sonst. Aha. Morris und Henry scheinen einander nicht zu mögen. Ich habe alle richtigen Charakter. Ich mag das. Sie streiten sich an. Es macht Spaß, um diese Person zu reden. Aber wenn sie einander nicht zu oft begegnen, machen sie keinen Ärger. Ja gut. Mir sind aber ihre albernen Probleme ziemlich egal. Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Komm, machen Sie. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Ja. Richtig. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit. Moment. Wir haben uns schon alles gesagt, was zu... Geht nicht. Okay. Speicheln wir immer. Stram. Ihr habt gewählt. Wir sind immer wütend. Ist sie schon in ihrem Zimmer jetzt? Ich weiß gar nicht. Victoria ist ein Gemeinschaftsraum. Okay. 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 Wollen Sie jetzt schon nerven? Ich komme später wieder. Na gut. Wir kommen später wieder. Der Brunnen ist immer noch dreckig. Kein Stresssämmel. Der Brunnen ist jetzt ein. Ja. Ja. Äh. Hier. Ja? Ja. Comfy. Ist wirklich cozy. Wann hast du da nichts nix so rotes? Ich hab nix so rotes. Du hast da was nix? Wer kennt das aus Sean noch bedekt? Du hast da was rotes. Du hast da was rotes. Das ist da was rotes. Sehr gut. So. Ich hole den Hammer. Dann mache ich mir einen Toast. Da kannst du selber ein bisschen Geld machen. Wo sind wir denn? Müssen wir oben auf dem Dach holen? Oder was ist denn die Wurst? Ja, wir müssen mit dem Hammer... Nee, ehrlich. Wir haben nicht so ausgewählt. Nee. Weil ich quatsch schon mit Morris Feuer. Vielleicht ist irgendwas wichtiges. Ich hab alles verließen. Ich habe ihm nichts zu sagen. Okay, was haben wir denn dabei? Wir haben Schlüsse vom Dachboden. Dann haben wir den Hammer. Oh, nee. Das wird auch rotes. Was soll ich euch denn erzählen? Wir müssen dann hoch. Was noch wichtig ist in dem Chapter ist der Kamerakram. Weißt du das noch ein bisschen? Das ist das mit der Trüge oben und so. Aber wir waren bei Robert, ne? Ja, aber nee, nee. Wir haben die nicht drauf angesprochen. Wir wollten da noch gar nicht ran. Wir brauchen erst die Filme dafür. Wir müssen wissen, dass die kaputt sind. Hm. Der sieht neu aus. Damit musste ich die Bretter vor dem Turm zum Turm abhebeln können. Das kommt erst später. Musst du nicht zum Turm? Oder ist das Zeichen? Das ist unten. Aber das können wir noch nicht fotografieren. Das interessiert noch gar nicht. Ich war schon da. Der will es gar nicht kommentieren. Ich glaube, es kommt erst später, wenn man mit irgendeiner Person geredet hat, die es erwähnt hat. Machen wir mit dem Hammer oben mal für die Türkoppel? Ja. Guck hier. Habe ich vorhin schon extra mal erwähnt, aber juckt ihn gar nicht. Ich weiß sowieso nicht, wo wir sind, Freunde. Wir quatschen einfach. Quatschen einfach ein bisschen? Na gut. Ich habe keine Ahnung, was ich euch erzählen soll. Das ist Geld drin. Das wird jetzt gleich sehr awkward. Wird das awkward? Bitte verratet es keinen. Wollt ihr einfach eine kleine Pinkelpause machen? Ne, ne. Na gut. Wir machen das schon. Aber beeil dich bitte. Ja, mach ich. Hier kannst du mal herleiten. Diese Hilfe. Na gut. Kannst du hochgehen schon mal? Ja, ich muss mich erst mal aufrechnen. Ja, ja. Kannst du das? Ganz entspannt. Ich kann ja auf meinem Stuhl sitzen bleiben. Äh, ja. Kannst du mal. Sitze ich gut? Ne? Ich glaube, ich sitze gut. Freunde, was geht? Ist jetzt mainstream. Ich übernehme jetzt Crabbits Kanal. Da ist ziemlich viel Geld. Es geht gerade nicht. Ich laufe gerade die Treppe hoch. Einmal. Freunde, ihr müsst mich jetzt irgendwie unterhalten. Da ist ziemlich viel Geld drin. So. Das Hemm hier läuft so lahmarschig, ne? In Black Mirror 2 kann man das überspringen mit Doppelklick. Dann portet der zu der Tür, wo man hingehen will. Aber hier nicht. Das Spiel ist alt. Na, Boogie? Was geht ab? Jodie hat die Wacht. Er hört mir auch. Ist richtig unangenehm. Jetzt gar nicht, was ich euch erzählen soll. Ja, wir haben ja einen Hammer. Gott sei Dank. Macht das mal kaputt. Mit einem Elan haut er dagegen. Ist ja wahr. Ich liebe dein Buchkonto und auch die Fragen. Dankeschön. Das ist süß von dir. Dankeschön. Dankeschön. Niemand hat Abuse verdient, finde ich. Niemand. Niemand auf der Welt. Aber wir sollten Victoria fragen, ne? Machen wir das mal. Wo ist denn die? Im Gemeinschaftsraum oder in ihrem Zimmer? Tja, ich habe alles wieder vergessen. Es tut mir leid. Ja, es gibt ein Remake. Ich glaube, das ist aber tatsächlich doof. Ich habe das im Playstation mal angefangen. Das ist im Playstation Premium Plus Ding. Das war es mit drin. Aber ich habe es nach 10 Minuten wieder ausgemacht, weil ich es echt blöd fand. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch gespielt? Ich weiß, ich sollte Victoria in Ruhe lassen. Aber ich muss sie um den Schlüssel zu Williams' Arbeitszimmer im Turm bitten. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Samuel. Victoria, ich weiß, du möchtest für dich sein, aber ich muss etwas wissen, was nur du beantworten kannst. Vielleicht hilft es mir, auf andere Gedanken zu kommen. Erinnerungen können so zermürbend sein. In den letzten Jahren habe ich oft hier gesessen, allein mit meinen Gedanken. Worüber möchtest du reden? Samuel. Was war das? Bevor du eine Folge Tech on Titan geguckt hast, habe ich mit meinen Homies geguckt. Ich habe immer noch nicht eine Folge Tech on Titan geguckt. Oh, wir haben sehr viel mit Victoria zu reden. Sehr, sehr viel. Na gut, fangen wir mal an. Victoria, warum hat sich William in seinem Arbeitszimmer verbarrikadiert? Niemand sah ihn hinausgehen und er ließ niemanden mehr hinein. Warum diese Heimlichtuerei? Ich weiß es nicht, Samuel. Vor etwa einem halben Jahr schloss er sich in diesem verdammten Turm ein und verbrachte Tag und Nacht dort. Er hat mir nie gesagt, was er dort treibt. Als ich ihn fragte, antwortete er nur, er würde die Wahrheit suchen und nicht aufhören, bis er sie findet. Es hat ihn vollkommen gefesselt und wie es ausgegangen ist, weißt du. Ich hoffe, er hat seine Wahrheit gefunden. Reden wir mal über uns. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Und selbst jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es richtig war. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass du kommst. Alle Briefe an dich kamen zurück und seit Jahren hat dich niemand aus der Familie gesehen. Im Laufe der Zeit nahmen wir einfach an, du seist tot. Ich habe keinen einzigen Brief geöffnet. Ich wollte alles vergessen. Aber als diese Todesanzeige kam, musste ich sie öffnen. Vielleicht hätte ich sie besser nicht gelesen, wie die anderen Briefe. Deine Worte sind kalt, Samuel. Wenn Williams Tod nicht gewesen wäre, wäre ich nie zurückgekehrt. Ich bin nur wegen William gekommen. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Das klingt schon gemein, ne? Ist das seine Mutter? Nee, das ist seine Urgroßmutter. Und danke schön, Laura. Ich hatte auch mal Pflanzensucht, aber wie es halt so mit ADHS und Hyperfixierung ist, ist nach ein paar Monaten, was wir dann egal, und dann sind alle gestorben. Bait sieht nicht gut aus. Er wirkt alt und sehr müde. Er sollte mal eine Pause machen. Ich würde es ihm ja vorschlagen, aber ich weiß, dass er im Moment nicht alleine sein will. Er war schon mit William befreundet, lange bevor ich ihn kannte. Er hat sein Leben lang hier gearbeitet, wie sein Vater vor ihm. Ich bin sicher, er fühlt sich bei uns wohler. Dieser Mann, der mit uns auf der Beerdigung war, wer ist das? Dr. Herman, unser Familienarzt. Oder besser gesagt, unser Familienfreund. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wie könntest du auch? Er zog hierher lange, nachdem du fortgingst. Er ist ein guter Mann. Er war mit William befreundet und hat uns allen sehr geholfen. Bis William anfing, Menschen aus dem Weg zu gehen, verbrachten wir viel Zeit miteinander. Warum interessierst du dich für Heinz? Ich kenne ihn nicht. Du bist doch verrückt. Deswegen wollte ich wissen, wer er ist. Komplett verrückt. Dankeschön. Warte mal. Da. Da ist ziemlich viel Geld drin. Bitteschön. Hier, ich mache nochmal für dich. Da ist ziemlich viel Geld drin. Dankeschön. Ich kriege alle Memberships. Kann ich nochmal mit dir reden? Ja, die trinke ich jetzt gemütlich. Hallo, Victoria. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Danke, die. Natürlich, Samuel. Wir können mit Victoria über Victoria sprechen. Brauchst du etwas, Victoria? Nein. Danke, Samuel. Es ist alles bestens. Vielleicht nur... Nein, mach dir keine Gedanken. Ich frage Bates. Denk mir mal eins, dass das noch jemand spielt. Nee, das Spiel ist großartig. Das ist ein super Spiel. Alle Essen und Pflanzen gehen einfach nicht zusammen. Nee, das klappt nicht. Das klappt mir nicht. Weihnachtsgeld direkt verpulgert. Ja, was geht ab hier? Ja, Nini geht ab hier. Dieser neue Gärtner, Henry. Ich habe gehört, dass er trinkt. Er ist hier nicht neu. Er arbeitet für uns inzwischen seit über einem Jahr. Was du gehört hast, stimmt. Aber es kommt nicht sehr oft vor. Hast du geguckt? Abgesehen von dieser speziellen Angewohnheit ist er höflich und fleißig. Es überrascht mich, dass du das sagst. Stört dich sein Trinken nicht? Doch, schon. Aber ich hätte Schwierigkeiten, einen anderen für den Job zu finden. Ihn durch einen neuen Gärtner zu ersetzen, kann doch kein großes Problem sein, oder? Vielleicht nicht vor ein paar Jahren. Aber jetzt? Du warst lange nicht mehr hier. Es hat sich viel verändert, Samuel. Niemand will für uns arbeiten. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Die Leute sind abergläubisch. Sie sehen in allem dunkle Kräfte. Ich bin froh, dass er geblieben ist. Auch wenn mein Garten jämmerlich aussieht. Aber warum fragst du nach Henry? Weißt du etwas über ihn, was ich auch wissen sollte? Negative Antwort geben wir, was? Nein, eigentlich nicht. Ich werde ihn aber im Auge behalten. Das war jetzt nicht so negativ. Wer ist die Oma? Das ist Victoria. Ihr gehört das. Sie wohnt hier im Schloss, sozusagen. Ihr gehört das. Und das ist die Oma von dem Protagonisten von Samuel. Die hat Geld drin. Ne, geht kein Geld drin. Aber ihr geht drin. Hallo. Overthinker, hi. How are you? Merry Crisis. Ist ein Doppelchen-Cappuccino? Ja. Overthinker ist im Chat. Ja gut, das Spiel geht acht bis zehn Stunden. Ja, ja, das wissen wir. Wir haben das schon öfters gespielt. Und auch öfter gucken wir es zum Einschlafen von Shawi. Kann ich sehr empfehlen, den Einteiler. Wir gucken mal, ob wir heute durchkommen. Wenn nicht, dann machen wir es morgen oder übermorgen fertig. Aber wir spielen auf jeden Fall bis irgendwann später Abend, nachts. Ich habe mit Robert über den alten Flügel gesprochen. Er sagt, seine Mauern seien die einzigen Reste von dem ursprünglichen Schloss. Das stimmt. Er hat als einziger den Brand überdauert. Ich wusste gar nicht, dass das Schloss in der Vergangenheit erobert wurde. Es wurde nie erobert. Zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Das Schloss wurde bei einem Konflikt zwischen den ersten Gordons teilweise zerstört. Markus wusste, dass er die Truppen seines Bruders nicht direkt angreifen konnte. Also beschloss er, ihn in der geheimen Kapelle tief unter dem Schloss zu überraschen. Das erkannte Mordred zu spät und die Folgen waren furchtbar. Aber das sind bloß Legenden. Nur alte Geschichten. Jetzt können wir wieder über mehreren. Freunde, wir haben so viel zu reden. Ja. Diese geheime Kapelle, von der du gesprochen hast, muss sich irgendwo unter uns befinden. Niemand hat jemals die Spur eines Eingangs gefunden. Geschweige denn eine ganze Kapelle, Samuel. Dankeschön euch. Es ist bloß eine alte Legende aus den Chroniken. Süßes seid ihr. Das Süße, Lulu. Was wurde aus Markus, nachdem Mordred starb? Er wurde Schlossherr und starb lange Zeit später als müder, alter Mann. Zur Würdigung seiner Führung wurde er in einer geheimen Gruft bestattet. Heute weiß niemand mehr, wo er ruht. Existieren noch Aufzeichnungen über sein Leben? Nicht, dass ich wüsste. Nee, hat er nicht. Das ist gut. Nur ein Teil einfach nur, ja. Ich hab's vorher gespielt. Also falls du's geguckt hast und du dich wundest, warum da manche Waffen schon freigeschaltet waren. Also ich hab's vorher hier alleine gespielt und dann hat er's hochgeladen. Kannst du dir dieses Foto ansehen? Ich glaube nicht. Würde mich wundern. Ich hab erst das rechts genommen, weil ich hab Angst, dass sie nach dem Schlüssel nicht mehr mit uns redet heute. Weißt du, wer dieser Mann ist? Das Gesicht kenne ich irgendwoher. Ja, aber nicht genau dieses. Was meinst du damit? Er war damals viel jünger als auf diesem Foto. Aber es ist die gleiche Person. Wer ist es denn? William hat einmal ein Waisenkind hierher gebracht und vorübergehend bei uns aufgenommen. Er hat eine Zeit lang neben dem Stall gewohnt. Ein einfacher, ruhiger Junge. Weißt du, wie er hieß? Das ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Er blieb einige Zeit bei uns, aber dann verendete er sich auf einmal komplett. Es war, als wäre er wahnsinnig geworden. Danach konnten wir ihn nicht länger hier wohnen lassen. Man brachte ihn nach Ashbury. Was passierte dann mit ihm? Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, das ist alles schon sehr lange her. Robert erinnert sich vielleicht. Er hat diesen Jungen damals als Patienten aufgenommen. Robert ist ein Lügenbaron, Freunde. Der den angeblich ja gar nicht kennt, den Typen. Remo! Schlechte Horror, Rieps. Freut mich. Dankeschön. Sehr gut. Achtung. Schweizer Franken. Die Antenne. Ich brauche das. Ich nehme Kontakt aus. Das muss ich extra weit wegmachen von dir. So. Sogar aus dem Bild raus, soweit ist das weg. Victoria, ich brauche den Schlüssel von Williams Arbeitszimmer. Ich weiß, du willst nicht, dass jemand dorthin geht, aber Schlüsse brauchen wir, ne? Niemand darf dieses Zimmer betreten. Warum redest du über diesen Ort mit mir, Samuel? Warum zwingst du mich daran zu denken? Ich wollte nur... Geh weg. Ich will jetzt allein sein. Natürlich. In diesem Globus rutschen, glaube ich. Nee, da ist... Ich glaube, die Hälfte von dem Ding, die ist unser Unselwehr. Und die andere Hälfte liegt, meine ich, unten im Busch. Kann man das später machen. Ja? Ich glaube, ja. Nee, ich glaube, der war da. Ja? Ja, ich glaube nicht. Ja, wir gucken uns erst mal jetzt wieder hier rum, was wir noch so machen können. Ich glaube, ich habe deinen Chat okay unterhalten. Ja, man war auch freundlich geschrieben. Ach, süß. Das war ganz lieblich. Das war nicht so auch. Aber nur, weil die alle ganz lieblich da sind. Süß. Das ist ein dollar Zeichen. Das ist die monetarisierte Zeichen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Was hast du alles gemacht? Wir können mal zu Robert gehen, weil jetzt wissen wir ja, dass Robert das Kind doch kennt. Können wir mal schauen, was der uns zu sagen hat. Ich habe oben die Bretter weggebrochen und dann haben wir fünf Stunden mit Winterberg geredet, weil wir oben die komplette Leiste in Themen voll hatten. Wir konnten ja vorher noch nicht zu ihr, weil... Ja, aber jetzt konnten wir uns sehr viel... Wir waren schlecht gelaunt und es ist jetzt wieder schlecht gelaunt. Ja. Der Samuel, der weiß, wie man mit der Frau berät. Ja. Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Ja, wir können es auch uns meist erinnern, aber das ist ein Spiel, ich finde, das kann man alle paar Jahre nochmal spielen. Das Foto, über das wir gestern gesprochen haben, habe ich Victoria gezeigt. Sie hat den Mann erkannt. Meinte, er hätte eine Zeit lang in der Nähe des Schlosses gelebt. Bist du sicher, dass du ihn nicht erkennst? Lass mich das Foto noch einmal sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat Ähnlichkeit mit einem Patienten im Sanatorium. Möglicherweise ist er das sogar. Ich verstehe aber nicht, woher dieses Foto stammen könnte. Ja, ja, Robert. Vielleicht können wir es herausfinden. Wer würde das Foto eines Verrückten ins Schloss bringen? Und warum? Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Unter uns? Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ich gehe jetzt in die Bibliothek. Ja. Andi, da gibt es in mein Zimmer, ne? Bates! Endlich der Kamin. Ach, du hörst. Ich habe den Kamin in ihrem Zimmer angezündet, Sir, wie sie mich gebeten haben. Danke, Bates. Es war recht kalt da drin. Ich werde mich jetzt um meine weiteren Pflichten kümmern. Falls sie etwas benötigen, ich bin unten in der Halle zu finden. In Ordnung. Kein Stress, Bates? Wir brauchen den gleich wieder. Wir reden ihm gleich hinterher. Hallo? Wissen wir einmal drinnen was? Ne, noch nicht. Ich glaube nicht. Ich gehe einmal in die Bibliothek. Ja. Nein, Victoria gibt uns den Schlüssel, an dem wir uns entschuldigen. Ne, die gibt uns ja nicht. Wir holen noch den zweiten, den sie irgendwo versteckt hat. Ah, ja, das kann sein. Ich meine, der hat ihn in seinem Buch durch. Kann sein auch nicht. Weil da ist doch diese Notiz auf dem... Ja. Ja, jetzt brennt der Kamin. Endlich. Ne, schon das zweite Teil war bei Murray. Ja, äh... Was ist denn die Bibliothek? Ähm... Da? Halten drauf. Das war's. War's ja gar nicht. Da. Ja. Gebunden. Pünktlich zum Kamin wieder da. Sehr gut. Bates. Könntest du euch noch mal mit Hermann... Vielleicht hat er noch was zu berichten. Heute wird er mir nichts mehr sagen. Morgen werde ich ihn zu Hause besuchen. Ach so, hast du mit ihm gequatscht nochmal? Oder war das vorhin mit Hermann? Nö. Ach so, stimmt. Wir sollen ihn morgen bei seiner Arbeitsstelle besuchen, ne? Dann erzählt er uns. Was seine Theorie zu Dings ist. Zu William. Zu Toten. Ja. Wie viele Tode gab es bis jetzt? Nur den aus dem Intro von unserem Urgroßvater. Freude. Wie geht's weiter? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir müssen mit Bates quatschen. Ja? Wir müssen ihn fragen, wie wir uns bei Victoria entschuldigen sollen. Ne, wir sind auch sehr am Anfang. Wir haben erst vor... ...zwei Stunden angefangen. Dann gehe ich mal mit Bates quatschen. Ja. Und sonst vielleicht nochmal die... ...die Vögel draußen oder so. Ich glaube, ich glaube, ich bin gar nicht da. Dann frag mal Bates. Bates, wie geht's denn so? Wartes. Bates? Ja, Sir. Kein Stress. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William, wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja. Bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates, Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. Bates, es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Jetzt können wir... Oh. Aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut. Wenn Sie darauf bestehen, folgen Sie mir. Hier ist das furchtbare Geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht was. Bates, ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stand. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte jetzt gehen. Aber sicher. Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Können wir den Busch jetzt? Aha. Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Das sehe ich mir näher an. Das war der Rechtskick. In den Ästen dieses Strauches klemmt etwas. Hm. Was könnte das sein? Hm. Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. Vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Und das ist gut. Hm. Freunde, wir speichern, ne? Besser so. Ich trau der Sache hier nämlich nicht. Tschö, wie es passiert. So, wir haben noch was mit Bates zu bereden. Und jetzt können wir langsam... Bist du zweimal auf das Logo? Muss ich das? Wir mussten ein Foto davon machen wollen. So, muss ich... Habst du das gerade gesagt? Ich weiß, ich habe es nicht gesehen. Aber lieber nochmal. Wer weiß. Ja. Mit Rechtsblick oder so. Ah, ich kann hier noch... Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Das sieht aus... Das sollte... Nein, das kann man nicht die ganze Fotogeschichte. Oh, das wird auch nochmal spaßig. Hm. So mit Bates reden und dann, ähm... die Fotoabberatung. Hm. Was ist Bates? Bates? Ist das in der Küche jetzt? Ich hab's. Ich hab's. Schau mal. Ja. Hm. Hm. Bates? Ja, Sir. Das habe ich an der Stelle gefunden, zu der Sie mich geführt haben. Sie meinen, dort wo Sir William? Ja, ich bin sicher, es wird Licht in das bringen, was geschehen ist. Da bin ich nicht so optimistisch, Sir. Vielleicht sollten Sie dieses Objekt Inspektor Collier übergeben. Bates, dieses Ding kann uns helfen, etwas Neues herauszufinden. Ich weiß nur eines, Sir. Sir William ist tot. Und nichts und niemand kann das ändern. Sie glauben, dass es Selbstmord oder ein Unfall war? Ich habe William zu lange gekannt, um das zu glauben. Tja, ich habe meine Meinung zu der Sache schon geäußert. Lassen Sie mich jetzt wieder arbeiten, Sir. Sie überraschen mich, Bates. Es tut mir leid, Sir. Sprechen Sie mit Henry. Er hat an dem Abend im Blumenbeet gearbeitet. Er weiß vielleicht mehr als ich. Ich habe das Gefühl, Bates weiß etwas, was er verheimlichen will. Aber warum sollte er das tun? Hm. Ich weiß es nicht. Bates, ich habe Victoria etwas Unangebrachtes gesehen. Meinen Sie, sie wird eine Entschuldigung annehmen? Aber gewiss, Sir. Madam hat ein mildes Herz. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sir, entschuldigen Sie sich so bald wie möglich. Warum ist der Eingang zum alten Turm versperrt? Madam hat mich angewiesen, die Tür zuzunageln, damit sie nie wieder an diesen Ort denken muss. Sie möchte nicht, dass Williams Arbeitszimmer betreten wird. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. So. Können wir eigentlich den Dachbundschlüssel schon wieder dahin nehmen? Den Auto noch, oder? Ich meine, der ist ja offen. Ah, stimmt. Von seinem Zimmer so. Ja, ja. Ich habe den Schlüssel wieder dahin zurückgehängt, wo ich ihn gefunden habe. Ich bin gleich wieder für euch da, Leute. Müssen wir mal einen kleinen Power Snack machen. Ihr müsst euch mit mir zufrieden werden. Ich fände das auch doof. Aber... Ich finde, das ist das A-Team. Was? Du bist das A-Team. Das A-Team? Das number one-Team. Oh. Das ist ja besüß. Das ist besüß. Ich so, das ist besüß. Das ist besüß. So, warte mal, wir müssen die Kamera mal holen. Freunde, wir haben die Kamera. Es wird fotografiert. Das ist ja, wenn der dort so lahm Arsch ist. Der hat gar keinen Stress, der Typ. Ja. Ich meine, warum auch bis jetzt? Ja. Für Stream Elements schreibt. Uff. Mensch, iss doch erstmal. Ja, mach hier doch Ruhe. Kein Stress, hier bloß. Müsste noch funktionieren. Hm. Es ist kein Film drin. Und meine Ersatzrollen sind zu alt, als dass sie noch funktionieren würden. Da fragen wir doch Orbert. Hätte zum Glück nichts zu tun. Ja. Ja. Oh, gut. Robert. Oh, die Arme hier im Schloss. Und wir hinten den Übels auf den Sack. Ja. Brauchst du etwas, Samuel? Ich möchte dich etwas fragen. Ah. Ich brauche einen Film für meine Kamera. Weißt du, wo ich einen bekomme? Tja. Vielleicht drüben in Willow Creek. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe sogar selber noch welche. Sie müssten eigentlich noch verwendbar sein. Kannst du mir einen geben? Gerne. Aber ich habe sie auf dem Dachboden, zusammen mit einigen alten Sachen. Sie sind in meiner Truhe. Sie steht gleich beim Eingang. Du kannst sie nicht verfehlen. Danke. Ich gehe und hole sie. Wie hasse ich das gemacht? Sicher. Nimm so viele Filme, wie du willst. Und die dann zu ist. Ich habe dafür keine Verwendung. Wir können jetzt noch gar nicht fragen. Da haben wir Schlüssel, ne? Oder doch? Doch. Ich war auf dem Dachboden, um den Film zu holen, aber deine Truhe ist abgeschlossen. Darf ich mir deinen Schlüssel ausleihen? Abgeschlossen? Oh, Entschuldigung. Das habe ich völlig vergessen. Hier hast du den Schlüssel. Danke. Ich bringe ihn gleich wieder. Du musst dich nicht beeilen. Ich brauche ihn nur selten. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Die Schlüssel, die ganze Zeit. Ne, der hat ja so ein Jacket dann zu. Ich bin Bademattel lustiger, wenn er in den Bademattel arbeitet die ganze Zeit. Ich wäre das. Also ich habe zu tun. Ja, der andere kümmert sich um den Stall, der sonst noch da ist. Aber Bates macht hier drinnen sauber. Der arme Bates. Ich finde, der könnte mal Hilfe gebrauchen. Ne, ne. Der Roboter hat so viel. Der kann nicht. So, wir haben den Schlüssel, Freunde. Hier, der nutzt, wo sie gehört, ne? Ja, eigentlich. So, Sammy, guck mal rein da. Das ist ja so. Da bringen wir auf dem Rückweg direkt, äh, wir wollen so den Schlüssel wieder, damit wir den nicht noch ewig rumschleppen, oder? Hast du Bates schon wegen Victoria? Oh, Quatsch. Ja, ne? Bei der können wir uns auch noch ewig rumschleppen. Der vom Garten traumatisierte Gärten. Habt ihr vor, nach dem Teil 2 und 3 zu schauen? Schauen, ne? Warum nicht? Vielleicht irgendwann noch ewig rumschleppen. Vielleicht dann bei mir? Mal gucken. Ich mag mal besonders den ersten Teil sehr gerne. Das ist, äh, ein besonderes, besonderes Stückchen Erde in deinem Herzen. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Sicher? Also was denn? Hier hast du deinen Schlüssel wieder, Robert. Oh, danke. Hast du das gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, habe ich. Ich muss jetzt gehen. Gut, dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Exempel. Der Typ. Das ist wirklich ein Typ. Ja. So, wir haben den Film. Wir können uns vorher noch vielleicht bei Victoria entschuldigen. Oder? Ja. Sonst vergessen wir dort später. Da machen wir die Fotos draußen. Genau. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was der Trigger, dass wir weiter können. Aber wir brauchen diese Murmeln. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was der Trigger ist. Willst du nochmal einen Punkt speichern? Entschuldigung, zwei müssen wir gleich. Geht mit Doppelklick oder musst du mit Eingabe? Aber wir machen mal gleich, wenn wir noch einen zweiten. Ja, wir müssen trennen zwei. Ich habe eine Frage an dich. Ich höre, Samuel? Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war vielleicht auch vorschnell mit meiner Antwort. Ich habe den Schlüssel zerstören lassen, damit der Turm nie wieder betreten werden kann. Vielleicht hatte William einen zweiten Schlüssel. Ich weiß es nicht. Wo sind seine persönlichen Sachen jetzt? Ich weiß es nicht. Ich... Frag Hermann. Ich möchte nicht darüber reden. Ja. Passend. Sieh dir dieses Steinfragment an. Sagt es dir etwas? Nein, ich glaube nicht. Oh doch, ich habe etwas Ähnliches auf Williams Schreibtisch gesehen. Er war immer sehr vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nur nicht, was es damit auf sich hatte. Er hat nie darüber gesprochen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Weltklasse. Ich will mal ein Foto machen, ne? Ja. Hat sie irgendwas gesagt danach? Oder war einfach nur okay, danke? War okay. Sie war auch etwas vorschnell mit ihrer Antwort. Und vielleicht hat William einen zweiten Schlüssel. Ich glaube, das hat es getriggert, dass wir jetzt den Schlüssel suchen können. Einfach der Satz für mich. Okay. Denke ich mal. Vor Weihnachten, Nadine. Wo ist der nutzlose Gärtner? Irgendwo nutzlos sein wahrscheinlich. Denke ich. Und weit müssen wir den Lärmchen. Weit. Und wie? Ich habe andersrum. Auf dem Weg zum Stall war es. Ich habe drinnen durchlaufend schneller als aus dem Lärmchen. Ja, deswegen geht es drinnen. Freunde, ich habe mich verirrt. Durch die Küche geht es da schnell? Ja. Weil da komme ich auch aus, ne? Ja, du kannst es erst zu meinten. Also hier, ja. Waves. Hi, was geht ab? Hat der was Neues weiß? Na, ist mir zu lassen. Ich habe hier draußen auch immer Schwierigkeiten, mich zurecht zu finden. Wegen zum Baum, ja. Wahrscheinlich. Der macht da einen Schläfen. So. Aber ist da oben links ja der ganze Hammer. Keine Ahnung. Irgendwie hier stehen ist der Hammer da oben links. Ich habe es Leute sehen, die gar nicht. Ne? Schade. Ja, unter unserer Facecam ist das Symbol von dem Hammer, wenn wir hier stehen. Das ist irgendwie gut. Klick, klick. Jetzt muss ich nur noch den Film entwickeln lassen. Aber wo kann ich das tun? Ich glaube, das können wir jetzt wieder Robert sagen. Ja. Wie gesagt, dann ist die zu hören und müssen wir nicht. Wo war denn der Ersatzschlüssel? In dem Globus. Oh, da brauchen wir die Mord. Vielleicht kriegen wir die jetzt gleich. Weil jetzt hat Victoria ja gesagt, dass William vielleicht einen zweiten hat. Ich glaube, das triggert jetzt so das Event, dass wir den suchen können. Wir gehen gleich nochmal in die Bibliothek und schauen. Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Irgendwo waren die. Ich höre. In Ordnung, ich höre. Robert, weißt du, wo ich den Film entwickeln lassen kann, den du mir gegeben hast? Ich kenne nur Murray in Willow Creek. Ich gehe selbst zu ihm, wenn ich Bilder brauche. Er hat eine Dunkelkammer in seinem Leihhaus. Weißt du, wo das ist? Ja, ich erinnere mich an das Geschäft. Versuch's bei ihm. Dann sollte ich wohl dorthin gehen. Aber wir gehen jetzt schon raus? Ich dachte, es geht jetzt für später. Ich werde jetzt gehen. Oh. In Ordnung, Samir. Oh, 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 Leute. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Gehen wir jetzt schon raus? Ich weiß, das war jetzt sehr schwierig. Man muss jetzt alles gemacht haben, was man machen kann, sonst kann man nicht raus. Und ich glaube, dafür wichtig ist auch, dass man alle Leute nach allem gefragt hat. Das war ganz schräg. Ich weiß, im Privatspiel haben wir auch ein Riesenproblem. Ich glaube, Schau hat die ein Riesenproblem. Wir mussten alles sehr präzise machen, sonst darf man nicht gehen. Haben wir die Karte schon? An die Karte. Kriegen wir die nicht? Bei Mörder oder so? Die Postkarte? Ne, das war in Teil 2. Stimmt. So ein Stall oder so was. Quatsch dich nochmal Hermann an. Da wünschte jemand eine frohe Weihnachtszeit. Dankeschön, dir auch. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Achtung. Doktor Hermann, Victoria hat mir gesagt, dass Sie Williams persönliche Sachen haben. Ja, das stimmt. Ich würde Sie gerne sehen. Aber sicher. Der Typ. Ich kann Sie Ihnen zeigen, wenn Sie morgen zur Leichenhalle kommen. Ich weiß nur nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich muss Sie aber heute sehen. Können Sie mir helfen? Heute? Na schön. Vielleicht können wir Folgendes machen. Ich werde jemand mit einem Paket für Sie zum Haupttor schicken. Reicht das? Perfekt. Wann wird diese Person kommen? Ich schicke sie los, sobald ich wieder im Obduktionssaal bin. Sagen wir um sieben? Ich warte am Haupttor. Pünktlich um sieben. Es ist sehr wichtig. Hoffentlich ist diese Person zuverlässig. Keine Sorge. Sie wird gut bezahlt. Abgemacht? Danke, Doktor. Um sieben muss ich unbedingt am Tor sein. Ich glaube, wir können hier jetzt... Und die funktioniere ich nicht aus. Schön. Guck mal, noch mal da. Ich hatte irgendwie auch im Kopf, dass am Rand von dem Tisch irgendwo was war, was man andrücken konnte. Vielleicht war irgendwann die Notize irgendwie mit für meinen vergesslichen Kopf und dann irgendwas mit Tinte. Ich glaube, wir erst mal nicht. Können wir gehen mit der Karte? Nein. Ich glaube, weil wir noch nicht da waren. Ich glaube, wir müssen einmal erst... Ja? Weiß ich nicht. Wir gucken einfach mal, ob wir rausfinden. Aber das Globus-Rätsel am Arsch. Das ist so schlimm. Du willst doch nur das... Sollen sie es hier einmal nicht. Ja. Wenn du es halt nicht weißt, dann kannst du da ewig herumprobieren. Ja, Glühwein. Freunde, Glühwein. Frohe Weihnachten. Ich glaube, ich trinke ein bisschen Glühwein. Ja, gönn dir. Prost. Wahrscheinlich können wir noch nicht gehen, oder? Ich glaube nicht. Na, vielleicht oder? Ich weinere mir jetzt die Karte. Quatsch, vielleicht nochmal mit allen Leuten draus. Äh, mit Morris oder so. Also probier's mal. Vielleicht können wir gehen. Guck mal. Vielleicht klappt's ja. Schauen wir mal, was wirkt voll. Hast du mit dem komischen Gegenstand aus dem... äh... aus dem Busch schon interagiert? Vielleicht müssen wir mit dem auch was machen. Mit dem? Ja. Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. Ja, okay. Alle, die ich weiß jetzt noch nicht... Hat der Gärtner nicht das andere Ding davon? Ist der nicht jetzt im Gewächshaus? Kann das sein? Das kommt auf jeden Fall auch demnächst, der Teil. Nee, der ist noch nicht so... Vielleicht, ja. Ich glaube, dann ist die Tür... Was wird. Was wird. Schauen wir mal, was wird. Wunderschön. William mochte diesen Ort sehr gern. Er kam oft hierher, um zu malen. Und manchmal verbrachte er den ganzen Tag hier. Wär ich oder Jodie? Ja, eben. Ich hab, äh... sehr viele Social Media... Da bin ich halbwegs aktiv. Ob ich weiß gar nicht, ob man das schreiben kann, Leute. Aber sonst, ja. Den ganzen nicht kontaktieren. Ganz vergessen. Du kontaktier lieber mich, da ist die Chance höher, dass ich sie weiterleite. Ja, aber sonst theoretisch... YouTube-Kommentare ist das Beste, weil du ja nachdem, was du halt machen willst. Ganz selten guck ich mal Instagram-Messages durch. Ich guck die öfter durch. Ja. Ich bin die Instagram-Manager, sondern ich guck die so ab und zu, guck mir die an. Und wenn da was cooles ist, dann da ist es ihm und sonst... Brauchen Sie etwas, Sir? Sehen Sie sich das an. Ich habe es am alten Turm gefunden. Warum zeigen Sie es mir, Sir? Nun, ich habe es Bates gezeigt und er meinte, ich solle mit Ihnen sprechen. Wissen Sie etwas darüber? Ich mache doch mal ein Gespräch, Sir. Ich wüsste nicht, weshalb. Sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem meinte er, Sie hätten am Nachmittag die Sträucher in dem Bereich geschnitten. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Ding habe ich nichts zu tun. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir nur, was Sie darüber wissen. Das ist alles. Na schön. Aber Sie müssen versprechen, es Madame nicht zu sagen. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Natürlich. Nun reden Sie schon. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber sowas ähnliches habe ich in der Nähe gefunden. Haben Sie es bei sich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich... Ich habe es verpfändet. Ich war pleite. Verpfändet? Es sieht nicht besonders wertvoll aus. Naja, vielleicht nicht das, was Sie da in der Hand haben. Sehr, sehr wahrscheinlich. Aber in dem, was ich gefunden habe, war ein wunderschöner Edelstein. Ein Rubin, würde ich sagen. Wo haben Sie es verpfändet? Bei dem alten Murray. Wo sonst? Es ist ein Glück, dass Sie es mir noch rechtzeitig gesagt haben. Geben Sie mir den Pfandschein. Dann löse ich das Objekt aus. Aber ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufbewahrt habe. Henry, es ist sehr wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber Sie halten sich doch an Ihr Versprechen, oder? Es bleibt doch unter uns, Sir. Wir werden sehen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Henry, kommen wir wieder zu diesem Pfandschein. Ich wusste, dass Sie darauf zurückkommen, Sir. Aber glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich nicht. Sie haben das Geld gebraucht, also haben Sie den Pfandschein praktischerweise verloren. Nun ja, ich brauchte das Geld, nicht den Schein. Ich hatte eigentlich nicht vor, das Ding auszulösen. Jemand könnte sich dafür interessieren, wo ich das Ding gefunden habe. Und ich könnte meinen Job verlieren. Sie werden ihn mit Sicherheit verlieren, wenn Sie mir diesen Schein nicht geben. Aber ich habe ihn doch nicht. Sie haben versprochen, dass das unter uns bleibt. Henry, Sie müssen sich im Klaren sein, dass mir das sehr wichtig ist. Sie müssen mir diesen Schein besorgen. Sie müssen mir wenigstens mal suchen. Henry, dieses Bild hinter uns. Wann hat William das gemalt? Das ist lange her, Sir. Zu einer Zeit, als er noch in den Garten ging. Madam gab mir die Anweisung, es hierher zu bringen. Also habe ich mich darum gekümmert. Das ist mir die Nase. Sir William war wirklich begabt. Finden Sie nicht auch, Sir? Ja, das war er. Ich will Sie nicht länger stören. Wann, wie geht das? Kann man ihm Geld anbieten? Ich habe es nie probiert, glaube ich. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da kann man so gut mit ihm interagieren. Ne. Schade. Da ist ziemlich viel Geld drin. Leider nicht. Mann. Wir können sehr oft im Spiel einfach suchen, Leute zu bestechen. Das ist immer sehr abgefuckt davon. No, ich kann mal bestechen, das weiß ich. Ja. Oder man kann es versuchen. Am besten ist der Butler in Wales, wo man ihm seinen Ausweis zeigen will. Man denkt ja, man macht das mit den Portenmodellen. Versucht man zu bestechen, um reinzukommen. Äh, wir können... Ne, wir gucken mal, ob die schon rauskommt. Vielleicht geht's jetzt, ja. Wir haben jetzt nicht mit Henrice redet. Ne, mit dem Stall. Moris. Maus. Wir gucken mal. Guck aber noch mal mit K... Ah, geht. Umland von Black Mirror. Geht's? Willow Creek? Ja. Ja. Oh, Willow Creek ist fantastisch. Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war. Tja. Es ist schon so lange her. Aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? Einige Jahre. Einige Jahre. So was haben wir alles Schönes. Die Treppe zum Wasser. Es wäre leichter, die Brücke zu benutzen, um den Fluss zu überqueren. Die sind so schlimm. Aber die sind süß. Darin schwimmt eine Menge Schmutz. Wer das wohl ins Wasser geworfen hat? Wie die sind... Oh, wie sich da reinkuschelt in den Kopf. Der Kopf wärmer ist. Die Stufen der Treppe sind feucht und glitschig. Wenn die hier drauf gehen. Die Musik ist creepy und gemütlich zugleich. Das ganze Spiel ist creepy und gemütlich zugleich. Ja. Sie muss Jahrhunderte alt sein. Jahrhunderte. Sie sieht nicht aus, als würde sie noch lange überdauern. Kleine. Die Umlauf wird verlassen. Sicher nicht. So, seid ihr bereit, neue Charaktere kennenzulernen? Es ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, wer dort lebt. Und wegen EP-Solder. Wie dem die Camer ist am Schlafen. Ist es zu EP? Für performen. Für die Kamera. Ein EP-Solder. Ein EP-Solder. Ein EP-Solder. Ein Verschlafungskätzchen. So. Zum Papp. Also, gut mal. Kann ich quatschen mal mit Junge. Wie heißt du? Hallo, wie heißt du? Sag ich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Meine Mama hat es mir verboten. Verrätst du mir denn deinen Namen, wenn ich dir meinen sage? Nein, ich kenne dich nicht. Hast du Bonbons dabei? Vielleicht Schokolade? Wir wollten negativ sein. Was passiert denn dann? Wir müssen es probieren. Ich meine, wir haben Schokolade dabei. Komm, probieren wir es mal. Leider nicht. Oh. Schade. Ich esse gern Bonbons. Okay, wir müssen. Hier. Ich habe gelogen. Willst du ein Bonbon? Klar, gerne. Sind es Schoko-Bonbons? Nimm die scheiß Bonbons. Ich weiß es nicht genau. Ich heiße Samuel Gordon. Sagst du mir auch, wie du heißt? Ja, warum nicht? Ich heiße Vic. Was geht? Weißt du, ob es hier irgendeine Neuigkeit gibt? Ich war schon lange nicht mehr hier. Hm, eigentlich nicht. Hier ist nie viel los. Dieses Dorf ist furchtbar langweilig, weißt du? Ich verstehe. Kann ich jetzt wieder spielen gehen? Natürlich. Pass auf die Fenster auf. Ja, keine Sorge. Aber vor allem eine Frage. Vic. Hast du schon mal den Mann auf diesem Foto sehen? Wenn wir ihn gesehen haben, das Bild ist viermal so alt wie er. Nein, ich glaube nicht. An den hätte ich mich bestimmt erinnert. Er sieht ziemlich doof aus. Warum suchst du ihn, Samuel? Bist du mit ihm verwandt? Pass bloß auf, was du sagst. Oh, Samuel. Hey, war doch nur ein Spaß. Oh, baby. Hallo. Nein. Nein. Ja, er will uns seinen Namen nicht sagen. Aber wenn wir Süßigkeiten haben, dann ist alles super. Ich habe nichts mit ihm zu besprechen. Gucken Sie Sachen an und dann in den Pappen rein. Dreckiges Wasser steht bis zum Rand. Vielleicht benutzt es Harry, um Regenwasser aufzufangen. Ja, ja, der Harry. Komm. Hör rein. So. Tom oder Harry zuerst. Von den beiden Legenden. Tom, ey. Tom. Tom ist der Legende. Ja. Hallo. 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 Wie lange sitzen Sie schon da? Ein paar Stunden, schätze ich. Warum wollen Sie das wissen? Sind wir unfreundlich wieder? Natürlich. Können Sie die ganze Zeit nicht vorholen. Ich habe meine Gründe. Ich habe meine Gründe. Schon gut. Warum setzen Sie sich nicht und trinken mit mir ein Bier? Harry scheint heute nicht sehr gesprächig zu sein. Ich habe nicht so viel Zeit wie Sie. Was meinen Sie damit? Ach, nichts. Ich habe bloß keine Zeit. Na, dann stehen Sie hier nicht quasselnd rum und sparen Sie sich ein bisschen Zeit. Sagen Sie, gibt es irgendwelche Neuigkeiten im Dorf? Hier? Nein. Ehrlich gesagt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann es hier Neuigkeiten gegeben hat. In Willow Creek ändert sich nie etwas. Das ändert sich. Auf dem Weg hierher sah ich einen Angler. Kennen Sie ihn? Der alte Jim. Natürlich kenne ich ihn. Den Angler. Er ist mein Onkel. Mütterlicherseits. Sitzt der immer da mit der Angelrute? Er scheint den ganzen Tag da zu sitzen. Ja, der Ober. Oh ja. Er ist der geduldigste Mensch, den ich kenne. Er sitzt stundenlang auf diesem Steg. Ich würde es nicht eine Stunde aushalten. Sie haben ja auch nicht all so viel Zeit wie sie. Da ist ziemlich viel Geld drin. Harrys Stammgast. Na gut. Einmal mal speichern hier. Ich habe mal einen zweiten. Fremd zwei. Ich habe keine Zeit, aber viel Geld. Ja. Harry. Guten Morgen. Hallo, Sir. Ich war schon lange nicht mehr hier. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber eigentlich gibt es nicht viel Neues. Moment mal, Sie kommen mir bekannt vor. Kenne ich Sie vielleicht vom Weihnachtsfest? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne Sie. Ich kann mir Gesichter nämlich gut merken, wissen Sie? Oder vielleicht vom Erntedankfest? War es da? Hören Sie, ich... Ja, ja, ich weiß. Wahrscheinlich haben Sie noch eine Zeche bei mir offen und wollen nicht, dass ich Sie erkenne, was? Ich habe keine Schulden bei Ihnen, Harry. Sagten Sie Harry? Tom, dieser junge Mann hier nennt mich Harry, behauptet aber, mich nicht zu kennen. Ja, der Stream wird unten, natürlich. Den kannst du noch nachher schauen. Niklas, dankeschön. Thank you. Ne, jetzt los. Lassen Sie sich nicht auf den Arm nehmen, Sir. Das versaut er bei jedem Fremden, seit ich denken kann. Ich habe nur... Ist es ein Problem, mir die Schulden zu zahlen? Harry. Es wäre keins, wenn diese Schulden nicht erfunden wären. Ach, ausgerechnet du sagst das. Soll ich dir deine Zeche für den letzten Monat zeigen? Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Ich habe diesen jungen Kerl hier nur verteidigt, weil er ein Fremder ist und deine Tricks nicht kennt. Alles Arschwecken am Dorf. Okay, mir reicht's. Noch ein Wort von dir und du bekommst nicht mal mehr ein Wasseraufpump. Und ich will dir was sagen. Du bekommst nichts mehr von mir, bis du deine ausstehenden Schulden bezahlt hast. Ach, komm, Harry. Sei doch nicht so. Hören Sie, wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen, wer ich bin. Klingt gut. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon, der Sohn Randall Gordons vom Schloss Black Mirror. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht, aber ich kam gar nicht zu Wort. Okay. Nun, das ist aber eine nette Überraschung. Ein Gordon ist hier immer willkommen. Dankeschön für mein Endeschieb. Also, was darf ich Ihnen anbieten? Heute steht Wildbrett auf der Speisekarte. Zusammen mit einem kühlen Bier. Nein, danke. Vielleicht später. Ich würde aber gerne ein paar Fragen stellen. Aber sicher. So, ein paar Fragen. Über... Harry, bis wann haben Sie geöffnet? Tja, kommt drauf an. Normalerweise bis ziemlich spät am Abend. Sehen Sie, ich schlafe nicht viel und wenn ich nicht beschäftigt bin, langweile ich mich schnell. Aber am späten Abend ist hier nicht viel los, oder? Für gewöhnlich spiele ich Karten mit Tom hier. Oder ich spiele Schach gegen mich selbst. Oh, Sie spielen Schach? Ich würde sagen, ich habe durch diese langen Abende gelernt, gut zu spielen. Dann sollten wir irgendwann gegeneinander spielen. Oh, ja, das ist ja... Gern. Das Gleiche nochmal? Ich erinnere mich, dass William mit mir herkam. Ja, das weiß ich auch noch. Er war ein guter Pokerspieler, wissen Sie. Hatte unglaubliches Glück bei den Karten. Er hat uns oft richtig abgezockt. Der ist nur reich, weil er geizig ist. Aber danach alles zurückgegeben. Nee, nee, gleich, gleich haben die richtig in Spendierhosen. Ja, er war ein netter Kerl. Das wirst du gar nicht glauben. Es war richtig schade, dass er irgendwann nicht mehr gekommen ist. Hm. Warum kam er nicht mehr? Wer weiß. Wir haben uns alle gut verstanden, aber seit einem halben Jahr hat er sich nicht einmal blicken lassen. Naja, es ist schon eine Entfernung. Und in seinem Alter... Nee, ich würde nicht sagen, dass das der Grund war. William war ein zäher alter Herr. Aber ich sage Ihnen eines. Ich habe gehört, dass er das Schloss gar nicht mehr verlassen hat. Und sich nur noch im alten Turm eingeschlossen und in alten Büchern gelesen hat. Wo haben Sie das gehört? Einen kleinen Nepp. Ich bin Wirt. Was erwarten Sie? Was haben Sie sonst noch gehört? Nichts. Aber vielleicht weiß Mark etwas. Er hat früher in den Schlossgärten ausgeholfen. Wo finde ich ihn? Normalerweise wäre er bis jetzt gekommen. Also schaut er heute wahrscheinlich nicht mehr rein. Mach nichts. Ich frage ihn ein anderes Mal. Als ob William etwas zu verheimlichen gehabt hätte. Ich muss mehr erfahren über die letzten Monate seines Lebens. Also ja, William war in den letzten Monaten seines Lebens anscheinend nur noch in dem Turm eingeschlossen. Harry, was gibt's Neues im Dorf? Oh, Dinge passieren. Aber viel Neues gibt's nicht. Wie soll ich das verstehen? Na ja, ich höre eine Menge Tratsch. Aber nichts, was der Rede wert wäre. Wissen Sie, hier kennt jeder jeden. Also gibt es nichts Interessantes. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ja, wenn, dann sage ich Ihnen Bescheid. Ja, aber dann kannst du irgendwann nicht mehr wirklich gut. Ja, aber einfach die Schritte... Ja, das feiert er ja klar. Ich kenne auch niemanden, der nicht weiß, wie Schach geht. Doch, ich schon. Ja? So, Quatsch, noch mal mit Tom nochmal. Vielleicht können wir gleich ein Angebot machen. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie nur etwas fragen. Na gut. Aber wie nervig wir sind. Schulden. Seit wann schulden Sie Harry Geld? Das ist meine Sache, nicht Ehre. Oder wollen Sie es vielleicht für mich bezahlen? Soll ich? Naja, ich habe Ihr Gespräch über den alten Sir William mitgekriegt. Wissen Sie etwas, was für mich von Interesse sein könnte? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mein Gedächtnis lässt nach. Es ist wahrscheinlich der Durst. Wissen Sie? Oh, ich verstehe. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich bezahle seine Schulden. Dann frage ich ihn nochmal. Geld drin. So, hier. Brieftasche. Moment, erstmal. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ach, hier nochmal für Niklas, für deine Spende. Hier, für dich. Da ist ziemlich viel Geld drin. Dankeschön. Und wir bezahlen die Scheiße. Alle müssen mit ihm quatschen. Von uns geht's gut. Wie geht's dir? Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Meine Mary kann wunderbar kochen. Das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen. Ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen. Okay, schießen Sie los. Braucht man auch nicht, Tobias. Ich meine, du brauchst du schaffst. Ja. Wollen Sie es sich mit Toms Schulden nicht anders überlegen? Es ist teilweise meine Schuld, wissen Sie? Das würde ich gerne. Aber dann würde er sie nächsten Monat auch nicht bezahlen. Wie heißt es so schön? Wer die Zeche nicht zahlen kann, soll auch nicht trinken. Tja, da ist was Wahres dran. So. Ich habe beschlossen, Toms Schulden zu zahlen. Aber warum wollen Sie das machen, Mr. Gordon? Ich will einfach. Können Sie mir die Summe sagen? Hm. Okay. Wie Sie wollen. Macht 17 Pfund. 17 Pfund. In Ordnung. Hier. Mit der wüsste, wie viel Geld wir haben. Ja. Ziemlich viel Geld. Tja, ich habe keine Ahnung, was Tom Ihnen versprochen hat. Aber Sie sollten ihm lieber nicht glauben. Das geht Sie nichts an. Also, wie sieht seine Zeche jetzt aus? Alles bezahlt. Gut. Zurück zu Tom. Vielleicht weiß der ja was. Oh, Sie sind's schon wieder. Jep. Ich habe getan, worum Sie gebeten haben. Jetzt sind Sie dran. In Ordnung. Ich habe Sie gehört. Ich schätze, Sie haben mir geholfen. Also, was wissen Sie über William? Ich sage Ihnen, was ich gehört habe. Nicht mehr, nicht weniger. Mein Bein ist eingeschlafen. Es heißt, dass Sir William ab und zu nachts die Kirche besucht hat. Ist das alles? Was ist so seltsam daran, dass er in die Kirche ging? An sich nichts. Wenn es nicht immer nach Mitternacht gewesen wäre. Oh, das ist tatsächlich seltsam. Fragen Sie nur den Totengräber oder den Pfarrer. Sie haben ihn beide gesehen. Aber erwähnen Sie mich nicht, wenn Sie sie aufsuchen. Die müssen nicht erfahren, dass ich es Ihnen erzählt habe. Aha. Danke. Genau. So aus Neugierde. Wie geht's denn so? Kann ich klagen. Stresse. Setzen Sie sich doch dazu. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin's gewohnt, allein zu trinken. Den Katzen geht's gut. Der kleine hat die ganze Zeit der Cam dabei. Er ist leider verpasst. Und Lutz schläft da hinten in der Ecke noch. Ja. Ja, der schläft da noch. Und wir feiern jetzt. Sonst würden wir nicht um 19 Uhr live auf YouTube sein. 24.12 Uhr. Ne, wir machen nicht. Wir haben gestern lecker was gegessen. Jodie hat schön gekocht. Sehr gut sogar. Muss man sagen. Freunde, bei einem Restaurant. Mein Restaurant. Kommt ihr alle vor? Würdet ihr bei mir essen kommen? Rosins, Rosinen Restaurant. Würdet ihr bei Jodie's? Bei Jodie's. Machst du auch so ein Pub auf? Ja. Süß. Ja. Überall stehen Bücher rum. In Willow Creek. Die Welt gibt's in Sims. Ich muss mit Mark sprechen. Sie kennen einander wahrscheinlich. Ja, wir kennen einander schon seit Jahren, aber er ist heute nicht da. Wissen Sie, wo er arbeitet? Ich möchte ihn gerne besuchen. Mark arbeitet nur, wenn es sein muss. Er hat keinen festen Job. Aber versuchen Sie es beim alten Murray. Oder bei Dr. Herman. Er arbeitet gelegentlich für beide. Na gut. Ja, mach ruhig. Ich bin später auch noch am Streamen, glaube ich. Ich bin auch hier. Ihr würdet alle bei mir essen kommen. Ich wäre doch eingeladen. Wenn ich eingeladen werde, immer. Aber falls ich ein Restaurant habe, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kellnern trinkt. Wir nicht, aber meinen Kellnern. Die haben das betrifft. Ich würde für euch alle kochen. Ich würde für andere kochen, wenn ihr euch so geile Sachen kochen. Nie bekommen. So, wir haben gelernt. Unser Urgroßvater war anscheinend in den letzten Monaten fast nur eingesperrt im Turm. Und aus irgendeinem Grund sehr oft in der Kirche, über die wir auch das Buch da gelesen haben. Wir müssen da auch mal kurz nachkommen. Können wir da jetzt schon hingehen? Ich kann jetzt nicht gehen. Ich bin da dann als so guten Elementor. Nee, bei mir wird das gemütlich. Da steht überall Buch da rum. Ich habe keine Frage an ihn. Ich kann einen Kaffee trinken, lecker essen. Können wir den Jungen bestechen. Ich mag geile Kürbessuchen. Das stimmt. Ich mag geile Tomatensuchen. Warte, war der Angler. Können wir quatschen mal mit dem. Ich warte, war hier rechts. Ja. Hallo. Angler. Fisch. Wie beißen die Fische heute? Heute werde ich einen dicken Fisch angeln. Dicken Fisch angeln. Hoffe ich. Wenn es nur regnen würde. Sie meinen wegen der Fische. Da tauchen wir aber regnen. Gar nichts. Gestern hatte ich mehr Glück. Die Fische sind zu schlau. Sie wollen nicht aus dem Wasser. Nun, das überrascht mich nicht. Ich habe es nicht. Vorhin hatte ich einen riesen Fisch angeln. Aber in letzter Sekunde ist er mir entwischt. Ich hatte ihn fast an Land gezogen. Aber dann bin ich leine gerissen. Die wasser und ältesten sind richtig schlau. Sie schwimmen zum Boden in die Pflanzen und warten, bis die Leine reißt. Das stimmt. Warum angeln sie nicht weiter draußen? Mein altes Boot ist leck. Außerdem mag ich lieber so angeln. Viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Danke. Wir müssen jetzt gehen. Hoffentlich fängt es bald an zu regnen. So, der eigentliche Grund, warum wir in der Stadt waren, ist, weil wir zu dem alten Nuri wollten. So alt ist sie noch. Ne, hier geht's noch. Hier ist er. Ja, eben wenn man mal bedenkt, dass er drei Regen fliegt. Ja. So alt schon, wenn wir hier sein. Ja, hier ist es noch alt in Ordnung zu sein. Mein Kamerad. Hallo Kamerad. Kamerad. Servus. So. Murrays Pawn Shop. Ich hab das noch gar nicht da. Mal gucken. Ah. Das ist das Beste, wenn du irgendeine Community hast. Man kann jede Frage stellen. Es gibt immer irgendwie eine für jede Frage, was Neues. Stimmt schon. Aber wer weiß, ob das nicht schon seit einer Woche da hängt. Nach meinem Nett wünschen Ende. Gute Idee. Danke für deine Idee. Und Würmer kriechen bei Regen nach oben. Bestimmt. Good bait. Verschiedene Kleinigkeiten. Porzellanfiguren. Golduhren. Ja, aber die kannst du dann ins Bait halt einfach aus der Erde nehmen. Hauptsächlich wertloser Plunder. Nee, nee, aber du kannst die halt einfach in die Hand nehmen. Kriegst halt schneller als... Ich mein deswegen... Achso. ...beißen die Fische ja nicht besser an sich. Dann hast du halt auch noch besser über Plunder. Also ja, die beißen natürlich schon auch, was ich meinte. Fische an sich denke ich ja nicht an. Ja. Ja, Blade Mirror ist fantastisch. Wir haben auch alle Teile mehrmals durchgespielt. Selber, äh... Comfy Weihnachtsstream. Für alle, die spielt vielleicht noch nicht gern. Oder vielleicht gern. Ich finde, das Spiel kann mir irgendwie mehrmals durchgehen. Hier wird Nuri vermutlich alles weg, was er nicht mehr braucht. Ja, gut. Krieg ich nochmal einen Klopf? Das Geschäft ist gespielt. Ja. Das Geschäft ist gespielt. Ich glaube, wir müssen Fragen empappen. Was meine ich? Was war hier eigentlich nochmal drin? Ich meine, da ist später das Museum drin. Anwalt Daveson, Williams' bester Freund, hat hier gelebt. Ja, kann auch sein. Er ist fortgezogen, lange bevor Catherine starb. Er hat immer gesagt, dass er es hier als Anwalt zu nichts bringen würde. Daher beschloss er mit seiner Familie, das ist super atmosphärisch. Na gut. Nochmal? Ich habe keine Ahnung, wer heute das Haus der Davesons bewohnt. Was sehe ich denn? Ich habe ein Ohr. Ich glaube, ein Ohr. Ich habe ein Füßchen, ne? Hey, ich muss jetzt gucken, wie das ist. Ich habe da drin nichts zu... Kommst du mehrmals probieren? Nö. Lässt dir das keine Ruhe? Nee, ich muss das jetzt ein. Nee, das ist fertig. Es macht niemand auf. Äh, das Remake haben wir nie gespielt. Ich glaube, das ist doch ziemlich Mist, leider. Ja, Jolie hat es für 10 Minuten gespielt. Ich glaube, es ist auch kein Remake, oder? Die Tür ist abgeschlossen. Eine Brosche ist so ein Anhänger. So ein... Ja. Ja. Eine Art Medaille, nur für was auch immer. Gebäude. Merry Christmas, Rupte und Jodie. Merry Christmas. Merry Christmas zurück. Ich erinnere mich, als der alte Mr. Fenton starb, war niemand mehr da, der den Fischmarkt übernehmen wollte. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Und es interessiert mich auch nicht. Es interessiert ihn auch nicht. Den Herren. Es juckt ihn scheißdreck. Ob der Vic weiß, wo der Murray ist? Ich glaube nicht. Boing. Aha. Doch, wir können fragen. Vic, hast du Murray heute gesehen? Sein Geschäft ist geschlossen. Was kümmert mich sein Geschäft? Wieso? Hast du Schwierigkeiten mit ihm? Naja, der alte Mann mag es nicht, wenn ich vor seinem Laden rumhänge. Oder besser gesagt, wenn ich vor seinem Schaufenster rumhänge. Keine Ahnung, was er dagegen hat. Tja, ich glaube, ich weiß es schon. Oh. Ich habe gesehen, wie er heute Morgen wegging. Hast du eine Ahnung, wann er zurückkommt? So wie der angezogen war, wollte er in die Stadt. Also kommt er wahrscheinlich vor morgen nicht zurück. Na gut. Verdammt. Was war das? Was ist das hier? Ein Ball? Vic? Ich weiß, dass du das warst und ich weiß, dass du mich hören kannst. Vic, die kleine Sau. Warte nur, bis ich dich erwische. Ich hau dich windelweich. Verdammt, jetzt muss ich dieses Durcheinander aufräumen. Ich vermute, dass Vic sich hier eine Weile nicht mehr blicken lässt. Ja, ich glaube, die haben geguckt, ob es ankommt. Ich glaube, es kam so beschissen an und wurde so schlecht gereviewt, dass da nichts Neues mehr dazu kommt. Vielleicht in ein paar Jahren oder sowas. Mal gucken. Gib dem Jungen deine Pillen. Wir bestechen den damit. Können wir ihm helfen mit dem Glas oder so? Oder irgendwie Fragen wegen Murray? Aber ich glaube, wir wissen schon alles, was wir wissen wollen. Hallo? Was darf es sein, Sir? Ich habe ein paar Fragen an Sie, kann ich reden. Sicher, fragen Sie schon. Ich habe ein geschlossenes Leihhaus gefunden. Hat es je auf? Aber sicher, der alte Murray würde seinen Laden nie ohne Grund zumachen. Wahrscheinlich musste er dringend etwas erledigen. Eine private Angelegenheit vermutlich. Sie mögen ihn nicht besonders. Ihn mag niemand besonders. Jeder weiß, dass er ein alter Halsabschneider ist. Das Einzige, was ihn interessiert, außer seinem alten Trödelladen, ist, Leute über den Tisch zu ziehen. Aber was kann man schon von einem alten Geizhals erwarten? Na gut. Hallo, Sir. Wollen Sie sich dazu setzen? Nein, ich kann wirklich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin es gewohnt, allein zu trinken. Dann bis später. Bis dann. Wir stellen Sie einfach neben Ihnen und beobachten ihn. Und das war's. Okay, können wir... Ja, können wir gehen. Okay. Oder wir können zur Kirche gehen auch schon. Ich glaube, Mistbeam, wenn wir dann da sind, Leute. Die Glocken... Dann gehen wir erstmal da und gucken da alles durch. Ich meine, das passiert da. Die Kirche? Die Charkirche von Wormhill. Oh Gott, ja. Okay, wir gehen erstmal hinten hin. Äh... Ich glaube, die sind... Wir werden nur einen angucken. Aber ich glaube, die sind wirklich da. Ich glaube, ich sage das schon Grabstehen. Die in den Stein eingemeißelten Namen sind nicht mehr lesbar. Ja. Also, Williams Grab. Oh. Hallo. Hallo, hallo. Willkommen. Gruft. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Wer weiß das schon? William wird auf ewig in diesem kalten Grab ruhen. Ich werde die Wahrheit aufdecken. Und wenn ich dafür durch die Hölle muss... Der Mann hat was vor. Der hat was vor. Der hat eine lange Nacht vor sich. Okay. 1981 ist es also. Gut zu wissen. Lange. Kein Stress. Du kannst viele Runden spielen. Also, ich mache gleich einen Napp. Aber je nachdem, wie du magst, ist es so. Ja. Ich mache aber auch nur kurz Runden. Das ist M. War so ein Bauernapp. So ein Stündchen. Bauernapp, Stündchen. Ich mache gleich noch ein Käfchen. Das Grab von Jeremy Gordon. Wer war Jeremy Gordon nochmal? Weiß auch nicht. Irgendeiner. Heißt du eine Opa oder nicht? Warte, ich habe doch einen Stammband. Oh, ja. Ich kann ja nachfragen. Warte, zack. Ich gucke jetzt. Okay, ist nichts. Na gut. Das hier ist Friedhof in Kirche, auf der unser O-Großvater anscheinend sehr oft in den letzten Monaten gewesen ist. Warum auch immer. Mysteriös. Jeremy ist entweder der Vater von William oder von Victoria. Okay. Alter Mann. Haupteingang. Der Haupteingang ist geschlossen. Er wird nur sonntags geöffnet. Ich muss den Seiteneingang benutzen. Wo dieser Weg? Der geht man sehr oft, sehr lang, sehr langsam. Aha. Totengräber. Wie heißt der nochmal? Mark? Guten Tag. Ich glaube mal, haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja. Ja. Ist wirklich sympathisch. Der mag kein Leute. Der mag keine Leute. Ich habe es nie eilig. Im Gegensatz zu allen anderen hier. Ich bin an der Geschichte dieser Kirche und dieses Friedhofes interessiert. Ich glaube, Sie sind der richtige Ansprechpartner. Vielleicht. Ich arbeite seit vielen Jahren für Pater Frederick. Frederick. Ich kenne alle Namen auf den Gräbern. Was wollen Sie wissen? Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen. Aber Sie könnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Könnte man nicht ganz ausschließen. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ich bin für alle nur der Totengräber. Pater Fredericks Totengräber. Und es macht mir nichts aus. Sie sind ein Gordon, richtig? Ja. Samuel und Gordon. Also sind Sie der Enkel von dem alten Mr. William? Ja. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Natürlich. Kannten Sie William? Nein, nicht persönlich. Aber ich habe ihn ab und zu gesehen. Er hat manchmal die Kirche besucht. Wie oft? Nicht so oft. Aber wenn er kam, hatte er es inner eilig. Als ob er wüsste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hab er je mit Ihnen gesprochen? Nein. Wie gesagt, ich kannte Ihnen nicht sehr gut. Aber er hat mit Pater Frederick gesprochen. King of Queens, genau. Das ist seine Stimme. Das mache ich. Danke. Ich habe gehört, dass Sie manchmal gesehen haben, wie William am späten Abend zur Kirche kam. Stimmt das? Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wichtig. Also, stimmt es? Nicht seine Stimme, die Stimme vom Totengräber. Ich will keinen Ereger. Er ist die Stimme von Johnny Depp, ja. Aber der Totengräber. So richtig weiß ich nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Aber da Sie ein Gordon sind, sage ich Ihnen, was ich gesehen habe. Alle, die den alten Sir William kannten, hielten ihn für einen Spinner. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kannte ihn englisch. Das soll keine Kränkung sein. Und später, als er niemanden mehr sehen wollte, ging es mit dem Tratsch so richtig los. Und ich sage Ihnen das nur, damit Sie das, was ich Ihnen als nächstes erzähle, nicht für eine Erfindung halten. Reden Sie weiter. Das erste Mal habe ich ihn hier vor sechs Monaten gesehen. Ich saß in meiner Hütte, wollte gerade ins Bett. Da habe ich ein Licht gesehen. Jemand ging auf die Kirche zu. In den 20 Jahren, die ich hier arbeite, ist niemand so spät am Abend gekommen. Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Ich sah, wie jemand in einem dunklen Mantel gehüllt zwischen den Gräbern auf und abgehend. Er hatte was vor. Er ging tief gebeugt. Er suchte etwas. War es William? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, wer es war. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Er war ungefähr 20 Minuten lang hier, lief herum und murmelte vor sich hin. Was hat er gesagt? Tja, ich habe ihn aus der Ferne beobachtet. Es war nicht zu hören. Und was passierte dann? Die Kirchentür öffnete sich und er ging gleich darauf zu. Ich bin ihm vorsichtig gefolgt. Pater Frederick stand in der Tür. Es kam mir so vor, als hätte er diese Person erwartet. Erst dann erkannte ich, dass es Sir William war. Ich war jetzt nahe genug, um seine Stimme zu hören. Er und der Pater führten ein langes Gespräch. Und dabei fuchtelte Sir William wild mit den Händen herum. Schließlich gingen sie hinein. Das war alles, was ich gesehen habe. Wissen Sie sonst noch etwas? Ich stecke meine Nase nicht in andere Leute Angelegenheiten. Aus dem Dürfen Krieger. Na gut. Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich habe es Ihnen nur gesagt, weil Sie Sir Williams Enkel sind. Jetzt gehen Sie bitte. Ich muss meine Arbeit hier zu Ende machen. Warum hat William sich mitten in der Nacht mit Pater Frederick getroffen? Bis wir gehen, jetzt müssen Sie jetzt ein bisschen kutschen. Dieser Moment. Was können Sie mir über ihn erzählen? Pater Frederick ist der gütigste Mann, den ich kenne. Er hat mich als weise aufgenommen und wie einen Sohn aufgezogen. Dafür werde ich ihm bis ans Ende meines Lebens dankbar sein. Und ich werde hier sein, um ihm zu helfen, solange ich kann. Aber wenn Sie mit ihm reden wollen, werden Sie warten müssen, bis er vom Besuch in der nächsten Grafschaft zurückkommt. So viele Leute sind gerade weg. Ich verstehe. Danke. Ei, ei, ei. Sagen Sie, wie alt ist diese Gemeinde? Niemand weiß das Alter genau. Aber Friedhof und Kirche sind viel älter als alles andere hier. Vor langer Zeit hat man hier Ketzer beerdigt. Es heißt, dass es unter dem Friedhof ein Tunnelsystem gibt, wo die Seelen der Unschuldigen umherwandern und nach einem Ausgang suchen. Das glaube ich auch. Ja. Ja. Zum Beispiel? Tja, es ist lange her. Aber vor einigen Jahren hörte ich etwas wie die Stimme eines Kindes in der Entfernung. Es hat gestöhnt. Und Verse gesungen. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Aber dann konnte ich meine Neugierde nicht zähmen. Da bin ich nach draußen gegangen und habe es gesucht. Ich bin der Stimme gefolgt. Aber je näher ich kam, desto leiser wurde die Stimme. Vielleicht war es nur ein Kind, das in der Nähe gespielt hat. Um zwei Uhr früh? Das glaube ich nicht. Außerdem, sehen Sie sich um. Hier sind überall Gräber. Hm. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, was es war und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht mal, warum ich Ihnen das erzählt habe. Haben Sie die Stimme je wieder gehört? Oder etwas Ähnliches? Ich habe Ihnen schon genug gesagt. Erzählen Sie niemanden davon. Ich möchte nicht wie ein alter Narr dastehen. Ich kann Ihnen nur noch irgendwas anquatschen. Was war das? Kein Stress. Du musst die Animation erst mal anfangen, wieder aufhören und dann können wir mit ihm reden. Ich möchte nicht reden. Also, wiedersehen. Okay. Können wir mit in die Kirche rein? Ich glaube nicht. Wir müssen warten, bis Murray zurück ist. Bis der Part zurück ist. Und bis das Paket zu uns kommt. Dafür müssen wir... Oh Gott. Bis das Paket triggert, muss man eine ganz bestimmte Anzahl von Sachen in der richtigen Reihenfolge machen. Ich weiß, das war stressig. Okay. Ich kann jetzt nicht gehen. Ne, wir müssen hier bleiben. Okay, was machen wir denn hier? Können wir ihm vielleicht das Bild zeigen? Ne. Können wir ihn bestechen? Ne. Scheiße. Dann müssen wir... Ich kann jetzt... Rechtsklick auf den... Pater Fredericks Tod... Ne. Vielleicht noch irgendwas an einem Friedhof. Das kann sein. Der ackert wirklich hart. Der ist nur am arbeitenden Typ. Das manchmal in Papensacken einfach nur... Bombenstimme. Geht's ja. Ne. Dass er nicht mit anderen Leuten reden will. Hilft das, wenn man heißer ist? Ich glaube nicht. Schöne, wir haben versucht. Na gut, dankeschön. Ne. 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 Das will ja auch nicht mehr. Seine Äste breiten sich traurig über die Gräber aus. Ey, ich glaube nicht, dass es hier was war. Aber ich gucke trotzdem mal alle Gräber an. Du musst Bates umbringen, damit er was zu tun hat. Nein. Das wird sein. Das ist ein Name. Viel Spaß mit Baldur's Gate 3. Weihnachtsgeschenk vom Freund. Oh. Good shit. Da ist es hier. Ich kann nichts machen. Ne. Ne, ne, ne. Bei der hast du links bei der Familie gekommen? Ah hä? Ich hab doch... Ach so, ich hab das. Äh, da war ich schon. Okay. Ja doch, guck mal. Wir können jetzt zu einem anderen Screen springen. Jetzt geht's. Wow. Dann muss man ein bisschen weiterkommen im Spiel. Dann geht's erst. Schön. Können wir ein bisschen Zeit sparen. Wenn wir rumreisen. Können wir vergehen jetzt? Ich kann jetzt nicht. Sollen wir was zur Kirche sagen nochmal? Williams Todesanzeige. Sollen wir die zeigen vielleicht? Oder war daneben noch irgendwas? Wenn rein können wir nicht. Will er jetzt wenigstens quatsch? Und warum sollte er? Darf ich sie stören? Ja, okay. Entscheint ja. Nur kurz. Ich habe viel zu tun. Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein. Ist er jetzt zurück? Es ist eine lange Fahrt von Windshire hierher. Vor morgen kommt er nicht wieder. Morgen. Alles morgen. Ich würde gerne... Sie würden gerne in die Kirche. Aber ich habe schon gesagt, das geht nicht. Jetzt gehen sie. Das hier muss ich vor Einbruch der Dunkelheit erledigen. Es ist sieben Uhr. Ding Dong. Wir kriegen unser Paketchen. Es ist sieben Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Machen wir lieber mal. Wenn Herman sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf mich. Grüß dich. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe. Stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja. Geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um sieben an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das. Dann kann ich gehen. Warten Sie einen Moment. Und sind Sie Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut. Dann bis dann. Wiedersehen. Anstrengender Typ. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Hoffe ich auch. Nimm dein Paket, Kollege. Was ist da denn drin? Darin sind nur eine Uhr und ein paar Habseligkeiten. Schön. Ich mache sie auf. Hier hat William irgendetwas angemerkt. Eine Notiz. Für meinen vergesslichen Kopf. Der Weg zum Schlüssel beginnt in der Bibliothek. Bei meinem Schreibtisch. Versteckt unter dem blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte. Versteckt unter dem blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte. Eieieieiei. Was das wohl ist? Was das wohl ist? Das ist schon nicht auf dem Zettel draufgemalte. Können wir importen von dir aus? Ja. Schön. Bibliothek. Da. Oh nein, jetzt kommt das Rätsel. Ich bin gespannt, ob jemand im Chat das weiß. Du hast doch deine Esel. Nein, das weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas mit mein Vater. Irgendwas Sonntag. Sieben. Neuen Planeten. Irgendwie sowas. War das überhaupt hierfür? Ja. Das Problem ist aber auch, das war von der Erde aus weg. Weiß ich nicht. Ne, wir gucken gleich mal. Wir müssen erstmal gehen. Aber jetzt kriegen wir erstmal den Schlüssel da drin. Ne, wir kriegen die Mormen da unten drin. Unter dem Tintenfass. Unter dem Tintenfass ist ein Knopf. Ein Knopf. Ich versuche ihn zu drücken. Oh. Katz ihn. Da ist ein Alkohol versteckt. Der alte Säufer. Da ist eine Art Schachtel. Die nehme ich. Aus Hartholz gefertigte Modelle der Planeten unseres Sonnensystems. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Ja. Da ist es. Das schaffst du. Mal gucken. Ja, genau das war's. Jetzt müssen wir gleich gucken, wie... Kann die vorbeilaufen, denn es geht nicht. Mich der Einzige, der unter Black Mirror was anderes vorgestellt hat. Ja. So. Die Spoiler, ne, Leute. Lasst Marc uns doch mal rätseln. Ich kann ja nicht rätseln. Was soll ich da rätseln? Ja, aber... Verlangen mit dem Satz erstmal selber rätseln. Ist okay. Ist besser so. Fertig. Ne, ist ja nicht mehr fertig. Wir müssen hier trotzdem hier die richtige Reihenfolge hinbekommen, wo was ist. Wir müssen mal sehen, was was ist. Schaffst du. Kleineste Blutung. Warte, wo ist jetzt... Stimmt, wir müssen es eigentlich rausnehmen. Ne, ne, ist gar nicht dabei. Neptun. Doch, Neptun ist auch dabei. Illegal. Illegal. Der blaue Vorhang der ungeschriebenen Worte, ja. So, das ist die Sonne. Klautris. Die Erde, wenn wir von außen ausgehen, müsste er dann... Was hat man das denn hier, ne? Wie andersrum? Warte, was ist der dritte? Eins, zwei, drei. So ein Wort ist. Neptun ist ja zu klein. Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich die Venus. So groß ungefähr. Von den Rahmen her. Oder das ganze... Der zweite ist, glaube ich, das. Wir gucken mal. Der Ton ist weit weg. Ist, glaube ich, fast am weitesten weg, ne? Ne, am drittweitesten. Das erkennt sie immer. Das erkennt sie immer. Ja, der ist easy. Ich glaube, das ist der Mars, ne? Der zweite... Der Mars ist irgendwie so rumpf. Ja. Ist der kleine, rote Uranus? Merkur, oder? Merkur? Merkur, Venus... Ja, dann... Markus mit 10. Sehr gut. Der ist mehr... Ich finde der Mars ist scheiß klein, ne? Also relativ. Ich habe das große sehr gut geschafft. 50-50. Uranus ist prima. Das ist ja die letzte Lippe. Was war denn das geworden? Man kann ihn nicht austauschen. Ah, Jesus Christ. Okay. Das ist falsch. Ja, geht nicht. Okay, was ist was? Der Ton ist der drittweiteste. Schade. Schade, schade. Ja, ich glaube Uranus und Neptun sind ganz am Ende. Der Neptun ist am weitesten weg, ne? Neptun müsste der kleinste sein, weil der ist ja nicht ohne Grund rausgeflogen. Oder Uranus. Das sind aber die Blauen und die Grünen, das bin ich mir sicher. Ist das nicht? Ne. Warum ist der dann rausgeflogen, wenn der fucking groß ist? Oder sind die Größenverhältnisse der Schwachsinn hier? Fällt sich aber groß, keine Ahnung. Der Neptun ist doch rausgeflogen, weil er zu klein ist, oder? Ne, das war der Klupe. Stimmt, 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 stimmt. Der dann, der dann aber meint. Der Neptun ist ja noch kleiner als das. Und da ist jetzt hier. Ja, Neptun ist blau, aber das andere ist... Ne, Pluto ist ja gar nicht gut dabei. Ja. Okay, Neptun ist aber der am weitesten draußen, da sind wir schon mal sicher. Und Uranus ist daneben. Das ist, äh, Uranus der Große? Nein, Uranus ist grün. Ich glaube, dann kommt Saturn. Mhm, haben wir. Jupiter ist... Jupiter ist... Ist es das? Ne, das ist wahrscheinlich der Mars. Ja, und das kleine Meer. Ist das der Jupiter? Ja. Und der ist... Mit dem tauschen? Ne, der ist richtig. Der mit dem vielleicht? Okay, Erde in dritter Position schon mal richtig. Doch, der Pluto ist noch dabei. Das ist der winzige. Ist der hier noch mit dabei? Mhm. Ist das noch der Pluto? Entschuldigung, der Pluto hat er ganz nah an die Erde. Ich mach das einfach neu hier. Fertig. Pluto ist der äußerst du. Aber ist ja noch der Pluto mit dabei? Ah, spielt jetzt auch alles. Ja, 2003 oder so, ja. Da war der Pluto noch. Ach, war bei dem Satz? Ist ja der Pluto gar nicht dabei? Planet und doch. Ne, es könnte... Doch. Doch, da ist ja der Pluto noch. Also erstmal ein bisschen verschwinden. Alles ein, zwei da rein, ne? Das ist... Ich kann jetzt rechts klicken, dann reset das automatisch weg. Oh. Ne. Ne, ich meine einmal drauf und dann rechts. Ich finde das ist ein roughes Rätsel. Ohne Internet, ja gut, wenn du kein Lexikon oder irgendwas... Also kein... Das war jetzt zuerst Neptun... Neptun. Überform. Ja. Dann grün, dann Saturn. Ähm... Korb dann schon links, ne, oder? Keine Ahnung. Ich mach jetzt einfach hier, guck mal, ist 50-50. Ja. Oh. Oh. We did it. Wundervoll. Boah, der scheiß Schlüssel. Das war's. Here we go. Das muss Williams Schlüssel sein. Der wurde rausgemobbt. Ich glaube, der wurde wieder reingenommen. Ne, ich glaube nicht wissen. Doch, ich meine schon. Hab ich vielleicht gelesen, dass der jetzt wieder reingenommen wurde. Oh, das ist ein Unsinn, ey. Google das jetzt. Ich meine, der wurde wieder reingenommen. Ist ja nicht ein Zwergplanet oder sowas mittlerweile. Ich glaub, der wurde wieder reingenommen. Der war jetzt für oben, ne? So ein Victoria davon erzählen? Mhm. Hier lang zum alten Flügel. Und? Wie ist der aktuelle Status? Also seit 2006 ist der keiner mehr, aber für ihn wurden dann extra Zwergplaneten. Das ist nur ein Sinn, ey. Gibt's irgendeinen Grund für Klassifizierung? Oder ist es einfach nur ein Fakt? Das kommt nur. Ich meine, der Grund war irgendwie, dass wenn er als Planet zählen würde, würden noch irgendwie tausende andere dazu zählen. Die wollten die nicht alle irgendwie mit ins System nehmen oder so. Aber ich meine, warum nicht? Okay. Ich muss ja nicht jedem irgendeinen Namen geben. Gibt's mehrere Teile vom Spiel? Ja, drei Stück. Äh. Sind alle sehr gut tatsächlich. Weil ich mag den ersten und den meisten nicht. Ne, 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 ne ganz bestimmte Atmosphäre noch. In keinem Schulunterricht haben wir damals zu Planeten gesprochen. Ich glaub, wir schon bestimmt mal irgendwie in der vierten oder sechsten Klasse oder sowas. Aber danach haben wir uns halt irgendwie nie wieder gebraucht. Ich glaub, das nächste Mal, dass ich das Wissen abgefragt hab, war in dem Spiel. Und danach nie wieder. Aber ich glaub, wirklich fünfte oder sechste Klasse war das. Äh, hier. Huhu, rubt in Jodie und chat Merry Christmas euch allen. Jao. Merry Christmas. Leute, seid ihr bereit? Wir gehen in sein Zimmer. Oh, die Tür ist zu. Scheiße. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe Williams Schlüssel auf der anderen Seite der Tür stecken lassen. Offenbar klemmt das Schloss. Weißt du, wo du später glänzen kannst? Beim Sternszeichen rätsel. Das dauert 6 Stunden noch. Ich hab das Gefühl, wie sie da sind. Äh, so, was machen wir denn alles? Äh, aber Symbol-Plantern da laufen. Ne, gut. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Es wird bis heute diskutiert, ob wir kommen wieder an normaler Planeten oder so oder nicht. Man muss da halt... Der schwarze Turm fehlt. Das ist, äh, fragwürdig. Aber man sagt halt, dass theoretisch alles, was ein Himmelskörper ist, der die Sonne umkreist und kein Mond ist, eine anderen Kugelförmige Gestalt hat und seine Umgebung von anderen Himmelskörpern freigeräumt hat. Aber ich mein, die haben eine bestimmte Größe irgendwo noch als Mindestding reingelommen. Deswegen gibt's ja Planeten und Swergplaneten. Ich hab das und die ja dann wechseln. Aber jetzt diskutieren wir uns heute und ob wir am Planeten fällen sind oder nicht. Fragwürdige Entscheidung. Ja, was hat er gemacht? Ja, was hat er gemacht? Der Deckel ist abgeschlossen. Der Deckel ist abgeschlossen. Der Deckel ist abgeschlossen. Aha. Wieso? Hast du noch einen draußen liegen, oder? Wo ist das? Aha. Das ist die. Mehrere mit Notizen beschriebene Schriftrollen. Sie enthalten nichts Nützliches. Ja, den kennst du. Das ist Mr. Johnny Depp. Der Deckel ist nicht zugas. Der Deckel ist nicht zugas. Der Deckel ist nicht zugas. Ich hätt vielleicht nur ein Spiel aus. Ich drücke gleich Alte 4. Ich dachte, mal geht das Spiel genau aus, wenn ich Alte 4 bin. Ich glaub Alte 4 wäre okay. Dann müsste das Spiel beenden, dann hätte ich nur den Speicherpunkt verloren. Wenn du rauszutappen bestellt, dann ist es einfach alles weg. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Uiuiui! Stram 1 Stram 1 Stram 1 Noch kein Eintrag. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Wir haben irgendwann so viele Items dabei. Vorne nach Möglichkeit, komm du mal. Ist die danach? Ja. Wie viel mag ich können das verlegen, würde ich sie auch noch haben. Bitte nicht. der deckel lässt sich nicht bewegen das ist nichts was mir jemals merken würde der deckel lässt sich nicht bewegen der deckel lässt sich nicht bewegen der deckel lässt man nichts geht auf hier massive truhe der deckel ist abgeschlossen das ist ich meine dass wir drin im sekretär das tool werden wir lange benutzen ist lange unser bester freundin in dieser schafffigur ein messer kann man doch etwas zu sagen nein nein gar nichts kleines messer können wir was damit aufmachen schublade sie wird wohl gar nichts ok wenn wir näher rangehen jetzt geht es einfach auf ich dachte eben ging das nicht auf gut und haben probieren dieser titel ergibt keinen sinn das muss ich mir näher ansehen in dem buch ist ein kleiner schlüssel einige seiten wurden ausgeschnitten um einen schlüssel zu verstecken den stecke ich ein da ist ziemlich viel geld in den büchern machen wir die truhe mal auf passt nicht passt nicht nichts passt nicht hier ja ich glaube wir haben was vorgelesen gleich ne doch nicht aber bald alte karten ein globus und ein sechstant wofür hat william das alles gebraucht wird es bald Zeit eine seltsame kugel fühlt sich kalt an sie fühlt sich merkwürdig an sie fühlt sich merkwürdig an sie es ist nicht viel Geld hat in der Kugel eine gewöhnliche Metallmünze da ist ziemlich viel Geld drin ja ist der fertig mit dem Nepp ähm ja so unter der Schublade nämlich total scheiße an der Unterseite der Schublade klebt ein Buch das Tagebuch von William Gordon Williams Tagebuch ausgezeichnet ich mache das eine und mache mir währenddessen Kaffee vielleicht erfahre ich jetzt endlich was in jener Nacht geschah achso willst du nicht mehr 21. März dann gibt es eine Geschichtsstunde Freunde ich bin alt ich weiß dass meine Tage gezählt sind und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben bevor ich diese Welt verlasse ich habe in den letzten Jahren der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut das in meinen Adern fließt gewidmet vielleicht liegt es an den Schüssen Story Auflösung langsam ich frage ob des Schicksals meines liebenden James ein Schicksal das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermurte nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich was das Ziel meiner Suche ist ich darf keine Zeit verlieren 23. März aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren ich habe erfahren dass James nicht der Einzige war der den Verstand verloren hat über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leidenheim gesucht das James jetzt befallen hat wie es scheint gibt es immer wieder gewisse Parallelen als wäre ein perverser Zweck der Hintergrund ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde und zwar alle 200 Jahre könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein die Strafe für ein Verbrechen so schrecklich dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht 5. April ich spüre dass etwas mit mir nicht stimmt ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer endlich holt mich mein alter Wein laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über fünf symbolische Schlüsse ihren Zweck kenne ich nicht genau aber wenn sie mich zur Wahrheit führen muss ich sie finden ich habe beschlossen zunächst die zu suchen die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die unsere Main Quest Männer männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben um zu verhindern dass sie gemeinsam benutzt werden zum Glück besitze ich einen und James Schlüssel zu bekommen dürfte nicht allzu schwer fallen wenn ich das früher gewusst hätte was ich heute erfahren habe hätte ich ihn ihm nicht gegeben laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus Händen der vierte Schlüssel ging an Durkham Gordon der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales eines steht fest ich muss bald nach Wales aufbrechen ich weiß immer noch nicht wo sich der fünfte Schlüssel befindet sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen wenn ich die anderen bekommen habe muss ich auch diesen letzten suchen 15. April ich bin aus Wales zurückgekehrt meine Suche verlief ohne Erfolg es war nicht leicht in die Familiengruft zu gelangen leider gelang es mir nicht das nächste Fragment der Wahrheit zu finden und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren die James und Markus besitzen sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein 21. April was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist kann ich nicht mehr ändern aber ich hoffe zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können der Fluch der auf unsere Familie lastet hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit er muss aus einer Zeit stammen die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred den ersten Gordons ich habe beschlossen an dem Ort an dem Markus ruht nach Antworten zu suchen ich weiß dass ein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß wo er liegt ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus 26. April was auch immer unter Wormhill begraben liegt es ist nicht leicht zu erreichen erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm mit zahlreichen winzigen sorgfältig bearbeiteten Steinen der ganze Sockel ist ein raffiniertes mechanisches Schloss eröffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche ich habe versucht die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern aber es gelang mir nicht mich voll zu konzentrieren ich war zu müde um den Mechanismus richtig einzustellen bevor ich heimkehrte fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen 27. April heute war das Glück auf meiner Seite ich habe den Gang geöffnet der zu Markus Grab führt ich bin mit Sicherheit der erste seit Jahrhunderten dem dies gelungen ist meine Überraschung war groß als ich in das Grab hinunter stieg von Markus Leiche war keine Spur zu finden seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein ich habe die Hoffnung dass die Antwort in den vier Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist möge Weisheit dir den Weg weisen steht in Stein gemeißelt im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt ich bin fast sicher dass das erste Lösungswort Atem lautet ich habe in der Dunkelheit versucht den Text aus den Büchern nieder zu schreiben aber es war leichter ihn mir einzuprägen ich habe auch einen außerordentlichen höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden als ich sie berührte war mir als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren ein seltsames Gefühl 7. Mai vor dieser Nacht habe ich Angst ich habe zwei Tage lang nicht geschlafen und ich höre stimmen ja menschliche stimmen dutzende davon hier geflüstern mein Ohren ist wie das rauschen eines schrecklichen meeres was geschieht mit mir werde ich auch wahnsinnig nein das will ich nicht glauben ich bin so kurz davor die Wahrheit zu finden ist ist das was ihm passiert ist also es gibt seit hunderten von jahren anscheinend ein Flur auf unserer Familie der hängt irgendwie mit diesen fünf Schlüsseln zusammen und unser Großvater hat versucht diese fünf Dinger zu finden ich glaube er hat nur zwei gefunden zwei drei zwei er hat fast den dritten bekommen oder hat drei bekommen ne er hat zwei bekommen hat fast den dritten und eins ist in Wales das hat er nicht gefunden eins ist unter der Kirche hat auch nicht gefunden einen hat er selbst den anderen hat seinen Ziehsohn und das letzte hat er keine Ahnung und dann ist ihm wohl irgendwas passiert kein Kommentar von ihm gut whatever juckt mich doch nicht okay haben wir jetzt dafür brauchen wir den schlüssel weil wir konnten vorher nicht raus ich versuche den riegel hoch zu schieben doch das geschafft das ist okay haben wir hier für den schlüssel der deckel lässt sich nicht bewegen mir ist als hätte ich diese öffnen damit ja ja ich das können wir jetzt noch gar nicht öffnen ich glaube hier werde ich nichts mehr entdecken ich meine ich fühle mich irgendwie seltsam geschafft mein kopf die verpackte animation ist er liegt immer noch eigentlich endlich sind sie aufgewacht langsam haben wir uns sorgen gemacht dass ihnen etwas zugestoßen ist was ist dir passiert samir ich weiß es nicht ich bekam plötzlich höllische kopfschmerzen danach erinnere ich mich an nichts mehr wie bin ich in mein zimmer gekommen bates fand dich bewusstlos auf dem dach boden ja ich wollte oben aufräumen da habe ich sie auf dem boden entdeckt ich bin zu sir robert geeilt und wir haben sie in ihr bett gelegt damit sie sich erholen samuel ich habe dir doch gesagt dass du dich nach einer so langen reise ausruhen sollst vielleicht hattest du recht ich habe keine ahnung was passiert ist ich erinnere mich vage an einen seltsamen traum weiß aber nicht was er bedeuten könnte hauptsache es geht dir jetzt wieder besser ja stimmt am besten du schläfst dich richtig aus diesmal werde ich deinen rat befolgen robert gut dann lassen wir dich jetzt in ruhe wenn es wieder schlimm wird melde dich danke ich fühle mich schon etwas besser kommen sie bates wir lassen samuel ein wenig schlafen ja sir robert hat recht ich sollte mich ausruhen morgen ist auch noch ein tag dabei haben sie ihn ausgezogen ja er er kommt voran voran kommt das jetzt schon ist er komplett schon ja ich hatte so albträume als kind davon ich glaube ich war da echt neun oder so heute nacht hatte ich einen furchtbaren albtraum ich auch am morgen wurden meine gedanken jäh unterbrochen als es an der tür klopfte kein stress machen sie auf was ist denn bates machen sie auf ich muss ihnen etwas erzählen warten sie bates ich bin gleich da freut mich cool cool grüße zurück was haben sie denn es ist furchtbar sir henry unser gärtner er wurde im gartenteich gefunden beruhigen sie sich bates wovon reden sie man fand ihn heute morgen tot im gartenteich ich weiß wovon ich rede ich habe gesehen wie seine leiche geborgen wurde wie ist das passiert ich habe keine ahnung inspektor collier wird ihnen das sagen er leitet die ermittlungen und jetzt möchte er mit ihnen sprechen er gab keinem von uns die gelegenheit den schock zu überwinden nicht einmal madame wo finde ich ihn er wartet im gemeinschaftsraum auf sie wir sollten besser sofort hingehen in ordnung gehen wir inspektor collier ja samuel gordon nehme ich an ich muss mit ihnen sprechen mr gordon wissen sie was passiert ist ja bates hat mir alles erzählt gut ich muss ihnen ein paar fragen stellen können wir ja haben sie gestern mit henry stanton gesprochen ja ich kam erst gestern an aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen oh sie kamen gestern an ja für williams beisetzung verstehe worüber haben sie mit stanton gesprochen ich weiß es nicht genau es war eine ganz oberflächliche konversation kannten sie ihn von früher nein ich kannte nur mr dickens henrys vorgänger das war bevor sie der schloss verlassen haben ja wir haben die nächste berichtige person sehr schön ok kommen wir zurück auf ihre konversation gestern mit stanton kam er ihnen irgendwie seltsam vor nervös oder aufgeregt nein nichts dergleichen er benahm sich völlig normal sie meinen also er wirkte normal richtig vor dieser befragung habe ich mit morris ihrem stallburschen gesprochen er sagte mir dass stanton gerne einen über den durst getrunken hat ja das habe ich auch gehört madame victoria hat es auch bestätigt was halten sie davon naja man fand ihn im gartenteich in den wasserpflanzen verheddert ich weiß noch nicht wie er dort landete aber es ist wahrscheinlich dass er in betrunkenen zustand hineinfiel vielleicht ist er gestolpert hat das gleichgewicht verloren und ist ins wasser gefallen möglich aber glauben sie nicht dass das kalte wasser ihn geweckt hätte nein genau das gegenteil das wasser hat seinen tod herbeigeführt er wurde ohnmächtig fiel in den teich und das kalte wasser tat das übrige herzstillstand er wäre nicht der erste trinker der auf diese weise ertrunken ist die ironie ist allerdings dass es nicht in einem see oder einem fluss passiert ist sondern in einem kleinen gartenteich tja man kann sich seinen tod nicht aussuchen wenn sie keine fragen haben will ich sie nicht länger aufhalten achi danke vorläufig habe ich alles was ich brauche würden sie mich bitte hinaus begleiten aber sicher bitte sehr inspektor ich werde jetzt auf dr hermans bericht warten und dann den fall abschließen danke für ihre zeit gordon gern geschehen inspektor wiedersehen wiedersehen collier will den fall abschließen jetzt wo henry tot ist muss ich einen weg finden um an den zweiten teil dieses seltsamen objektes zu kommen so main quest fünf schlüssel finden und es regnet die atmosphäre wurde noch atmosphärischer ich glaube das ist mein lieblings kapitel im spiel das ganze regnen auch das wales ist auch cool ja das ist auch mein favorite chapter ist richtig kaum viel finde ich dr hermann der detektor schließt mir vorher die schlüssel mit den reichen leg ich mich besser nicht an den nerven wir noch ein paar mal keine sorge die beiden werden keine freunde den polizisten ach ne ist das das ist ja das ist ja ne den gehen wir noch auf den sech ok wollen wir noch irgendwen anquatschen komm wir nerven mal wieder unsere lieblingsbeschäftigten freund Robert ich muss mit dir sprechen Robert ja aber ich bin im moment etwas beschäftigt ich halte dich nicht lange auf na gut ich höre ich bin langsam ein bisschen beschäftigt hast du mit Collier gesprochen er hat mich über eine halbe stunde lang ausgefragt und was hältst du von all dem ich Colliers Theorie erscheint mir logisch ich glaube ich glaube ich bin ich bin ich bin Henry hat sich des öfteren bis zur besinnungslosigkeit betrunken und diesmal hatte er das Pech in den Brunnen zu fallen der Zustand der Leiche lag bestimmt an dem kalten Wasser als Arzt kann ich das mit Sicherheit bezeugen du hast wahrscheinlich recht hast du sonst noch etwas auf dem Herzen ich habe heute viel zu tun Job wegen Jobfragen seit ich angekommen bin hast du oft erwähnt dass du viel zu tun hast also woran arbeitest du eigentlich oh ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen sagen wir einfach ich betreibe Forschung einer bestimmten Art vielleicht erzähle ich dir morgen mehr darüber wenn ich mehr Zeit habe ich muss heute Abend nach Ashbury fahren um ein paar Ergebnisse zu überprüfen ja der ist Forscher in Ordnung ich werde jetzt gehen in Ordnung Samuel du kannst ruhig wiederkommen wenn du etwas brauchst ja was jetzt wir können ruhig wiederkommen oder er ist beschäftigt beides geht nicht ist Victoria in ihrem Zimmer mal gucken Victoria sitzt beim Kamin in der Halle in unserem Zimmer war nichts mehr meine ich ist keiner geschockt oder traurig dass er tot ist der ist nicht reich das ist das ist ein niedrigerer Lebensstandard dass das wir geboren sind denn du weißt sie enthält einige Münzen was Moment einige Münzen nur jetzt aber da ist ziemlich viel Geld drin hast du vorher die Münze benutzen für was denn ich glaube die geht nach jedem Chapter immer wieder weg die steckt immer wieder neu ein meine ich und der Bates hätte geklaut boah schon davor wie viele Chapter hat das Game eigentlich fünf Stück aber das fünfte ist sehr kurz und ich glaube das vierte auch relativ die ersten drei sind relativ sagen so zwei bis dreieinhalb Stunden alle und das fünfte geht vielleicht ein halbes Stündchen ein Stündchen das vierte vielleicht zwei Stunden oder sowas aber ich glaube die Chapter jetzt gehen ein bisschen schneller weil wir nicht mehr alles erkunden müssen das hier könnte nochmal ein bisschen länger dauern das dritte ist Wales ja ich glaube ja Bibliothek Hermann dürfte nicht mehr hier sein der müsste jetzt bei sich ich möchte jetzt allein sein brauchst du etwas Samuel? und Bates hält im Laden am Laufen ja und Bates hält im Laden am Laufen die beiden sind die beiden sind Dr. Herman wohnt er in Willow Creek? nein er ist vor einiger Zeit in ein verlassenes Haus in der Nähe der alten die wollten die wollten die wollen loswerden es ist in der Nähe der Straße in der Willow Creek das einzige Haus weit und breit ja ich weiß wo das ist danke bitte entschuldige mich jetzt Samuel Eben ist der fehlende Gartenteich und der eine sie eben sagt in dem Brunnen deren Gartenteich ist in dem Brunnen das ist diesen Reich wir verstehen das nicht das sind ganz andere Lebensstandards ich habe mir Glühpunsch warm gemacht und eine Kerze angezündet und pack jetzt mal und guck mir meine Geschenke aus oh viel Spaß das klingt wirklich komfi äh ich würde sagen wir gucken uns mal den Ort des Schreckens an ich kann mich an das bunte Fenster da oben gar nicht erinnern das kommt mir gleich neu vor aber ne wird wohl immer da gewesen sein ist ein Gemeinschaftsraum noch irgendwer? ne da haben wir eben mit Dings gequatscht ne? äh äh was sagen wir einmal noch mit Dings Bibliothek kriegst Bates im Esszimmer? ich glaube Bates ist jetzt im Keller ne? ne noch nicht ja Bates? Bates kein Stress alter Mann ja Sir alles gut oh Fragen über Fragen Henry Sie haben gesagt Sie waren dabei als man Henry aus dem Brunnen holte das war ich leider der Anblick war schrecklich ich muss Ihnen etwas sagen ich fühle mich verantwortlich für das was ihm passiert ist warum sagen Sie so etwas Sir? nun ich ich gab ihm die Anweisung den Brunnen zu reinigen er wollte es nicht machen aber ich beharrte darauf so dürfen Sie nicht denken Sir wenn er nicht getrunken hätte wäre es bestimmt nicht passiert und ich habe gehört wie Dr. Herman sagte dass sein Todeszeitpunkt nach Mitternacht war es war nicht Ihre Schuld er hat ihn bestimmt nicht mitten in der Nacht sauber gemacht hm das hoffe ich sehr Bates hat vermutlich recht Henry ist höchstwahrscheinlich aus Versehen reingefallen äh Henry und Morris saufen beide aber Henry der über den sich Morris beschwert hat ja tun sie wirklich beide ja aber einfach saufen beide ja aber ja Henry ist der über den sich Morris beschwert hat dass er immer besoffen ist Morris ist der der uns eine Flasche Wein geklaut hat Bates warum nehmen Sie sich nicht den Rest des Tages frei unter diesen Umständen müssen Sie nicht arbeiten nein Sir ich möchte nicht herumsitzen und grübel keine Anständigen über meine Pflichten kümmern das hilft mir die kennen all ihren Platz nicht ich verstehe in der Nahrungskette ja ich habe mit Collier gesprochen wie Sie sich vorstellen können hat er mir eine Menge Fragen gestellt worüber hat er Sie ausgefragt viele Dinge aber hauptsächlich interessiert ihn wo wir Henry gefunden haben es war sehr unangenehm alles noch einmal beschreiben zu müssen Sir können Sie wiederholen was Sie ihm gesagt haben ich habe schon befürchtet dass Sie das fragen also in dem Dorf gibt es so nichts anderes zu tun wenn es sein muss es macht ja niemand Angst und Bellenfenster und Bellenfenster morris schrie etwas über Henry er war völlig durcheinander und brüllte zusammen mangelose Sätze er wollte dass ich sofort mit ihm in den hinteren Garten komme zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht was geschehen war gingen Sie mit ihm zum Springbrunnen ja und erst dort wurde mir klar was passiert war ich habe einen Augenblick gebraucht um mich zu sammeln aber dann ging ich sofort zum Telefon wie spät war es da etwa 6 Uhr morgens Collier und Dr. Herman trafen eine Stunde später ein das ist alles Sir den Rest kennen Sie ja ja danke für Ihre Geduld Bates danke Bates was hatte Morris so früh am Morgen im hinteren Garten zu suchen er arbeitet doch im Stall oder ja aber manchmal hilft er auch im Garten Henry kann nicht alles alleine schaffen ich meine er konnte nicht Herrmann den sollten wir mal besuchen ich glaube ich werde jetzt gehen ich wende mich wieder meiner Arbeit zu ich glaube es geht noch nicht oder irgendwo doch stimmt kann ich in den Keller schon ich glaube nicht danke dass du dieses Meisterwerk spielst gerne doch die Tür ist abgeschlossen das ist wirklich ein Meisterwerk I love it okay können wir da irgendwie ich glaube wir können Bates fragen deswegen ich glaube wir wollen nichts von ihm wir nerven einfach nur oder brauchen Sie etwas Sir mh nein eigentlich nicht ich komme nur gerade zufällig vorbei ich wollte dich nur nerven na gut ich finde diese Kapuze so süß die sich überzieht ich finde Samuel wirklich wie so ein kleiner Junge der auf Adventures geht der von allen nervt zum Haupttor komm wir erstmal drüber rum zum Stall matschig matschig frohe Weihnachten der auch Hallo Susanne Merrick Reis Merrick Reis ist immerhin der andere drin am Arbeiten Morris hat die Heusäcke rechtzeitig vor dem Regen reingetragen morris morris haben Sie einen Moment klar klar was sagen Sie zu dem was mit Henry passiert ist war doch eigentlich unvermeidlich er hat viel zu viel getrunken es musste wohl so enden das hört sich an als ob es ihnen ziemlich egal wäre naja wir haben einander nicht gerade gemocht aber dieses Schicksal wünsche ich keinem Sie haben ihn gefunden sie haben ihn gefunden oder ja ich musste etwas aus dem hinteren Garten holen und als ich am Springbrunnen vorbeiging sah ich dass etwas im Wasser war ich ging hin um es mir näher anzusehen und er war in den Wasserpflanzen verheddert außer seinem Mantel außer seinem Mantel konnte ich nicht sehen ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen nein wissen Sie ich bin in Panik geraten ich lief zum Schloss um Bates zu holen ich dachte ich wäre vielleicht verwirrt und hätte es mir bloß eingebildet aber es war wirklich Henry was passierte dann ich fuhr ins Dorf und holte die Polizei den Rest kennen Sie ja also hat Morris Henry gefunden waren Sie gestern im Stall aber sicher wo hätte ich denn sonst sein sollen das Licht war nicht an nun vielleicht war ich gerade nicht da warum fragen Sie oh ich weiß worauf Sie hinaus wollen Sie glauben was mit Henry passiert ist war vielleicht kein Unfall und dass jemand nachgeholfen hat damit er in diesem Teich landete ich bin vielleicht ein Säufer und ein Querkopf aber ich bin kein Mörder niemand behauptet Sie wären ein Mörder Morris es war nur eine Frage na gut in Ordnung Sir wenn Madam hört dass Sie mich verdächtigen kann ich mir gleich einen neuen Job suchen hier in der Gegend gibt es kaum Arbeit und außerdem wer stellt schon einen Mann ein der ein lahmes Bein hat ich beschuldige Sie gar nicht Morris zumindest noch nicht guck jetzt wird wie den Arsch Morris haben Sie den alten Brunnen zugenagelt wie ich es Ihnen gestern gesagt habe noch nicht Sir ich mache es heute es sollte schon gestern gemacht werden kein Wunder dass Henry hineingefallen ist Sie wissen sehr gut wie ich das gemeint habe ich möchte dass er heute gesichert wird sonst können Sie sich einen neuen Job suchen ist das klar sicher ich mache das schon Sie brauchen mich nicht anzubrillen Sir doch ich weiß nicht was in mich gefahren ist warum habe ich ihn nur so angeschrien dass du ein Arschloch bist ich gehe dann jetzt in Ordnung Sir hier deswegen da ist ziemlich viel Geld drin da ist ziemlich viel Geld drin können wir es geben davon ne natürlich nicht da denkt er nicht mehr dran da hat er immer Gedanken zu dir versteht das Konzept davon gar nicht warum soll ich die Brieftasche mit dem Typen da benutzen das ergibt keinen Sinn warum sollte ich dem Geld geben ja das ist mein Geld na gut so ja du hast verpasst dass Henry ertrunken ist wir sind wach geworden und wir haben die Leiche von Henry auf einmal in dem dreckigen Brunnen gefunden den er eigentlich hätte sauber machen sollen und jetzt sind alle verwirrt wie das passieren konnte der Brunnen ist immer noch nicht sauber also wirklich nicht ne aber wir haben gesehen dass da ein Schlüssel reingeflogen ist mein ich ja da müssen wir in den Keller gehen ne war das hier? ne da hinten ne hinterer Garten glaube ich ja kannst auch so einfach reingreifen du Arschloch aber ne ja was sind die Hände nicht schmutzig sind so ein Scheiße laut Bates und Collier hatte sich Henrys Leiche in den Wasserpflanzen verheddert aber wie kann er nur darin ertrunken sein am Boden glitzert etwas was kann das sein ich hätte Henry nicht wie hätte ich wissen können dass so etwas passieren würde am Boden glitzert etwas was kann das sein am Boden glitzert etwas kann das sein er will nicht reingreifen haben wir umgegengeschneid damit? ne wir müssen wirklich das Wasser ablassen ne? meine ich na gut ähm die Frage ob wir Bates deswegen fragen können ob wir zurück müssen ah ne er ist schon oooooh im Keller jetzt wird nämlich die ganze Story aufgeklärt die Tür steht offen da unten muss jemand sein er ist halt immer noch nicht selber ne den Bates der komplette Psychopath der schärfte seine Messer mit denen alle Leute umbringen ach du scheiße ach du scheiße vor mir was fällt ihm ein Moment brauchen Sie etwas Sir? ich habe eine Frage an Sie ja gewiss Sir springbrunnen lässt sich der Brunnen im Garten ausleeren hm ja im Keller ist eine große Pumpe sie regelt den Wasserfluss für das ganze Schloss damit kann man den Wasserstand ändern nach dem was passiert ist halte ich es allerdings nicht für ratsam ihn zu leeren und Inspektor Collier sollte vielleicht benachrichtigt werden Sir ich gehe nur alle Möglichkeiten durch wir haben das Recht herauszufinden was geschehen ist rein theoretisch verstehen Sie ja ich verstehe in dem Fall wäre es vermutlich das Beste es niemandem zu sagen so ist es gut ist es ich glaube ich werde jetzt gehen ich wende mich wieder meiner Arbeit zu schärf du mal deine Messer so ich meine das war einfach ein rumgeklicken bis es richtig war ich glaube hier war aber nichts wichtiges sonst ich glaube bis es nicht jeden Kommentar zu jeder Kerze die immer Weinregale Moment mal ich glaube das ist ja wichtig die Weinregale waren wichtig hier werden unsere besten Jahrgänge gelagert Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind hier ideal er hat doch eine Flasche geklaut vielleicht nehme ich später eine Flasche mit jetzt habe ich dafür keine Zeit na gut Regler zur Wasserverteilung diese bösen Gesichter ich habe keine Ahnung was sie im Einzelnen bewirken und was das Richtige war ich meine das Letzte aber ich glaube er macht es nicht wir müssen das wissen was er ja da musst du die anderen so lang drehen ich meine es war aber irgendwie überraschend immer nach ein paar Versuchen automatisch richtig das war nicht so schlimm Bates ich möchte kurz mit Ihnen sprechen Dame Bates ich höre Sir Servus Bates diese Pumpe von der wir gesprochen haben ja Sir ich glaube sie ist defekt welches Ventil regelt den Wasserstand die Pumpe funktioniert schon Sir aber ein Zufuhrventil ist vor einiger Zeit abgebrochen der Wasserstand lässt sich immer noch mit den anderen Ventilen regeln man braucht nur einen Moment um dahinter zu kommen wie es geht woran kann ich denn erkennen ob ich den Springbrunnen ausgeleert habe wenn ich mich recht erinnere wird der Wasserstand des Bruns in der zweiten Säule von rechts angezeigt ich werde es versuchen ja schick den da hin ich glaube ich werde jetzt gehen ich wende mich wieder meiner Arbeit zu hello hello da müssen wir hier rumlaufen als Adliger grausam die Welt ist geschehen die Welt ist geschehen die ist nicht die ist nur rechts geht man rechts? ah fertig fertig so jetzt kannst du die matsche ohne wasser reingreifen ich würde lieber mit wasser reingreifen ich würde an seiner stelle morris dahin schicken dass der was machen soll morris da ist aus dem brunnen ist das ein schlüssel drin ist? oh ja stimmt vielleicht hat morris das ja da reingeworfen stimmt korrekt können wir da einsperren? auf auf hello ach du scheiße erinnert ihr euch an das erste loko was bei der leiche von unserem ugros vater war? hier ist noch eins von der zweiten leiche ich glaube schon symbol wundervoll ich sehe gar nichts außer schlamm wo ist dieser glitzernde gegenstand? er will gar nicht reingreifen wie schön es geht nur um das oder können wir mit dem messer da rein? ne ein seltsames symbol doch hier dies muss der gegenstand sein der am boden gefunkelt hat wundervoll ein symbol ähnlich dem von der turmmauer seltsam wieder so ein symbol in der nähe einer leiche das ist wirklich seltsam ein symbol seltsam muss ich hier noch mal ein foto von machen oder reicht das eine? ich mache ein foto davon wie beim ersten symbol ja ich habe mir vorstellen es klappt das auch nicht wenn man sich nicht aus dem richtigen winkel macht oder so aber ich glaube jetzt sind wir noch fertig mit dem ding ne wir können nochmal aber wir haben ein foto gemacht so wir haben welche Schlüssel bekommen Schlüssel ist ein springboll er lag vom schlamm verdeckt auf dem boden des springbolls für oben glaube ich oder? ne ich habe für das gewächshaus für seine schubladen kann auch sein das stimmt aus der Leiche rausgefallen gucken wir da mal nach zur treppe nein ich glaube ja zum gewächshaus komm wir ins regen gelaufen wir noch ein paar mal hier gemütlich durch das ist schön ja findest du komfort? findest du ein richtiges mit der kuscheldecke und dem kakao oder sowas? in dem verregneten nachmittag das spieler war alleine schon das ist richtig richtig gelaufen aber die witter da war schön es ist voller regenwasser es muss gesäubert werden bevor es wieder verwendet werden kann sehen und zur treppe aha das gewächshaus das schloss black mirror ja 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 da stehen nur einige leere blumentöpfe drin fantastisch abgeschlossen aha abgeschlossen mit der kiste er ist zu wahrscheinlich voller whiskey Henry Henry hat ihn hier versteckt damit er ihn alleine trinken konnte ein brief er ist an victoria adressiert madam betrachten sie dies bitte als brief von einem anonymen freund einer ihrer bediensteten ist nicht der der er zu sein vorgibt vielleicht interessiert es sie zu erfahren dass er ehemaliger sträfling und dieb ist ich habe mehrmals beobachtet wie er sich leise durch die alte hintertür in den schlosskeller geschlichen hat ich habe gesehen wie er mehrere flaschen wein des besten jahrgangs genommen hat den sie so sehr schätzen zweifelsohne hat er auch einige ihrer wertsachen mitgehen lassen ich habe beschlossen ihnen diesen brief zu schreiben um weitere diebstähle zu verhindern der name des betroffenen ist Morris Henry hatte vor Morris zu erpressen ich bin gespannt was Morris mir dazu zu sagen hat ui 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 es wird ernst Papiere und einige Münzen der Schein ist nicht hier wo kann er ihn nur versteckt haben um Gottes willen auf zu Morris warum kommen wir zu dem gehen damit direkt sie ist mit klarem wasser gefüllt ich möchte nichts gießen sie sind leer bereit zum bepflanzen Gartenwerkzeug und kleine Säcke mit Düngemittel ich sehe nirgends einen Pfandschein voll die Pätze wo kann Henry ihn nur aufbewahrt haben in der Schublade ist nichts von Interesse na gut ich mach mir doch einen Kaffee willst du ich so? ja was müssen wir nirgends sagen? mit dem Brief zu Morris ja mit dem Brief zu Morris dann gehen wir mal zu Morris Freunde du jetzt ist wusch ich bin lecker tustig so ja ja ok dann gehen wir zu Morris wir müssen uns jetzt wieder unterhalten was ist das auf dem Teller? ich glaube das waren Samen ja so Blumensamen irgendwie ist das so aus? ich weiß es aber auch nicht genau aber wir können ja hier jetzt skippen ah jetzt nicht mehr los sehr gut so Morris ja Sir ja Sir Morris ich weiß dass Sie aus unserem Keller Wein gestohlen haben ich Sir? wer hat Ihnen das erzählt? niemand ich habe es in einem Brief gelesen den Henry an Victoria schrieb und? was sagen Sie dazu? naja ich habe nur ein paar Flaschen genommen Sir ehrlich es gibt so viele da unten ich dachte es fällt nicht weiter auf es kommt nicht nochmal vor versprochen würden Sie mir diesen Brief geben Sir? in Ordnung Morris aber ich behalte sie im Auge hier haben sie ihn ja auch jeder Geheimnisse what the fuck wir streamen immer noch wir streamen auch noch ich gehe dann jetzt in Ordnung Sir bestimmt noch bis 11.12.1 so ok das haben wir alles gemacht was ist denn jetzt unsere unsere nächste Instanz können wir schon zu Dr. Herman gehen? tatsächlich ich würde jetzt sehen ich würde Ihnen einen guten Tag wünschen aber heute ist alles andere als das was verschafft mir die Ehre ihres Besuchs sie haben gestern gesagt ich solle vorbeikommen lassen sie uns nicht weiter draußen in strömendem Regen reden folgen sie mir bitte besser oder nicht macht es ihnen etwas aus mit mir in die Leichenhalle zu kommen ich habe viel zu tun wir können uns dort unterhalten kein Problem gehen wir Vorsicht vor der Treppe hier ist es dunkel und die Treppe ist durch die Feuchtigkeit gefährlich glatt Spooky Spooky Das ist glaube ich immer noch der Gärtner ich bin gekommen wie wir gestern verabredet haben es wird nicht lange dauern ich möchte nur ein paar Fragen stellen lassen sie mich raten es geht um William richtig? ja sie sagten dass seine Leiche Verbrennungen aufwies ja im Brustbereich um genau zu sein und? und was? als wir uns gestern sprachen sagten sie mir sie würden mir mehr darüber erzählen darum bin ich hier habe ich das gesagt? nun ich kann nur das wiederholen was ich ihnen bereits gesagt habe massive Verbrennungen im Brustbereich verursacht durch einen unbekannten Gegenstand ist das alles? ein unbekannter Gegenstand? was sie sagen ist anders als das was sie mir bereits erklärt haben ich erinnere mich nicht das waren sowieso nur anfängliche Theorien ich habe alles im Obduktionsbericht festgehalten soll ich daraus zitieren? das wird nicht nötig sein offenbar hat Dr. Herman seit gestern sein Gedächtnis verloren warum verheimlicht er was er mir ursprünglich erklären wollte? dieser Obduktionsbericht würde mich interessieren aber nicht in seinem Beisein er verheimlicht uns was Freunde ich habe mit Inspektor Collier über Henrys Tod gesprochen es war unvermeidlich dass er so enden würde er war ein hoffnungsloser Fall was meinen sie damit? naja es war nicht das erste Mal dass diesem Mann in betrunkenem Zustand etwas zugestoßen ist das weiß ich deshalb so gut weil ich ihn immer wieder nach einem besäufnis gesund pflegen durfte normalerweise war es nicht so ernst aber nun hat er seine Trinkfestigkeit zum letzten Mal überschätzt es ist mir etwas peinlich aber sehen sie Henry hatte etwas wichtiges was mir gehört ich habe überall danach gesucht und es nicht gefunden dann fiel mir ein dass er es vielleicht bei sich trug und dass sie was soll es denn eigentlich sein? eigentlich ist es nur ein kleines Stück Papier aber es ist sehr wichtig sonst würde ich sie nicht fragen sie wollen dass ich seine persönlichen Sachen durchsuche? ich wäre ihnen dankbar wenn sie das tun würden Doktor Gordon dieses Paket gehört zu den Beweismitteln ich kann nicht einfach etwas daraus entnehmen und ihnen geben solange die Ermittlungen noch andauern aber dieses etwas gehört mir das spielt keine Rolle bis der Fall offiziell abgeschlossen wird darf ich ihnen den Inhalt nicht mal zeigen ich verstehe danke Doktor wenigstens weiß ich wo dieser verdammte Pfandschein ist Freunde wir können ihn bestechen Doktor könnten sie vielleicht für einen Moment hinausgehen ich könnte meine Brieftasche auf dem Tisch vergessen wenn sie zurückkommen wie bitte? wenn ich ihre Familie nicht so lange kennen würde wäre ich jetzt beleidigt hören sie ich weiß worauf sie hinaus wollen ich habe ihnen schon gesagt das Paket muss versiegelt bleiben bis die Untersuchung abgeschlossen ist also vergessen sie es ich möchte mich da aber noch umgucken aber hier war der von ihnen zu Gange klingt so aus wie so ein kleiner jemand der rausgeworfen wurde von seinen Eltern die keinen Bock auf ihn haben jetzt er wie im Regen spielen muss ey du kleine Scheiße der Deckel ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert ohne Schlüssel kann ich das Vorhängeschloss nicht öffnen wir brauchen also den Schlüssel der Deckel ist mit einem großen ohne Schlüssel können wir nochmal reingehen ja dann klingel doch ey das ist ein Idiot oder nicht? der hat uns gerade eben noch rausgebracht ich bin unten in der Leichenhalle weil du bestechen wolltest? sonst können wir uns erstmal hier ein menschliches Skelett das die Halle mit starrem Blick beobachtet wie ein stiller Wächter in der Dunkelheit guten Hunger die dunkle Spiegel der Seele mir ist schwindelig hoffentlich habe ich heute Abend keine Kopfschmerzen und kann gut einschlafen ich weiß nicht wer das ist vielleicht der ehemalige Hausbesitzer eine Nachtfaltersammlung ich hätte nie gedacht dass es so viele Arten gibt ich glaube das war es sonst hier erstmal hoch können wir nicht, ne? ne, da noch ist da oh der Ventilator die Luft hier ist mit einem seltsamen Geruch behaftet die langsamen Flügel des Ventilators schaffen kaum frische Luft na gut wenn kein Wunder der lässt die Tür unten doch auch immer offen oder? ja aber die große Musik solange Herman zusieht kann ich den Schlüssel nicht nehmen die raucht auch Musik solange Herman zusieht leere Kanister für Fotoentwickler offenbar macht Herman die Fotos für seine Obduktionsberichte selbst achso, ja ok menschliche Muskelgruppen und Organe sie sind lateinisch beschriftet es hat keinen Sinn sie näher zu studieren der Boden ist verfärbt wahrscheinlich durch getrocknetes Blut sie sind leer den benutzt Herman den benutzt Herman um die Leichen zu transportieren den benutzt Herman um die Leichen zu transportieren darauf liegen einige blutverschmierte Sachen ich will sie nicht anfassen finde ich super wie wir hier einfach rumrennen das fest ist auch wie der Typ für nichts saubere macht ja ich weiß nicht was drin ist und ich will es auch nicht wissen aber auch wie wir hier einfach so rumlaufen und uns überall ganz entspannt umgucken ich glaube wir haben wir erstmal ins Anrufe Herrmann Herrmann ich würde sie gerne sprechen einen Augenblick von der arme Typ haben wir vor also was führt sie hier hin ich mach gleich ein Nap mir ist aufgefallen dass dies auch als Dunkelkammer dient ja ich entwickle die Obduktionsfotos hier im Dorf bietet niemand einen solchen Dienst an hierzulande ist es fast wie im Mittelalter trotzdem irgendwann gewöhnt man sich daran wollen sie etwa Fotos entwickeln lassen sehen sie Gordon das ist kein Service Center für Touristen sie befinden sich hier in einer Leichenhalle ja das ist offensichtlich ich brauche aber nur ein paar Abzüge mhm na schön aber das mache ich nur als Freundschaftsdienst ihrer Familie gegenüber geben sie her Moment ich möchte etwas als Gegenleistung ohne kann ich ihnen sowieso keine Fotos machen mir ist der Entwickler ausgegangen können sie mir welchen aus dem Dorf bringen haben sie nicht gerade gesagt dass niemand im Dorf einen solchen Dienst anbietet ja und das ist auch so ich habe ein Arrangement mit dem alten Murray er besorgt mir Nachschub aus der Stadt sagen sie ihm der Entwickler ist für mich er wird ihn ihnen gern verkaufen gut ich komme später wieder oh nein weißt du wo mich das erinnert woran haben sie die Fotos schon entwickelt noch nicht boah ey es gibt ein paar Momente im Spiel wo man einfach immer wieder einen NPC also einen Charakter fragen muss ob etwas fertig ist und du musst das einfach immer wiederholen bis eine gewisse Zeit vorbei ist dann muss man irgendwann 20 mal links rechts fragen links rechts fragen links rechts fragen links rechts fragen oder irgendetwas 37 Hallo Mr. Samuel das war vielleicht ein Knall was der zweitlauteste heute möchte ich wetten Hallo Vic zählst du die Donnerschläge? richtig warum sitzt du eigentlich hier im Regen? solltest du nicht lieber zu Hause sein? mir macht der Regen nichts aus außerdem kann ich nicht nach Hause nein du hast wohl Ärger was? tja es ist das kaputte Fenster von gestern Harry hat meinem Vater davon erzählt wissen sie darum habe ich es nicht eilig nach Hause zu kommen oh verstehe ich muss jetzt gehen pass auf das Fenster neben dir auf ja mache ich ich werfe den Ball auf die andere Seite das ist sicherer können wir jetzt schon Dings fahren ob der Harry für uns abnimmt? glaub ja Marc war das ne guten Morgen bitte doch doch stimmt ja stimmt ja doch 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 das ist echt gut für sie vielleicht was wollen sie also Freunde sie sagten gestern dass sie früher in unserem Garten ausgeholfen haben ab und zu ja also kannten sie Henry unseren Gärtner richtig? ja aber ich möchte nicht über ihn sprechen nach dem was passiert ist wann haben sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? tja gestern Abend ich traf ihn auf der Straße zum Dorf wann war das genau? ich möchte nicht darüber reden das habe ich ihnen doch schon gesagt ich habe keine Lust mich da in etwas hineinziehen zu lassen keine Sorge ich bin nicht von der Polizei worüber haben sie gesprochen? ich weiß es nicht mehr es waren nur ein paar Sätze hat er sich normal benommen? ich meine war er nüchtern? ist das der Weihnachtsrat? ja das war er ganz sicher es stimmt zwar dass er viel getrunken hat aber er war nicht jeden Tag besoffen und gestern war er nüchtern wäre mir sonst aufgefallen danke dass sie mit mir gesprochen haben keine Ursache also Henry war am Abend noch nüchtern und morgens fand man ihn ertrunken auf das ergibt wenig Sinn hallo ist das weiße da hinten eigentlich ein Grafenpack? ohne Weihnachtstift gegeben ohne Weihnachtstift gegeben hallo ja eben das ist unsere schöne Weihnachtstiftung heute Henry? ich habe ihn manchmal im Pub gesehen er war nicht sehr gesprächig also kannte ich ihn nicht so richtig jetzt überlassen sie mich bitte meinem Sport ich muss mit ihnen reden gut aber fassen sie sich kurz sagen sie kannten sie Henry Stanton? nein wieso? sollte ich ihn kennen? er hat für uns als Gärtner gearbeitet er starb gestern also ich Zeitliste zurück hm dann werde ich ihm wohl bald begegnen wollen sie sonst noch was? ich mag keine Gesellschaft dann störe ich sie nicht länger der ist abgehauen da kommt er wieder du musst deine Gläser putzen Hallo Harry Bisschen Tratsch in der Dorfkneite ja wir kommen zurück Mr. Gordon na wollen sie einen Happen essen? wie kommen sie darauf? oh kommen sie ich weiß dass Bates nicht gerade ein großartiger Koch ist es ist gar nicht so schlimm ich habe keinen Grund mich zu beschweren na schön wenn sie meinen ich habe keinen Grund erinnern sie sich an unser gestriges Gespräch darüber dass hier nie etwas passiert? aber sicher doch nun leider ist doch etwas passiert oh sie meinen Henry woher wissen sie das? hier verbreiten sich Neuigkeiten schnell der arme Henry er war ein guter Stammgast wir beide haben immer gerne einen gehoben wie lange haben sie ihn gekannt? seit der Zeit als er anfing im Schloss zu arbeiten also eigentlich seit dem Tag an dem er hier ankam ich weiß noch wie er hier aufgetaucht ist total verschwitzt und mit einem Koffer in jeder Hand er bestellte gleich zwei große Biere da wusste ich sofort wir beide würden uns gut verstehen hatte er Freunde hier in der Gegend? eigentlich nicht sehen sie er war sowas wie ein Einzelgänger ich glaube nicht dass er sonst noch jemanden kannte er kam immer nur hier her danke Harry keine Ursache Mr. Gordon keine Ursache haben wir drin eigentlich schon alles angeguckt? ja ne? hast bestimmt vertrau dir da mal so mit dem habe ich gerade schon geredet ist Murray da? oh erwartete Fischer ich glaube jetzt können wir im Regen vielleicht ist er jetzt auf der Pastor da würde ich nicht da ich glaube da kommt es später wo ist denn der Fischer? er fährt weiter links er muss hier nach rechts laufen ist komisch versteckt aber nicht hier her er ist da ja und er muss von hier aus nach rechts gehen das ist komisch jetzt regt jetzt ja vielleicht beißt du wievielfisch erholt jetzt regt jetzt ja entschuldigung darf ich sie sprechen? nicht aber sicher junger Mann die Placke in Stress wie lange wollen sie heute hier angeln? so lange wie nötig den ganzen Tag es sei denn der Regen hört auf es gibt keine bessere Art einen verregneten Tag zu verbringen na dann Petri heil ich muss jetzt gehen ich glaube dieser äußerst ich glaube das ist der einzige Charakter im Spiel der nie was bringt ja was ist das? Marie! hm ich sehe nichts was ich gebrauchen könnte hm ich möchte von diesen Sachen nichts kaufen das meiste davon ist Ramsch der ist gemein vielleicht nur Knarsch oder er enthält nur noch mehr Trödel guten Morgen wie kann ich ihnen helfen? vor einigen Tagen hat jemand ein bestimmtes Objekt hier versetzt diesem Gegenstand hier nicht unähnlich stimmt ich erinnere mich dass Henry etwas versetzt hat das so ähnlich aussah ich möchte diesen Gegenstand auslösen gerne Sir das macht 35 Pfund und ich brauche natürlich den Pfandschein mit der Unterschrift des Pfänders ich gebe ihnen das Geld aber sehen sie ich habe den Schein nicht Sir sie wissen doch sicherlich dass ich kein verpfändetes Objekt ohne entsprechenden Pfandschein auslösen darf ich kann verstehen dass sie es ohne Schein nicht auslösen möchten aber ich werde dafür bezahlen es tut mir leid so ist das Gesetz dieses Objekt ist mir sehr wichtig ich bin bereit einen Sonderpreis zu zahlen mag sein aber wie fair wäre das dem Besitzer gegenüber wenn ich sein Eigentum vor Ablauf der Frist einem anderen verkaufe laut Gesetz gehört ihm das verpfändete Objekt bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist Murray Henry kann es unmöglich auslösen woher wollen sie das wissen er ist tot es tut mir wirklich leid das zu hören aber ich fürchte der Tod des Besitzers ändert nichts wer den gültigen Pfandschein vorlegt und die vereinbarte Summe zahlt kann das Objekt zu jeder Zeit auslösen versuchen sie doch bitte zu verstehen ich habe ihn nicht würde das Geld nicht genügen es tut mir leid sie können abwarten bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist das ist keine Alternative in dem Fall kann ich ihnen leider nicht weiterhelfen ja wie wäre es wenn sie den Preis nochmal berechnen sagen wir das Doppelte hm 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 nein das ist völlig unmöglich ich möchte wegen ihres Angebotes meine Lizenz nicht verlieren obwohl ich zugeben muss dass es sehr großzügig ist ich kann leider nichts machen nur noch zwölf Tage dann können sie es haben ich habe Verschiedenes über sie gehört da hätte ich gedacht dass sie mehr auf das Geld auswählen was meinen sie damit was haben sie gehört und von wem das spielt jetzt keine Rolle lassen sie uns Klartext reden wir wissen beide dass sie sich nur für Geld interessieren sie lassen mich ein paar mal wieder kommen dann handeln sie einen neuen Preis aus also wie wäre es wenn wir das einfach überspringen und sie mir gleich sagen wie viel sie wollen was sagen sie da behalten sie ihr verdammtes Geld für sich auch Kredithaie haben ihren Stolz ab jetzt führen wir dieses Gespräch als Verkäufer und Käufer Möchten sie sonst noch etwas beruhigen sie sich ich wollte sie nicht beleidigen ich muss unter allen Umständen Henrys Pfandschein finden sonst bekomme ich von Mary gar nichts Entwickler Dr. Herman hat mir gesagt dass ich bei ihnen Fotoentwickler bekomme haben sie welchen sie haben Glück ich habe noch ein paar Flaschen ich fahre nicht täglich in die Stadt wissen sie hier ist er die müssen wir zu Herman bringen äh ja und dann 18 Stunden warten gefühlt mhm Mami Mom wiedersehen das kennen hier die wenigsten so leider ja eben dann gehen wir mal zu Herman zurück und bringen ihm den Entwickler diese Kapuze ey die ist super ach wir müssen erst klingeln komm klingeln ja ich will die können es auf den Schlüssel geben ja Samuel Gordon bitte lassen sie mich herein Doktor ja lassen sie mich herein Doktor ich muss mit ihnen sprechen ja kommen sie herein ich bin unten in der Leichenhalle hier hatten wir alles ne hier hatten wir alles ne gucken wir mal durch um sicher zu sein sieht gut aus ich habe eine michael meyers dankeschön der kriegt noch welche Glückwunsch Glückwunsch ja frohe Weihnachten ja ich bin Mimbus 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 Samuel was denn ich habe den Entwickler für sie Glückwunsch Glückwunsch und dankeschön können sie jetzt meinen Film entwickeln warum nicht aber kommen sie später wieder kommen sie später wieder ich muss meine Arbeit erledigen bevor ich die Bilder entwickeln kann was ist an diesem Film so wichtig dass sie damit zu mir kommen das werden sie selbst sehen Doktor entweder sie sind wichtig oder auch völlig Nutznutz wir können jetzt vielleicht zum Pfarrer gehen aber ich glaube der ist noch gar nicht da wir gehen mal schauen ich glaube der kommt erst hier nach ich glaube nach dem Fuß mit Martin wie lange Hermann zusieht weil ich den Schlüssel nicht nehme äh weiß ich nicht wir gehen mal zur Kirche wir schauen mal was da jetzt abkommt gucken wir mal jetzt gehen wir nochmal nach Hause und quatschen mit denen da die müssen wir schon noch ein paar neue Sachen halt beim Bagger drin Prost 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 Ich glaube links gräbt auf links die Kirche ist abgeschlossen Stimmt natürlich ist die Kirche immer noch abgeschlossen die Kirche jetzt nicht mal die Tür jetzt können wir jetzt zum Deutschen Klassifikate gehen ne ich möchte ja auf den Friedhof achso ich glaube der ist aber links aber guck mal ich glaube auch noch mal weil wenn ich schon mal hier bin ja ich glaube da ist kein links ne ne da haben wir schon eins gemacht ich glaube da müssen wir zurück ins Schloss fragen wir mal Victoria was bei der so abgeht ja ich würde die Karten spielen mit uns UNO oder so ich würde dich gerne sprechen Victoria ich fühle mich nicht sehr wohl Samuel bitte entschuldige mich ich hoffe dass Robert meine schlechte Gesellschaft aufliegt in Ordnung ich komme später wieder will die nix? ne die fühlt sich nicht sehr wohl an mach ein Foto von ihr wir müssen mal bei Bates vorbeigucken wofür wollen wir die Filme überhaupt um die Dinger da auszuwirken oh Michael Myers dankeschön du bist amazing oh warte ich speichere mal inzwischen ja bitte ja bitte speichere mal über mach mal ja ich möchte nächst Nummer 2 der Dream Key Mode perfekt da kam aber kein Sound mach über den zweiten nochmal speichersound kommt nicht mehr ne aber wird wohl geklappt haben ne gehen wir mal bei Bates gucken ach so für Michael Myers warte mhm Moment das ist für dich da ist ziemlich viel Geld drin da ist ziemlich viel Geld drin guck mal hier du hast hier noch nicht alles angeguckt ja hier habe ich nicht alles gemacht weinfässer voller Rotwein Brunnen die haben viele Brunnen dieser Brunnen stammt aus den Zeiten als das Schloss noch belagert wurde ach Bates angeblich war er über ein unterirdisches Tunnelsystem mit dem Schloss verbunden aber das sind alles nur Legenden niemand hat diese Tunnel je gesehen Bates vielleicht nochmal damit können wir irgendwann nochmal bestimmt Bates guck gleich ne sagt er hier nochmal das gleiche ja na gut er hat auf jeden Fall was gesagt aber jetzt nicht mehr ja jetzt ist er fertig das war die Lösung fürs Rätsel naja jetzt ist er auch nicht mehr ganz das Messer ist seine Aufgabe heute ne ich habe eine Frage an Sie Bates also ne doch nicht Entschuldigung zu Ihren Diensten Sir ich habe einen Brief gefunden in dem Morris von Henry beschuldigt wird Wein aus unserem Keller zu stehlen wissen Sie etwas darüber um ehrlich zu sein Sir ja ich kann mir gut vorstellen wer dahinter steckt warum haben Sie nichts gesagt nachdem was passiert war wollte ich nicht dass Madame sich über ein paar Flaschen Wein Sorgen macht es gibt so viel Wein im Keller Sir es scheint mir unwahrscheinlich dass jemand ein paar Dutzend fehlender Flaschen bemerken würde ein paar Dutzend Henry schrieb in seinem Brief Morris sei ein ehemaliger Häftling und ein Dieb stimmt das? das glaube ich nicht Sir Morris ist ein Rüpel aber er würde niemandem etwas antun er tut was man ihm sagt macht seine Arbeit gut und er hat nie Schwierigkeiten gemacht Tja davon bin ich nicht so überzeugt Bates was denn Jöl ich glaube ich werde jetzt gehen ich wende mich wieder meiner Arbeit zu vielleicht ist unser Lieblingsforscher vielleicht weiß unser Lieblingsforscher oben noch irgendwas aber keine Ahnung ich glaube dem ist das egal ja sie sind voller Trinkwasser der Keller ist ziemlich kalt also ist das Wasser immer kühl ich sehe nichts besonderes außer sauberem Wasser ich geh mir nochmal hin und guck jetzt ist hier noch irgendwas was? ich bin komplett knocoin was? ich hab auch keine Ahnung same bro es ist leer da ist nichts drin da ist nichts drin die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus je nach dem aktuellen Bedarf die auch frohe Weihnachten die auch ich glaube wir haben hier mit einem ja ich würde sagen wir laufen das Haus nochmal ab wir müssen nicht nochmal gehen ich geh nochmal zu Robert ich glaube Morris hat jetzt nichts Neues mit dem habe ich ja gerade erst gesprochen ich glaube Robert auch nicht aber lieber mal gucken mit Robert haben wir aber noch lange nicht mehr geredet deswegen die Frage den nerven wir mal wieder ja ich würde eben gucken wir mal was abgeht wie teuer wie hier nicht mit uns sollen? ist die Grumpy? ich glaube ja einer im Kreis von uns das soll ja warum? können wir uns jetzt vielleicht im Gemeinschaftsabend nochmal umgucken? da ist mir nichts drin meine ich aber guck ruhig weil jetzt ist Victoria ja nicht da also links neben uns oder? da musst du glaube ich zum S-Zimmer und umgucken ich glaube wir ewig bekleid ist das erste hm na guck mal ich meine jetzt ist sie da nicht drin ah was gibt es hier? gar nischt ne gibt es nicht wirklich gar nischt ne gibt es sogar nischt ne gibt es sogar nischt weißt du noch etwa wo du eingeschlafen bist? wir können das ein bisschen zusammenfassen seitdem weil das Spiel hat ein sehr langsames Tempo man kann so in einer Stunde vielleicht ein, zwei Story Sachen verpassen und hat 400 Dialoge aber ich glaube wir können es hier gut zusammenfassen so Robert 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 war gelogen war gelogen war gelogen boah der arme Typ ich muss mit dir sprechen Robert oh sicher sicher Victoria will im Moment nicht mit mir reden vielleicht solltest du stattdessen mit ihr sprechen wir müssen ihr alter berücksichtigen Samuel sie braucht nur etwas Zeit für sich ich spreche am Abend mit ihr ich muss jetzt gehen gut dann wende ich mich wieder meine Arbeit zu wahrscheinlich war der super wichtig damit andere Sachen funktionieren ja ich geh jetzt mal zurück zu Arme das mal zu nach Below Creek vielleicht oder? da waren wir ja vorhören oder ne kurz nach das erste nachhören ja ach so okay ca. als der Gärtner ertrunken ist ähm seitdem nicht so viel wir waren jetzt bei Murray haben den Entwickler geholt Samuel Gordon bitte lassen sie mich herein Doktor ich muss mit ihnen sprechen ja kommen sie herein ich bin unten in der Leichenhalle ja also den von dem Gärtner dann suchen wir auch den Funshine also es ist die Leichenhalle hier falls du ihn nicht gesehen hast und da liegt sein Leiche da ist er der tote Gärtner und der Funshine ist halt wahrscheinlich irgendwann sein Eigentümer die sind da hinten irgendwo versteckt aber wir können nicht irgendwo kann ich mit ihnen sprechen Moment es gibt das ne? ja ja ich höre haben sie den noch nicht noch nicht noch nicht gehorten ich habe zu tun boah dann gehen wir mal nach Hulu Creek der süße der arme wick ey der arme wick ey vielleicht schon hoch guck mal in die rein das ist fast nur bequatsch aber die story ist super spannend die Umgebung ist so schön animiert bin ich die Farben sind schön wir haben uns nicht mehr ich möchte nicht reden also wiedersehen ich glaube es ist ein gutes Einschlafvideos wo es irgendwie 13 Stunden geht oder so wie kann ich ihnen helfen wie kann ich ihnen helfen ich habe eine frage da Harry sagen sie ist Mark zuverlässig naja kommt darauf an er ist nicht gerade ein heiliger wissen sie aber ich denke für ein oder zwei Pfund macht er das was sie ihm sagen das waren Zeiten darf ich sie kurz stören wenn es sein muss aber nicht lange ich habe eine Glücksträhne beim Kartenspiel Tom hat mir gesagt dass sie gelegentlich für Dr. Herman gearbeitet haben Tom neigt manchmal dazu zu viel zu sagen ich bin schon seit einiger Zeit arbeitslos also nehme ich jeden Job an der mir angeboten wird irgendwie muss ich Geld verdienen und es ist auf jeden Fall besser für Dr. Herman Erledigungen zu machen als für diesen miesen Bustard Murray nun ich brauche eine bestimmte Gefälligkeit von ihnen es hat sogar mit Dr. Herman zu tun ja wo geht es denn ich möchte folgendes von ihnen ich höre ich möchte dass sie um eine bestimmte Zeit zu ihm gehen und ihn für ein paar Minuten beschäftigen klingeln sie an der Tür und warten sie bis er nach oben kommt reden sie über was sie wollen aber halten sie ihn so lange auf wie es geht tja offen gesagt mir gefällt dieser Plan nicht das sieht nicht gerade ehrlich aus nicht wahr außerdem wenn Herman erfahren würde dass ich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt war würde er mich nie wieder beschäftigen ja das sieht nicht wie geht da suchen sie sich lieber einen anderen aus so wie ein Arsch einen anderen sagen sie sagten sie nicht gerade sie hätten kein Geld das stimmt aber ich bin auch kein billiger Sklave na schön ich finde bestimmt einen anderen der es für 10 Pfund macht was haben sie gesagt ich sagte ich finde bestimmt einen anderen Penner der bereit ist für 10 Pfund den Job zu machen Samuel oh wie wäre es denn mit 20? höre ich 30? sagen sie 30 und ich vergesse sogar dass sie Penner gesagt haben ich glaube sonst bist du nur 20 zu sagen die nett sind ja blauer als er aussieht ich sagte 20 aber egal die Hälfte jetzt die andere Hälfte nach getaner Arbeit vertrauen sie mir nicht ich bin vielleicht ein Penner aber ich halte mein Wort legen sie 30 auf den Tisch und die Sache ist geritzt in Ordnung normal macht er sonst auch Hälfte wirklich später ja 10 10 jetzt warten sie 15 Minuten dann folgen sie mir zu Dr. Herman und dass ich ja nicht zurückkommen und sie aus der Bar holen muss keine Sorgen was der alte Mark verspricht hält er auch den Dialog hatte ich auch noch nie ich bin schnell zum Leichenschau rausgegangen um Mark zuvor zu kommen hoffentlich kommt er pünktlich zur vereinbarten Zeit nutzlose Penner diese Kapuze immer ein richtiger draufgegangen let's go Samuel Gordon ich muss ja ich bin und es ist immer das gleiche aber jetzt auch gut darf ich sie einen Moment sprechen Dr. Herman ja aber wie gesagt ich weiß nichts Neues das braucht seine Zeit also wenn sie mich immer wieder stören das braucht seine Zeit nein nein ich bin wegen einer anderen Sache hier ja also was wollen sie denn Gordon ich habe nicht den ganzen Tag Zeit wo zum Teufel das war der Plan das ist genau in dem Moment wie er ist und steht einfach davor und sagt nichts nein sehen sie ich habe nur wer ist denn das jetzt verdammt von der Arme dem reicht's wer ist da Warten sie hier auf mich ich komme gleich wieder natürlich nur keine Eile ich glaube mein Blutdruck steigt gleich ins Unermessliche also wo ist dieser verfluchte Pfandschein vielleicht sollte ich beim Tisch anfangen können wir jetzt erstmal den Schlüssel nehmen glaube ich ja die Musik dazu ja ja der Schlüssel vom Müllcontainer der vor der Leichenhalle steht ist an diesem Bund es würde mich interessieren zu wissen was Hermann so schnell loswerden wollte es muss der große Schlüssel sein die anderen sind zu klein ich kann ihn jetzt nicht nehmen Hermann würde es bestimmt merken der Schlüssel vom Müll der Schlüssel von ne ich glaube der kann den nicht nehmen der muss ja nicht irgendwo einen Wachsabdruck machen ja stimmt 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 der war da hinten irgendwo drin das ist richtig ich glaube der kommt nicht wieder wird abgestochen für 30 diese Schachtel ist mit Henrys Namen beschriftet Henrys Pfandschein ausgezeichnet ja hm ein Stück Modelliermasse um Abdrücke zu machen das könnte sich als nützlich erweisen viele Dinge aber nichts was ich gebrauchen kann nimm das Gehirn mit ist das das was ich denke ein altes Mikroskop und ich glaube das darf nicht nicht es geht aber das was jetzt alles rumliegen hat druck des schlüssels in der modelliermasse gemacht danke schön danke schön hermann scheint zurück zu kommen ich höre ihn auf der treppe ich habe ein paar leine hochgeladen suchen sie etwas bestimmtes nein natürlich nicht ich war noch nie in einer leichenhalle ich bin bloß neugierig sie haben einige ungewöhnliche interessen wie ich sehe ich habe es schon völlig vergessen es kann nichts wichtiges gewesen sei strom ich habe sowieso keine zeit mit ihnen zu plaudern nichts für ungut ich bin es der sich entschuldigen sollte ich will sie nicht länger stören bis dann doktor wiedersehen werden was haben wir denn was was gibt es denn da noch so viele ideen so passen wie ich vielleicht doch so ganz hinten auf der tribunliste habe oder so die beiden noch nicht gespielt ich meine es könnte auch irgendwas sein was was du schon gespielt hast ich meine was ich wir können irgendwann aber das würdest du auch noch mal alleine machen am ninja ne ja das mache ich demnächst als einteiler am ninja habe ich aber auch schon mal gespielt aber es gibt es gibt so viele sachen die wir noch machen müssen ich mache aber keinen soma-freunde unter wasser und ich mag nicht unter wassersachen so damit müssen wir jetzt erstmal zu dienst parasoal nochmal 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 wenn ihr aber nicht die app dann gerne dann können wir das streamen bei mir bei marcus egal wo dankeschön für komplex ich glaube das hast du nicht mal gesehen ist wirklich gut das ist das eine gute backrooms game wir können einige sachen machen können uns den schlüssel machen lassen wir können den unsinn abholen und dann können wir die kirche ach warte michael meyers bekommt natürlich noch oh ja fünf mal fünf mal okay warte wir lassen samuel hier eben ich will den nicht überfordern den mann dazu soll auch keine kirche da ist ziemlich viel geld drin 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 haben wir die münze eigentlich rausgeholt oder haben wir keine mehr irgendwo muss die liegen ne subnautica gutes einstieg spielen total das ist das schlimmste unter wasser spiel das es gibt wahrscheinlich ja ne freundlich das mache ich wirklich nicht das einzige wo ich wirklich sag ne da bin ich raus chillers atem marathon alle spiele am stück die sind aber alle scheiße außer convenience store das neue ist gut ne ich nehme meinen convenience store zu wir haben convenience store zu hause ja was jetzt habe ich es weggebrochen ich bin so professionell ich habe gesagt nur da ist licht drin oder irgendwie sowas ne der bin professionell frohe weihnachten frohe weihnachten oh man die johnny knapp kann ich irgendwas für sie tun johnny knapp bist du glücklich schlafen murray ich möchte gerne das objekt auslösen von dem wir gesprochen haben was denn sie erinnern sich sicherlich dass sie einen gültigen fandschein vorlegen müssen ja ich habe den freundlich keine sorge wen habe ich sag sie nicht jetzt wird das idee monetarisiert ja nach fünf stunden streamen diese moment mal youtube so ne ja ja erscheint in ordnung zu sein das macht 40 funzer sagten sie nicht 35 und dann irgendwie nie wieder weiter gespielt auch mein stück ja entschuldigung ich habe mich geirrt sicher ich hole es sofort für sie irgendwann mal durchstream nochmal von vorne aber wir haben ein paar parts davon schon mal aufgenommen bei mir ist aber sehr alt und ich dir nicht empfehlen zu gucken ist cringe ich glaube ich lösche die sind sogar anlistet oder? ne sind die nicht ne der braucht ein bisschen der mann na es stimmt das ist johnny depp wie ist das denn? wir haben das objekt der begierde freunde wiedersehen fett minus gemacht heute maui kannst du mir drücken kann ich ihnen helfen? ne das macht Marc das macht ja nichts das macht ja nichts still live das ist Black Mirror mit dem Seerecht das klingt gut das klingt gut merk dir das mal merk dir das mal merk mir look it up Freunde wir haben es wir haben das Puzzle gelöst die Teile sind ineinander eingerastet so jetzt gehen wir zu Marc so jetzt gehen wir zu Marc so jetzt gehen wir zu Marc still live still live was Youtube so sagt Munderlin schon mal gezockt ich nicht du was wollen sie diesmal es dauert nicht lange na klar ich höre das ist mit Hand gezeichnet komplett sehr gut das ist ein Fast-Person-Horror wir haben mit Hand gezeichnet ich sehe haben sie keine Zeit verloren mein Geld auszugeben jetzt ist das mein Geld und ich gebe es so aus wie ich will damit habe ich kein Problem ja die meisten sind halt hatten sie genug Zeit um das zu machen was sie machen wollten ja hatte ich aber sie hätten vielleicht noch etwas früher auftauchen können was haben sie eigentlich da unten gemacht das geht sie nun wirklich nichts an ja ich habe damit auch kein Problem wenn sie mal wieder etwas brauchen wissen sie wo sie mich finden ja ich brauche im Moment nichts von im Augenblick habe ich ja das ist wirklich Black Mirror wer will mir das nicht machen macht Tom? ne Tom macht das kann ich sie sprechen jetzt nicht kommen sie später wenn das Spiel zu Ende ist Tom will aber auch nicht muss ich hier vorher vielleicht Harry fragen ja ich habe müssen die Frage ob er den kennt ja was darf es sein, Song? Stück Seife Harry sie kennen doch jeden hier wissen sie vielleicht wer mir einen Schlüssel nachmachen könnte also ich weiß nicht ob er der Richtige ist aber Mark hier ist ziemlich geschickt fragen sie ihn einfach wir wollen direkt anfragen gut danke so und zurück hallo Mark Mark ich bin's wieder guten Morgen jemand für alles gut für sie für ich brauche jemanden der mir einen Schlüssel nachmacht Harry sagte sie könnten das ein Schlüssel ist kein Problem geben sie mir das Original und sie bekommen in Kürze eine Kopie zurück und es kostet sie nichts ich betrachte es als Teil unserer Abmachung das Problem ist ich habe nur einen Abdruck das erschwert die Sache ich habe es noch nie mit einem Abdruck versucht geben sie her sie können das Ergebnis in einer Stunde abholen oder so mal sehen was ich tun kann gut hier ist er jetzt können wir auf den nächsten warten aber jetzt können wir mal zu Hermann gehen vielleicht sind die Bilder jetzt fertig vielleicht vielleicht und die ach ne die Küste können wir ja nicht mehr warten ja auf den Schuss vielleicht ist auch der Pastor jetzt Michael Myers du Michael Myers crazy Eroboros Heaven so richtig kranke Scheiße können wir machen dankeschön einfach nur für dich spielen wir das wo ist meine Geldbörse da ist ziemlich viel Geld drin da ist ziemlich viel giраш da ist ziemlich viel Geld drin und mein gemeinsam da ist ziemlich viel Geld drin da ist ziemlich viel Geld da ist ziemlich viel Geld drin das war für dich das war nur für dich und einmal die Münze Where is die qualitiv Eine gewöhnliche Detailmünze. Weike Meyers, wir spielen alles, was du willst jetzt. Du hast Pay2Win gemacht. Das ist wirklich Pay2Win. Du darfst dir das Spiel aussuchen. Schönes Atem hat einfach Speedrun-Programm gemacht. Ja, also wir spielen, was immer du jetzt möchtest. Können wir im Stream. Können wir auf meinem Channel oder auf Markus Channel. Kannst du dir auch aussuchen. Du darfst alles aussuchen. Du bestimmt es. Ja. Samuel Gordon. Bitte lass ihn gleich einfach rein. Ich muss mit ihnen sprechen. Ja, kommen sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Mach seinem Namen mal eine Ehre. Amen. Sind meine Bilder für dich? Freundchen. Ich bin Michael Meyers. Doktor, kann ich kurz mit ihnen sprechen? Hm. Ja, in Ordnung. Ja, ja, komm. Haben sie den Film für mich entwickelt? Noch nicht. Noch nicht, Gordon. Ich habe zu tun. Kommen sie... Boah, ey. Geh wir in die Kirche. Ich mein, wir haben ja beide Teile dafür. Hast du schon zusammengesetzt, die Dinger? Ja. Ja, habe ich zusammengesetzt. Okay. Ich muss machen, oder? In der Kirche einsetzen. Aber Dings saß gerade noch im Totengräber. Ich weiß mal nicht, ob der... Ich glaube, wir sitzen den ganzen Tag da, aber es regnet. Hey Süßmaus. Hallo. Kameraden. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Vielleicht sind wir noch am Streamen, wenn du wach bist. Ja. Kein Stress hin. Naja, wird schon. Ich glaube, wenn man nicht doppelt drauf drücken kann, ist man nicht da. Die Kirche ist abgeschlossen. Was soll ich denn machen? Ich glaube, wir müssen wirklich warten, bis er uns die Scheiße bringt. Ja, oder... Soll ich mal einen Schlüssel, oder Dings? Eins und beiden. Verlaufen wir jetzt einfach hier. Wir haben vor zwei Leute, die einfach auf die wir warten müssen. Ja. Haben wir irgendwelche Infos bekommen, die wir bei uns abgeben können? Nee, ne? Die wir irgendwie erzählen können. Der reißt vielleicht wirklich mal drei, viermal einfach hin und her. Oh, ich laufe immer überall. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wirkt. Eine Familiengruft. Eine Familiengruft. Ja, ich auch. Steht wahrscheinlich drauf. Nee. Nee. Zu. Quatsch, vielleicht mal mit Victoria. Vielleicht bin ich da in. Vielleicht bin ich da in. Ich glaube aber nicht, ob die Haas kommt. Vielleicht da, oder? Doch. Hallo. Ich glaube, die Sau. Wieso überhaupt? Ich lasse sie jetzt allein. Ja. Das war Hermann. Ich glaube, wenn dann ist der Schlüssel zuerst da. Ja. Nee, den will ich anfangen. Ja. Ein bisschen zu anstrengend. Das ist weg. Das heißt, der macht immerhin schon mal. Nee, der hat ihn beim Wirt gelassen. Stimmt. Der lässt ihn liegen. Das heißt, wir haben den jetzt. Wie, jetzt mit einem Bier, Mr. Gordon? Das ist in Ruhe. Nein, danke. Vielleicht später. Haben Sie Mark gesehen? Nein, er war noch nicht da. Wahrscheinlich muss er arbeiten. Suchen Sie ihn? Eigentlich nicht. War nur neugierig. Ja. Haben Sie einen Moment? Heinz, hör mit dir. Gerne. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich mag keine Gesellschaft. Ich war als Tante. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich mag keine Gesellschaft. Oh nein, nicht wieder zu dem. Ja doch. Soll ich den machen? Boah, dass man die auch immer anklingeln muss. Wir sind hier neu. Deswegen kann ich kein Doppelklick da reinmachen. Ja. Ja. Ja, ja, komm. Ich bin... Wir wissen, wo du bist. In der Leichenhalle. Ja, ja, komm. Wir waren da schon ein paar Mal. Wie sieht's aus mit meinen Fotos, Bro? Wenn Sie anstelle, würde ich hinterfragen, was wir fotografiert haben, so wichtig wie uns das ist. Was sieht er? Ja. Doktor Hermann, ich würde Sie gerne... Einen... Oh. Oh. Nee, komm. Also, was... Doktor, haben Sie die... Ja, ich habe Sie drüben auf die Spüle gelegt. Danke für Ihre Mühe. Als ich das privat gespielt habe, bin ich glaube ich 30 Mal hin und her. Ich habe den das 30 Mal gefragt. Ich weiß nicht, wovon das abhängig ist. Aber... Keine Ahnung. Freunde, wir haben die Fotos. Ich lege die Bilder in Williams Tagebuch. Ich hoffe, dass das als viele Schritte zählt für den Schlüssel-Scheiß. Vor allem, damit wir dann wieder ein richtiges Backtracking haben und dann am Ende wieder hier hin zurück zu kommen. Das haben wir bekommen. Die Bilder. Achso. Stimmt. No. So, zurück nach Willow Creek. Mr. Kiel. Ich glaube ich... Mr. Kiel. Oh, dankeschön. Die auch vor Weihnachten. Warte, das ist 5 Euro. Das zählt. Ja, das gibt's. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Bitteschön. Ich glaube, ich habe die Zeit auch gespielt, als rausgekommen ist. Aber ich war da halt 8. Süß. Ja. Freunde, ich habe der Hobbit damals gespielt. Kennt ihr das Videospiel gehabt? Ja. Von 2003 oder so. Das hatte ich auf CD rum. Das ist gemützgeil. Kann ich jedem empfehlen. Wie wir alle 5 Minuten wiederkommen. Ja. Henry... Ah ne, wie heißt der? Harry. Harry heißt der. Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Ein Mary kann wunderbar kochen, das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen, ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen... Okay. Das sieht gut aus. Haben Sie Mark gesehen? Er sollte hier auf mich warten. Das sieht gut aus. Ja, er war vorhin kurz da, ist aber gleich wieder gegangen. Aber er hat diesen Schlüssel für Sie da gelassen. Danke. In Wales gibt es nur noch mal die Scheiße, wo wir den Typen fragen müssen, was die Wörter bedeuten und er in seinem scheiß Buch nachgucken muss. Oh, nur bei dem die tausend Sachen besorgen müssen. Ne, ne, das ist danach, wenn wir einfach nur darauf warten müssen, dass er in seinem Lexikon nachguckt, was die drei Wörter bedeuten, dann muss man genau das gleiche machen was da wohl drin ist. Von dem lieben Herr Doktor im Mülleimer. Kannst du es messen? Das ist aber spannend. Du kannst was messen. Tausend? Oh je, oh je, oh je, oh je! Hallo? Er ist geschockt, lass ihn. Der Gestank von verfaultem Fleisch streift mir die Tränen in die Augen. Ekelhaft. Ah! das nehme ich mit ja zugeschnürte blutige säcke die fasse ich nicht an ihr beide videos games weihnachten für mich könnte liebe grüße an loren scharmann von mir und und das machen wir ich habe die menschliche überreste sollten die nicht tief in der erde begraben seien das ganz lange ich habe auch ein paar für neue sachen der doch irgendwo in so einem weltraum schulter rausgebracht haben wir ja ich meine ja ich glaube es gibt nur die schuldigung dass er auch erst mal ja stimmt da ist ziemlich viel geld drin ziemlich viel geld drin da ist ziemlich viel geld drin michael meyer ist wirklich ganz schön viel geld drin der hat sein ganz weihnachtsgeld direkt raus alles wieder reden aber auch süß eine andere kaufen zu spielen die taschen sind leer kauft sich auch spielen aber ich spüre etwas hartes auf der innenseite ja ja dann guck doch nach messer muss aufschneiden dieser edelstein ist perfekt geschliffen geschliffene edelstein ach die müssen kombinieren mit dem komischen ding da noch genau alle teile passen perfekt zusammen dann ist jetzt bestimmt bald die kirche offen ja die müsste jetzt sein members kira dankeschön masterpiece edition hier eine gewöhnliche metallmünze eine gewöhnliche metallmünze obwohl es die masterpiece da ist ziemlich viel geld drin ich glaube 4 9 10 aber das ist eigentlich ja aber ist egal eigentlich ja wir machen ausnahmen Okay, bitte lass den Typen jetzt sagen. Ist das Whisky? Kein Stress? Ja, kein Stress, regnet mir. Muss nicht der Pastor später auch irgendetwas nachschlagen? Die Kirche ist abgeschlossen. Da musst du auch Ewigkeiten immer wieder... Da musst du, glaube ich, immer wieder diesen Weg latschen. Sind wir vorne richtig bereit? Ne, vorne geht's nicht. Warte mal, was haben wir denn alles? Was ist die nächste Instanz? Ich wurde heute vom Inhalt meiner Geldbörse gejumpst. Komm, also das Mitleid kriegt ja ein... Da ist ziemlich viel Geld drin. Bitteschön. Ich werde auch immer davon begeistert. Guck mal rein, ist immer näher. Das ist der Sprecher von Johnny Depp. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier mit irgendjemandem quatschen. Ja, keine Ahnung. Äh, was ist mit Robert vielleicht? Weil der mit dem Heinz dicker ist? Victoria, bist du noch sauer? Ich rede später mit... Boah, Victoria, ey. Drama-Queen. Dankeschön. Mr. Tier, komm, es gibt eine Münze. Eine gewöhnliche Metallmünze. Robert. Ich habe keine Ahnung, wo... Will Bates mit mir reden? Ich wüsste nicht, was der sagen könnte, aber... Ah, ähm... Geht vielleicht nochmal in die Bar. Vielleicht musst du vorher irgendwie... Ich geh jetzt erst mal zu Bates. Ja. Boah, die Strumpfhose. Fancy. Einfach extrovertierte Oversharer, das Spiel, ja. Der Samurai Team ist gar nichts peinlich. Ne. Brauchen Sie etwas, äh... Mh, nein. Boah, die sind so ein Arschlumpf. Dann geh ich nochmal in die Kneipe. Ich wüsste nicht, was Murray noch sagen könnte. Ich glaub, nix mehr erst mal. Nee, ich hab auch. Ich glaub, der ist fertig. Der ist fertig. Der hat uns gar nichts zu erzählen, Freunde. Ich weiß nicht, worüber wir... Hm. Boah. Was mit dem... Lieben Chef? Ich mein, der hat uns ja gerade mit den Schlüssel gewählt. Ja. Was darf sein? Ich habe ein paar... Sicher. Haben Sie Mark gesehen? Er sollte hier auf mich warten. Ja, er war vorhin kurz da, ist aber gleich wieder gegangen. Aber er hat diesen Schlüssel... Aber er hat diesen Schlüssel... Ja, das ist... Genau das hatte Schaui auch und ich glaub, das hatte ich auch schon mal. Man kann die Schlüssel immer wieder bekommen, weil man benutzt hat. Cool. Von zwei. Du willst zwei? Mhm. Also wieder einen. Kann ich mir 100 Stück in die Tasche, oder? Nee, ich glaub nicht. Nur wenn du keinen hast, kriegst du immer wieder Null. Wir speichern. Ja. Vor allem mal heißen. Ja. Vielleicht zählt das ans Fortschritt oder so. Jetzt ist der Arsch da. Kann sein. Welcher Arsch? Der passt doch. Ich glaub ja nicht. Aber ich glaub, das ist das Nächstes und machen müssen. Ich soll da jetzt wieder jemanden lauten. Aha. Guck mal vorne einmal. Ich glaub's nicht, das geht. Hier ganz. Dankeschön, die auch. Die auch, die auch. Guten Abend. Guten Abend, Abend. Servus. Merry Christmas. Merry Christmas. Die Kirche ist abgesch... Was haben wir denn alles? Nix. Das ist nochmal zu hören, oder? Der Armentyp. Vielleicht können wir die drauf ansprechen, dass wir was komisches gebunden haben? Schauen wir mal. Ja? Sam, ich... Ja, ich bin... Ich muss mit diesem Sprechen, ist das so? Ja. Vor allem sagt er, dass es immer auch in gar nichts ist. Ich mein, der könnte einfach hier oben dann sagen, es gibt keinen Grund runter zu gehen. Können wir machen irgendwann. Wir können auch noch die anderen beiden Teilen spielen. Ja. Wenn ihr das wollt, wie euch das gefällt... Ich habe ihm im Moment nichts... Digga! Was haben wir denn? Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch, ne? Bin ich euch ehrlich. Quatsch nochmal wirklich mit Mary oder so. Was weiß ich. Meinst du, Mary hat mir noch was gesagt? Vielleicht Vic. Ich weiß auch nicht warum. Der Angler oder so. Ich glaube, der erzählt nichts, aber... Ja, drei Main-Teile und es gibt eine Neuauflage. Ich habe keine Frage an ihn. Aber die drei Hauptteile sind richtig gut. Mit wie vielen? Was ist mit Mary? Zehn vor zwei. Sie zeigt die gleiche Uhrzeit an wie gestern. Sie ist defekt. Gut kombiniert. Oh, mein Freund. Mary. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Alles okay. Vielleicht ist es der Kleine. Ob er wohl zum Verkauf steht oder Teil schwer zu sagen bei... Vielleicht war es der. Dir auch einen Abend. Einen Abend. Aber ich dachte... Oliquik verlassen. Haben wir uns mit allen gequatscht? Vielleicht mal mit Morris oder so. Vielleicht Post. Ich glaube, man kriegt irgendwann Post. Draußen. Irgend so einen Scheiß gab es mal. Leer. Leer. Gehen wir mal zu... Dings, ne? Ja. Morris. Morris. Ich finde den ersten am besten. Aber der zweite... Dritte ist auch sehr sehr gut. Ich finde den zweiten super. Mit Bedefort. Mit Bedefort. Mit Bedefort. Mit Eddie. Eddie. Sir. Nein, Sir. Nein, Sir. Haben Sie gedient? Haben Sie gedient? Komm, erzähl mal. Alter Säufer. Ich überlasse ihn seine Haare. War nicht hier irgendwas im Stein? Tagsüber ist es hell genug hier drin. Wenn der schwarze Haar findet. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Freund, jetzt haben wir aber ein bisschen. Ich glaube, wir müssen immer wieder dahin gehen, bis er da ist. Meinst du, ja? Es gab so oft solche Momente. Vielleicht haben sie jetzt auch die letzten Sachen angekriegt dann. Ja, vielleicht sieht das als Fortschritte oder so. Dann müssen sie... Ach. Selten Mühl. Kein Stress. Vielleicht haben wir auch noch was in dem Hut. Kann sein und nicht noch nicht. Ich hab auch. Die Kirche ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Ich brech die weg auch. Alle Teile greifen... Alle Teile... Hm. Wir gucken mal, wenn er mit dem Hut hat. Muss ich dir jetzt wieder rein? Ich glaube nicht. Aber vielleicht muss er den Schlüssel wieder loswerden. Nur so richtig. Sven! Sven, dankeschön! Warte mal! Ja! Da ist ziemlich viel Geld drin! 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 Glückwunsch, 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 Glückwunsch! Da ist ziemlich viel Geld drin! 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 Glückwunsch, Glückwunsch! Da ist ziemlich viel Geld drin! Da ist ziemlich viel Geld drin! nicht dass wir jetzt alles verdammt haben mit dem schlüssel ne ich mein nicht, ich mein schaue halt das auch so ich glaube ich auch boah da ist immer noch nicht verliebt in dich dankeschön du so ey was? du so ey was sollte scheiß ja? samuel gordon bitte lassen sie mich herein doktor ich muss mit ihnen sprechen Kira dankeschön holy shit dankeschön wenn ich ein stream nicht verpasst will ich dir für die letzten 8 Jahre danken ich bin einfach sehr dankweilig gefunden zu haben ohne dich wäre meine Kinder einiges langweilig gewesen da ist ziemlich viel Geld drin 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 da ist ziemlich viel Geld da ist ziemlich viel Geld drin ich bin einfach dran ja genau danke oh oh bitte nicht ich möchte mir lieber nicht vorstellen müssen Herrmann verwendet ihn vermutlich bald ne ich möchte das gar nicht mehr hören hier langsam bin sauber dass du dir rechtsfühlt auf den Scheißdoktor machst um seinen job beneide ich ihn nicht er hat viel zu tun und ich habe keine ahnung worüber wir reden sollen schön ich gehe jetzt noch mal zur kirche oh danke schön, dir auch das ist ziemlich viel geld da eine ungesunde obsession mit horror ohje 100 mal kicken, ja das kannst du machen du spielst gerade bei steam im angebot für 3 euro irgendwas dann kannst du 100 mal kicken ja, und das hochladen ja, lag das bitte hoch, ich like das boah ey, ich schwöre, ne vielleicht müsst ihr einfach klopfen, nochmal rechtsblick drauf oh schade dumm 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 ok, was fehlt denn jetzt mir ist als hätte ich diese hoch zu äh zu, zu, äh williams Zimmer genau vielleicht haben wir da irgendwas vergessen da ist vielleicht irgendein scheiß im Zimmer, also oben im Turm waren wir da schon eingesperrt, ja ja aber vielleicht haben wir da irgendein scheiß Buch nicht gelesen deswegen macht ihr die Verbindung nicht, dass wir da hinlust aber ich glaube dann sperrt es uns gar nicht erst ein was? ach wir waren schon eingesperrt ja ja, aber ich meine wenn man da was vergisst ich glaube dann sperrt es die Decke ist unter ihrem eigenen Gewicht eingestürzt der alte Flügel hält nicht mehr lange zum Glück war niemand hier als es passierte war das jetzt das Event weil jetzt können wir da hinten dann ich glaube ich gar nicht dran erinnern die verorteten Holzbalken sind in sich zusammengestürzt und zu Boden gefallen die Holzdecke ist jetzt instabil sie kann jeden Moment einstürzen vielleicht, ja, keine Ahnung ich glaube das war's von um das Wasser aus links rein kommen ich guck das auch nochmal an vielleicht müssen wir einfach jeden Scheiß hier an probier's ruhig ich guck da kann was da drüber am Fenster gehen das Loch im Fenster lässt den kalten Wind und den Regen ins Zimmer wenn es morgen weiter so regnet, müssen wir das Fenster reparieren wir haben die Fotos ausgedruckt, ne? hast du die mit dem Tagebuch verbunden? das macht er automatisch vielleicht müssen wir die angucken im Tagebuch vielleicht war's das ich glaube nicht ich glaube nicht vielleicht musst du ja beim ersten Mal ja einmal klingeln oder so Member Bastian, Dankeschön eine gewöhnliche Metallmünze die Kirche ist abge... die Kirche ist abge... da ist keine Post da ist keine Post ich guck vielleicht nochmal dahinten ich habe keine Verwendung dafür hm ich guck mir mal ob es euch irgendwas gab was wir jetzt einfach nicht dran denken weil wir halt irgendwie wissen was sie machen müssen wenn wir in den logischen Schritt versprungen haben du hast ja halt super viel nicht angeklickt das war ich fast, ne? da waren wir schon dran aber da war... in der anderen Kontifa doch noch Sachen anklicken die Samen zum Beispiel oben drauf vielleicht muss man das anklicken wer weiß Farbtöpfe und eine Dose mit Pinseln Malersachen sonst nichts den den wir bekommen haben eine Kopie von Hermans Schlüssel die Mark angefertigt hat eine Kopie von Dankeschön frohes Fest Dankeschön hm das Laub wird bald verrotten die Säcke sind triefend vielleicht hat Henry vergessen wer wohl seinen Job übernimmt nachdem diese Sache geschehen ist das Spiel ist teilweise so speziell mit den Sachen die man machen muss die Symbole ähneln sich sehr nur das Zeichen in der Mitte ist anders was das ja? vielleicht kann sein ich glaube das sieht auf dem Gemälde nur so aus ich glaube das sieht auf dem Gemälde nur so aus ich mach den fertig wer anders meint es kann mit der Reihenfolge der Sachen zu tun haben wie man die zusammenbaut das ist alles irgendwie sehr ja muss ich das Eis wieder auseinander bauen? geht nicht glaube ich scheiße vielleicht müssen wir jetzt auch um die Zeit verschwenden weil es ab jetzt erst zählt die Kirche ist abgeschlossen ey deine Mutter ist abgeschlossen soll ich ein bisschen probieren? du machst dir essen nee jetzt lass mich ruhen ich bin sauer ich bin sauer ich bin sauer jetzt nimmt irgendwie noch was njam 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 komm wir quatschen noch mit allen Leuten die wir finden komm ich mach mir weg deine Gucs sagst du? deine Gucs mit Nutella ja jetzt sieht er was na schau schau ich lasse sie jetzt allein ich lasse sie jetzt allein boah ey Victoria ne die geht mir richtig auf den Sack mit ihren Stimmungszwankungen ja ja man weiß hin da ist ein Bild guck aber das ist bestimmt irgendein Scheiße Jeremy Gordon Williams Vater die Sache ist ich habe das Spiel mehrmals zurück gespielt und jedes Mal hatte ich zwei bis drei solche Momente wo ich eigentlich alles gemacht habe aber es geht nicht weiter wo man irgendwie was komplett Schwachsinniges nicht richtig gemacht hat ich heiße einmal zum Schluss ich glaube das ist schneller ja ich geh nochmal zu Robert und zu Bates ne den Schlüssel haben wir schon benutzt ne den Schlüssel haben wir schon benutzt wir haben uns schon alles ge- Victoria sitzt beim Kamin in der Halle na es kommt drauf an bei dem Spiel es kommt drauf an wie viel man weiß von dem Spiel dann gehts kürzer ja man so bis eins denken denk ich mal und dann je nachdem wie weit wir kommen äh wohin wollte ich? zu Bates schauen wir mal was selber ja kann ich Bates einfach im Keller einsperren? also sehr viele haben das gleiche Problem die haben fast die Lösung was? was ist die Lösung? keine Ahnung die sagen alle du musst die Gegenstände kombinieren die haben die aber alle gemacht die sagen die haben alles gemacht die müssten rein vielleicht ist es verpackt wegen dem Schlüssel brauchen sie etwas Sir? mh nein Bates redet auch nicht mehr wenn sie aber spielen neu starten passt auf sich ok hier hatten Leute einen Bug das äh warte mal ich habe keine Frage krieg ich noch einen dritten Schlüssel? ich weiß nicht worüber ich glaub uns ich glaub es fehlt wirklich ich glaub man muss noch irgendein äh zerstückelten ich habe keine Ahnung worüber wir reden sollten den Herman ähm Dings geschickt hat ich weiß nicht ich glaub der liegt in irgendeinem scheiß Mülleimer im Schloss oder sowas der hat überhaupt nichts damit zu tun aber ich glaub man muss den vorher finden ja wo liegt der denn? steht hier nicht oh geil aber er kommt bei dem Schloss irgendwo ich kann auch von wenig bis gar nichts ich erinnere mich da auch dran es gab irgendwo noch so ein Zusammensetz-Rätsel mit einem Brief ich glaub in der Küche oder so in der Bibliothek nicht mh schau mal na guck mal ja guck mal der Brief hat wirklich nichts damit zu tun der Brief hat wirklich nichts damit zu tun ist halt ein Tipp für später storytechnisch wo war der denn? Mühleimer Zeitungsständer bei Roberts Zimmer Dankeschön für den Tipp Dankeschön für den Tipp ist der da jetzt kaputt drin? ich glaube ja da ist ein anderer drin was ist so gut dritte die heutige zeitung nein da ist gar nichts hey du hast mich ist sie sonst noch irgendwas? und betrogen hast du mich schäm dich was doch nicht schäm dich was Vielleicht müssen wir ihn nochmal anquatschen, damit er irgendwas rauswirft, so ein Scheiß. Wir haben uns schon alles ges... Ich sehe noch einen... Belogen und betrogen hat er uns. Guck jetzt, wer Sam in dem Zimmer... Ich wasche mir jetzt das Gesicht. Vielleicht ist hier irgendwas. Ich wasche mir jetzt das Gesicht. Ich google mal, wo der ist. So. Frisch ein Zwerg, Freunde. Ich hab mich gewaschen. Oh, irgendwas verpasst, vor sieben Minuten. Bastian! Oh, Entschuldigung! Oh, Bastian! Bleibt so wie ihr seid, danke für das tolle Jahr und viele weitere. Holy shit! Dankeschön, 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 dankeschön. Bastian! Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, du bist noch da. Bastian! Ah, das ist für dich. Da ist ziemlich viel Geld drin. Vielleicht hat das hier was anderes getrügelt. Könnte sein. Da ist ziemlich viel Geld drin. Wir waren vertiefd in unserem Scheiß hier. Hier, Bastian! Dankeschön. Da ist ziemlich viel Geld drin. Musst man nicht den angezündeten Kamin anbringen? Ey, es kann sein. Da ist ziemlich viel Geld drin. In die Kirche wollen wir gerade rein, das ist das Problem. Das Spiel lässt uns nicht, obwohl wir eigentlich alles gemacht haben, was man machen muss, aber es wird halt irgendeine kleine Scheiße drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Das war alles für dich. Bastian, ich hoffe, du bist noch da. Was auch immer der mit irgendwas zu tun haben soll. Es ist schön warm hier drin. Ich sollte meine Kleider abends über den Stuhl hängen, damit sie trocknen. Das war's. Vielleicht ist jetzt ja der Scheiß da drin. Wo drin? Ich meine, es gibt wirklich einen Brief. Ich weiß noch nicht mehr, wann man den finden muss. Irgendwas kriegen wir bei mir auch. Ich weiß noch nicht mehr, wann man den Torn. Da ist kein Brief hier. Tut mir leid, euch nicht enttäuschen zu müssen. Scheiße. Naja, Freunde. Naja. Guck mal in der Küche. Ich hatte im Kopf, es war in der Küche. Ja, ich guck mal in der Küche. Es gibt nicht nach einem Müller-Mausen. Kann es sein, dass da ziemlich viel Geld drin ist. Ich hab den Kamin angekriegt. Ich geh mal schauen. Vielleicht muss man einfach eine bestimmte Anzahl von Sachen finden, bis man weiter kann. Ich guck mal, ob ich irgendwo finde, wo der sein soll. Ich hab ein Bild von dem Bild gefunden. Das hätte mich noch nicht hingewiesen. Von Wikt bekommt man Bilder? Welche Bilder bekommt man für Wikt? Wer hat mit Wikt? Die Kirche ist abgeschlossen. Was für Bilder von Wikt? Ich weiß auch nicht, was für Bilder. Auf der Spüle. Die haben wir schon. Wenn du die von Herman meinst. Die Fotos, die er uns entwickelt hat. Die haben wir schon. Die Mülltonne. Da ist eine Mülltonne. Das ist wirklich scheiße. Oh, nee. Mülltonne und Müllcontainer. Mülltrennung, Freunde. Mülltrennung. Ich bin raus. Fickt euch alle. Was ist ein Dreck. Samuel, ich hoffe, deine Mutter hängt. Verfolter Müll. Verfolter Müll. Darin werde ich nicht wühlen. Nee. War da jetzt was drin? Ja. Oh, Goddammit. Leute, macht euch keine Hoffnung. Das Spiel hat 30 solcher Momente. Okay. Komm. Mach jetzt. Jemand hat ihn in Stücke gerissen. Offenbar sollte ihn niemand lesen. Blutti Frutti extra fruchtig. Frohe Weihnachten. Okay. Ach, Joe, Jill, Kuh, bitte bleibt so, wie ihr seid, noch weiter in der Haltung. Cheers. Dankeschön, Mann. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Soll ich es nicht machen? Okay, wir dürfen nicht weitermachen. Jody will das Puzzle machen. Ja, ich warte hier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dir auch eine frohe Weihnacht? Boah, was ein Dreckscheiß. Was eine bescheuerte Scheiße. Okay. Frohe Weihnachten, Freunde. Was für ein glückliches Fest der Liebe, der Freude und des Friedens. Schön. Ich brauche einen Kaffee. So. Fickt euch alle. Prost. Willst du Puzzle nicht machen? Ich mache mir einen Kaffee. Einen Prost-Kaffee. Werden wir nicht sagen. Machst du eine Kaffee. Opo Schüdo. Mach aber einen Kaffee. Ein Doppel gut. Ich brauche einen Doppel hier. Soll ich den Jäger mit reinkippen? Ah, Freunde. Was? Soll ich den Wein mit reinkippen? Ja, bring mir eine Flasche Wein. Ja. Freunde, wir Puzzle. Wie geht's? Wie steht's? Ich habe mich beruhigt nach meinem Rage-Quid. Nee, eigentlich auch nicht. Warte mal. Das könnte ein W sein. Könnte ein M sein. So. Das war jetzt... Es war wild, Freunde. Könnt ihr mal was essen? Ja, das kommt doch je hin. Ich mach dir bald was essen. Mach das mal. Tutti Frutti übrigens. Hab ich vorhin gesehen, als sie auf der Toilette war. Was eine Ehre. Ich würde ja da mal ziemlich viel Geld drin machen, aber ich kann's gerade nicht. Freunde, ich liebe solche Puzzle. Könnte ich den ganzen Tag machen. Finde ich super. Ich weiß, wer wird beleidigt. Wer beleidigt hier wen? Das gibt eine Anzeige. Oh, eins zu weit. Markus hat den Chat beleidigt. Was? Habt ihr Little Miss Fortune spielten? Nein, aber es ist auf der Spieleliste. Markus hat euch beleidigt. Das F-Wort hat er gesagt. Was? Du hast das gesagt? Ja. Aber ich hab das doch eigentlich gesagt. Hey, ihr fehlten Teil, Baby. Lieber H. Ah, es geht trotzdem. Meine nächste Lieferung wird bald bei Ihnen eintreffen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Alles ist glatt verlaufen. Niemand ahnt etwas und so wird es bleiben. Vergessen Sie nicht. Das, was ich hier mache, dient dem Fortschritt und der Wissenschaft. Und ohne Ihre Hilfe könnte ich meine Forschung nicht weiter betreiben. Ich schicke Ihnen meine Ergebnisse wie üblich innerhalb des nächsten Monats. Hermann ist wahrscheinlich der Empfänger. Aber wer versteckt sich hinter dem R? Ja, wer wohl. Über was für eine Sendung sprechen Sie in diesem Brief? Wer fängt hier noch mit R an? Es gibt nur einen. Freunde, wer weiß es. So, wenn jetzt die beschissene Kirche nicht auf ist, geh ins Bett. Verrät die Stimme etwa den Schreiber des Briefes? Man weiß es nicht. Die Kirche ist offen. Da ist eine Tür. Wir können in die Tür... Ich dreh durch. Ich dreh komplett durch. Ja. Ja, der Stream bleibt unten. Die Kirche wurde 1230 erbaut, während der Herrschaft von Marcus den Gnädigen. Bitte was? Möge diese Kirche der Gemeinde Seelenheil und Vertrauen in den Herrn bescheren. Roberta. Man schreibt Roberta. Roberta. Dann gehen wir uns mal in der Kirche umgucken. Frohe Weihnachten, 0-2. Dankeschön, dir auch. Ich will sie nicht stören. Hm. Hier pflegte ich vor so vielen Jahren nach der Heiligen Kommunion zu Beichten. Na, ich lasse euch auch nicht mit Marcus allein. Wenn, dann mache ich einen Nepp. Da vorne ist so... Kann ich mich hinlegen. Und dann mache ich da so einen Power-Nipp. Ich lasse euch nicht allein. Ich bleibe sogar im Zimmer. Vielleicht hört ihr mich schnarchen. Auf dem Heiligen Altar liegt ein Tuch mit goldenen Stickereien. Mit dem Pastor reden wir am Ende. Wir gucken uns erst mal hier um. Heilige Schriften. Alles Latein. Pater Frederick? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Aber ich erinnere mich an Sie. Ich möchte Ihnen danken für das, was Sie bei der Trauerfeier gesagt haben. Sie müssen mir nicht danken. Es war das Mindeste, was ich für William tun konnte. Oh, bitte nicht, ey. Das fände ich aber gruselig. Pater, ich möchte mit Ihnen über William sprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Was bekümmert Sie, mein Sohn? Ich weiß, dass er oft hierher kann. Ja, genau wie viele andere Leute, die regelmäßig beichten, um ihre Seelen zu entlasten. Aber ich weiß auch, dass er nachts her kann. Können Sie mir erklären, warum? Nun, da Sie es sind, kann ich es wohl sagen. Er hat mich immer wieder gebeten, ihn in den alten Glockenturm zu lassen. Er war so hartnäckig, dass ich am Ende seine Bitte erfüllt habe. Haben Sie eine Ahnung, was er dort gesucht hat? Nein, habe ich nicht. Er wollte alleine sein und das habe ich respektiert. Er blieb immer lange dort. Wenn er ging, war jedes Mal völlig erschöpft. Mehr weiß ich wirklich nicht. Dankeschön. Was er da wohl gemacht hat. Ich habe gehört, dass man vor langer Zeit hier auf dem Dachboden Ketzer hingerichtet hat. Den Chroniken nach fanden die Prozesse genau über der Stelle statt, an der wir jetzt stehen. Ein seltsamer Standort für eine Kirche, finden Sie nicht? Es war Marcus Gordon, Ihr Vorfahrt, der die Kirche hat erbauen lassen. Er wollte wenigstens teilweise die Sünden und Ungerechtigkeiten wiedergutmachen, die hier stattgefunden haben. Ich glaube, er hat den richtigen Weg gewählt. Sehen Sie sich das an, Pater. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Ich fürchte nein. Es ist sehr alt, würde ich sagen. Ansonsten kann ich nichts darüber sagen. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Hast du deine Pepe-Mohne-Hose? Ja. Sagen Sie, Pater, was wissen Sie über Marcus Gordon? Er war einer der großartigsten Männer seiner Zeit? Das genaue Gegenteil seines älteren Bruders. Mordred war ein grausiger Antichrist. Er pflegte bei Scheinprozessen, Unschuldige zu foltern und zu missbrauchen. Gott sei Dank war er nicht lange an der Macht. Markus ermutigte die Bauern, sich gegen ihn aufzulehnen. Und es gelang ihnen, ihn zu stürzen. Sie können stolz darauf sein, dass Markus' Blut durch ihre Adern fließt, mein Sohn. Pater, darf ich etwas beichten? Natürlich. Möchten Sie das jetzt machen? Nein, ich meinte später. Glauben Sie mir, so etwas sollte man nicht hinaus zögern. Ich komme später wieder, versprochen. So, ich glaube, wir müssen einmal mit dem Turm interagieren, damit er uns, mein, ich auch dahin lässt, oder? Ja. Das Gitter ist abgeschlossen. Oh, wir müssen jetzt noch erwarten, wie du in den Scheiß... Irgendwann schlägt der einen Chroniken nach, meine ich. Aber spiel, was... Pater? Ja, mein Sohn? Darf ich Sie einen Moment stören? Doch, einfach. Pater, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich würde mich gerne im alten Glockenturm umsehen. Aber mein Sohn, der Glockenturm ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Warum wollen Sie dorthin gehen? Das kann ich im Moment leider nicht beantworten. Aber es ist sehr wichtig. Glauben Sie mir. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, aber nur dieses eine Mal. Danke. Folgen Sie mir bitte. Du setzt mich gleich wieder hin. Ich gehe gleich wieder. Ich sehe wirklich jetzt keinen Bocken auf die Scheiße. Malke Meier schreibt. Oh, danke schön. Oh. Mr. Meiers. Dankeschön. Ich werde Sie alleine lassen. Ich muss zur Kirche zurück und anderen dienen. Natürlich, Pater. Danke. Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind, damit ich das Gitter wieder schließen kann. Natürlich. Ich muss dahinter kommen, wie William in Marques Grab gelang. Ich gehe nicht, ehe ich den Eingang gefunden habe. Dann mache ich ihn nicht. Da kommt so ein Bilderschieberätsel. So. Ich gehe mir jetzt kurz was zu essen machen. Du kannst jetzt kurz weiter machen. Was du... Ich gucke mal, was ich mache. Ich habe nämlich ein Hühnerchen. Ich habe auch ein Hühnerchen. Schau mal, was ich in der Küche mache. Was du zaubern kannst. Vielleicht bestelle ich dir auch was. Ja, mach schon mal. Mal schauen. Mal gucken, was ich bin. Schau mal. So, habe ich was mitgestellt? Wer will was haben? Denk an den anonymen Schenker der Kanalmitgliedschaft. Ja, ey. Wohin wurde komplett übertrieben. So. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Wie weit waren wir? Äh... Ach, die Öffnung ist schon da. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich auch da reinklatschen. Da muss ich jetzt mal interagieren mit. Schön. Was habe ich Gothic geliebt? Ey, Gothic ist fantastisch. Gothic 1 habe ich, glaube ich, nur ganz kurz gespielt. Aber 2 habe ich so oft gespielt. Das Kind. Die Frauen ähneln dem des steinernen Objekts. Ja, ja. Mach rein jetzt. So. Wir sind kurz davor, den ersten Sehenschlüssel zu bekommen. Kurz davor. Jetzt kommt die Scheiße. Darüber muss William in seinem Tagebuch geschrieben haben. Ich muss dahinter kommen, wie es funktioniert. Ja, ja. Gucken wir mal. Ähm... Ja, warum ist eigentlich... Was ist hier eigentlich passiert? Moment. Test, 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 test. Warum höre ich mich so super leise selbst? Ganz schräge Sache. Test, 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 test. Hä? Hm. Keine Ahnung. Ganz seltsam. Ähm. Ich muss erst mal nachgucken, wie rum man es machen musste. Okay. Rot, Mitte. Schwarz, oben, unten. Schwarz, oben, unten. Weiß, links, rechts. Alles klar. Wie ging das nochmal? Äh, wir sehen sogar, wie wir es machen müssen. Okay. Müssen wir da, glaube ich, ein paar weiße reinparken. Klingt das so? Das war so ein Rumprobier-Puzzle. Das weiß ich noch. Ich glaube, es ist noch nicht stuck. Ich glaube, es ist noch nicht stuck. ne ich glaube sie hat mich stuck kann ich da einparken ne ich glaube so komme ich voran ne ich weiß gar nicht mehr der diablo vor weihnachten die auch dankeschön dankeschön ihr seid alle zu lieb ich habe dafür noch nicht dahin machen ich habe uns block mit alles ich weiß gar nicht mehr machen ne das ist dumm ich muss den ein weißen auch mal rausbekommen ne ich glaube so ist besser ne 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 Bist du am Schieberätseln? Ja! Bist du am Rätseln? Rätseln. Das war sogar okay. Du hast ein rumprobiert Ding, bis man irgendwann draufkommt. Nee, nix. Gar nix. Hast du da... Ja, ich achte drauf. Die Münze gemacht. Die Münze? Ja, für die Menschen. Ach so. Nee, ich kann ja nicht im Rätsel daraus. Geht erst danach. Leider geht das hier nicht. Äh, wo war ich jetzt? Ich probier einfach rum, bis ich irgendwann weiterkomme. Ey, ich glaub, wir sind so stuck. Ich glaub, da geht's nicht weiter. Äh? RIP ohne Internet. Was passiert? Ist kein Internet mehr? Oh nein. Help. Warte, ich verteil die mal auf beiden Seiten. Michael Myers! Was macht der? So reich mir dich nicht, aber den habt ihr verdient. Dankeschön. Jesus Christ. Ey, du bist doch verrückt. Gib mal bitte meine Schlampe. Deine Schlampe sind... Malke Meyers, du bist verrückt. Das stimmt. Ich mein, das steht ja im Namen. Ja. Dafür steht er mit seinem Namen. Ja. Der empfiehlt sich. Ja. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist wirklich ziemlich viel Geld. Und ich mach das gleich ein paar Mal für dich. Und einmal die Münze. Malke Meyers, ich liebe dich. Liebe dich. Ne, ne, ne. So wird das nix, oder? Weil so haben wir jetzt auf jeder Seite ein paar Plätze. Ich muss mal einen Schwarzen da hinten hinbekommen. Ich mein, da muss er eh nicht mehr raus am Ende. Ich glaub, die Schwarzen sollten schon mal hier in die Ecken rein. Das ist smart. Äh... Warte, der Rote muss am Ende... Das heißt, der Rote muss wahrscheinlich am besten in der Position am Ende stehen. So kann ich den nicht mehr tauschen. Ich geh vielleicht lieber da hin. Ne, das ist dumm. Verstehst du das Rätseln nicht? Wir müssen hier die schwarzen haben, da die weißen, hier auch die weißen und auch unten die schwarzen. Das rote muss am Ende der Mitte sein. Man muss sich halt so hin und her schieben, dass es halt zusammenpasst. Es gibt da wahrscheinlich ein smartes System, wie man es von Anfang an gut herangehen kann. Aber ich habe es jetzt jedes Mal gelöst, indem ich einfach rumprobiert habe und es dann irgendwann gepasst hat. Das ist vielleicht nicht die beste Herangehensweise, aber es hat immer funktioniert. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Scheiße. Nee, doch nicht. Ich muss das da reinbekommen, oder? Warten wir. Fuck. Fast. Fast. Oder man denkt wieder, nee, so geht es nämlich nicht, ist das Problem. Wir sind wie kurz davor. Aber wir müssen hier die Position von den beiden tauschen irgendwie. Warte, wo muss der denn am Ende sein? Der muss hier sein. Hä? Ist das abgebrochen oder irgendwas? Muss ja eigentlich alles okay sein. Ist das irgendwie intern kurz weg von den YouTubes oder so? Bei mir ist alles fein. Okay. War eine Unterbrechung bei euch? Entscheidend war eine Unterbrechung. Trinkt auch nichts, ne? Scheiße. 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 Ich muss den, glaube ich, einmal aus mir rausbekommen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Moment. Trinkt mir das irgendwas. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich weiß nicht, ob es so ist. Fuck ey. ich glaube ich darf die Weißen nicht direkt in die Ecken machen brauche ich den Platz vielleicht brauche ich auf jeder Seite erstmal zwei Freiplätze das macht es vielleicht leichter okay die drei sind da ich den jetzt erstmal hier runterbringe es sieht gut aus ist richtig oder? ich glaube es ist richtig ja ich glaube es ist richtig yes we got it endlich die richtige Kombination weh der Speed crashed jetzt ich weine geh auf jetzt muss man speichern gebe speichern das trennen 2 was passiert jetzt? die Öffnung damit habe ich den Altar ist das Tor? ist das offen? das führt zum Hintergrund Bild ein Mal Doppelbild das habe ich gar nicht gesehen ich glaube die Animation ist nicht gekommen oder? ist das hier? ist das richtig? die Wendeltreppe führt zum Glockenturm ich habe keinen Grund dort hinzugehen Teppich ah dort drunter der Sound hat gefehlt der Sound hat gefehlt die Luft hier lässt sich kaum atmen ich glaube in der deutschen Version fehlen manchmal zu bestimmten Momenten Sounds immer eine lange Pause dass man nichts drücken kann oder so ich glaube da sollte eigentlich irgendwie grußige Musik kommen oder so String 2 die Öffnung ist das wieder dafür? es ist die gleiche wie oben haben wir das Ding noch? soll ich die holen von oben? es werde Licht verflucht was war das? der Eingang hat sich geschlossen ich muss ihn irgendwie öffnen sonst komme ich hier nicht wieder raus sie ist völlig verrottet nutzlos wir gucken uns erst mal ein bisschen um ich finde das haben wir uns verdient nach dem ganzen Scheiße ok das sind die Rätsel die vier Stück die sind ganz cool ich meine die weiß ich alle auch noch tatsächlich jetzt legen wir das jetzt nicht so schlimm wir gucken uns erst mal ein bisschen um die Decke ist hier teilweise eingestürzt das Grab ist sehr alt schöne Sache da drüben kann ich nichts sehen ich bleibe vorläufig noch im Licht in Schrift Möge Weisheit dir den Weg weisen die Heiligen Vier im Jahre des Herrn 1243 äh wie man auf die Lösung kommt das ist in dem äh Buch hier von William von so einem Großvater drin gewesen er meint er hat das schon mal angefangen das Rätsel lösen aber ist danach nicht mehr weitergekommen die er ist die sind halt in der Position am Anfang du musst sie halt umgedreht machen da wo die weißen waren musst du die schwarzen machen und da wo die schwarzen waren musst du die weißen machen der rote muss am Ende in der Mitte sein das hat er hier in sein Buch reingeschrieben sooo ok ein Rätsel für euch Freunde je mehr man wegnimmt desto größer wird es mal gucken wer von euch als erstes drauf kommt ist nicht so schwer zum Glück das ist ein bisschen entspannend zum Rätsel von eben das eben bisschen Delay hat mach ich es in der Zeit schon mal komm wo ist es da guten Abend euch allen das funktioniert möge Weisheit dir den Weg weisen wie lange ist jetzt gebraucht für das Scheinrätsel weiß ich nicht die Küche 10 15 Minuten 10 glaube ich Cryptic Charlie Glückwunsch für den Sieg das ist Puzzle gelöst so nächster Puzzle für euch ich bin gespannt die Seiten sind gut erhalten ich werfe einen Blick hinein das nächste Puzzle ist man kann es nicht sehen aber hören es spricht nur wenn man es anspricht das ist sehr basic das ist sehr basic da ist viel stimmt Moment während ihr hier rätselt noch für einmal für die Membership eine gewöhnliche Metallmünze Dankeschön und da ist ziemlich viel Geld drin da ist ziemlich viel Geld drin für unseren Lieblings Serienmörder aus Halloween da ist ziemlich viel Geld drin 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 Dankeschön Dankeschön Komet K Echo Echo Fresh Hund ja Hund Na der Watar ging ich zurück na ja fantastisch so rätseln und mal drei kommen wir speichern einmal nicht irgendwie was es nicht passiert Aber ich mein, das hier neu zu machen, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Strim. Ich hab's noch nicht verstanden, was ist da drin? Hier drin? Unser Urgroßvater hat herausgefunden, dass anscheinend unsere Familie seit der Gründung und dem Streit zwischen den beiden Brüdern ein Fluch liegt, weil der eine Bruder den anderen getötet hat. Und ich glaub, irgendwie jeder, ich weiß nicht, ob jeder oder jeder dritte geborene Sohn oder sowas irgendwie verflucht ist. Und um diesen Fluch zu brechen, wollte halt unser Urgroßvater anscheinend diese fünf Schlüsselsteine finden, die anscheinend irgendeine Kombination damit liegen. Aber was genau die bewirken und was die machen, ist noch nicht genau klar, aber die haben anscheinend irgendwas damit zu tun. Und die sind in Gräbern von Familienmitgliedern. Einen hatte er schon selbst gefunden. Einen hatte er seinem Ziehsohn geschenkt. Das ist das, wovon wir das Bild gefunden haben. Hier der Typ. Der da. Einer ist anscheinend irgendwo verloren, wissen wir nicht. Das hier ist der vierte. Der erste für uns, die haben noch keinen einzigen gefunden. Und der fünfte ist irgendwo verschollen. Das weiß noch niemand, wo der liegt. Und das ist halt das erste Main-Rätsel dafür, um das zu finden. Wir kriegen aber relativ am Ende mehrere am Stück. Deswegen keine Sorgen, wir sind nicht erst ein Fünftel durch oder sowas. Man sieht ihn in der Kälte, sonst bleibt er meist im Auge verborgen. Sanft wie das Licht. Leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Ja, komm. Das hat eben sogar schon jemand hier erraten. Good shit. Good shit. Ach so, du meinst eigentlich den Geldbeutel. Aber ich hab trotzdem mal die Story zusammengefasst. Ich mein, hey, nice. Äh, ja doch, Pfannkuchen würd ich auch. Yes. Würde ich auch ein paar mitessen. Hier, Artem hat jemand schon erraten. Das ist sogar im Buch als Tipp drin, weil William, er meint, dass er das rausgefunden hat. Wie auf die Antworten nicht gekommen ist, weiß ich auch nicht. Ich mein, der Typ war alt und verflucht und kam nicht mehr ganz klar. Also, hey. Verständlich. Atem. So, und hier ist... Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort. Guck mal ins Bank, bitte. Ja, wir hoffen, dass er sich die übrig lässt. Und ich mach mir später noch einen Toast. Was? Ja, das kann. Ich hab jetzt hier immer. Na gut. Ja, da mag ich es. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort. So. Könnt ihr die Lösung erraten? So, ich hab jetzt mal 5. Ne. Direkt erraten. Kohle, Wahnsinn. Ihr seid so smart. Ente. Ente ist richtig. Das war das Rätsel. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie und grau wirft man sie weg, mein ich. Irgendwie sowas. Okay. Ohohohoho. Das Grab von Marcus Gordon persönlich. Ach du Scheiße. Gucken wir mal rein, ne? Oder auch nicht. Doch. Ich muss mir wieder weg gehen davon, ey. Marcus. Der erste Gordon. Das muss der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb. Der erste von den 5. Ja, dann lass es doch, Evo. Dann lass es doch. Na gut. So, den haben wir. Und ein Buch. Und einen zu mir vorlesen lassen. Ist doch ein bisschen. Ines, Dankeschön. Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals zwischen den Welten. Den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen. Vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Krediten des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Marcus gebrochen. Als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gehören. Ich meine, es gibt ein Hörbuch. Für Marcus wurde die Zeit knapp. Ein schlechter Fall, ja. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Marcus, was er tun musste. Gute Besserung. Zorn erfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von fünf Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Dann fiel Mordred auf die Knie und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Markus übergab vier Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den fünften Schlüssel behielt Markus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden. So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidore Whale in treuem Angedenken an Marcus Gordon 1240 AD Black Mirror Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die fünf Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Selane! Ich glaube, du musst einfach add und dann den Namen auf YouTube, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht autokorrigiert. Leider, du musst da wirklich einen kompletten Namen schreiben. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du musst einfach add und dann den Namen schreiben. We did it! Hörbuch beendet. Okay. So, ich glaube, ich speichere nochmal. Ich glaube, jetzt geht es direkt abgefuckt weiter. Müssen wir das Ding wieder rausnehmen? Entschuldigung nicht. Äh, okay. Kerzenhalter können dann was machen. Ich sehe nichts von Interesse. Okay, Kollege, tut mir leid. Ich sehe nichts von Interesse. Sicher? Aha. Hm. Wo ist sie hin? Das werden wir bereuen. Das werden wir bereuen. Wir kommen in der nächsten Area, Freunde. Oh nein. Ich war mir jedes Mal sicher, man ist einfach verreckt, wenn ich falsch gemacht habe. Hey, Achtung. Ah, mir der Arm weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Ich werde zufragen. Wie freust du dich auf den Minen-Part? Was? Wie freust du dich auf den Minen-Part? Selin! Selin! So, hier müssen wir sparen. Hier kann man sehr schnell einfach verrecken, wenn man das falsch macht. Aber hier ist schon? Hm? Ich glaube schon, oder? Aber hier kann man super oft verrecken. Irgendwann scheiße. Njam, 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 njam. Freunde, Werbung in einer Sache. Kein Fördergekrieg ist mein Kaufgeister. Wie ist mein Kaufgeister? Das ist so Vanille, Zimt und Zucker. Ich kriege kein Geld dafür. Doch, kriegst du. Ich habe das selber gekauft. Das ist Vanille, Zimt und Zucker. Ich bin eigentlich allergisch gegen Zimt, aber fuck it. Das ist nicht gut. Du kriegst doch auch. Ja. Vielleicht lukt man heiß, aber ist mir egal. Ich will das jetzt essen. Ihr seid ja noch live. Was für ein perfektes Ende für Weihnachten. Ja, wir sind noch ein bisschen live. Ich glaube, wir sind halb durch. Patrick. Realistisch. Patrick, danke schön. Fröhliche Weihnachten, bleibst du, wie ihr seid. Und macht nächstes Jahr weiter so. Seid ihr besten. Moment, dafür gibt es ein. Nee, nee, nee. Fünf. Aber wir haben alles verloren. Beim Runterfallen, glaube ich. Scheiße. Kriegen die Sachen später wieder. Scheiße. Wir haben gar nichts mehr. Da ist so viel Geld drin. Oh nein. Da müssen wir alles merken für später. Da ist doch nicht so viel Geld drin. Selina, bin ich. Wir können auch das hier machen dafür. Ein Brief. Hier, den kriegst du. So, wir müssen hier drin einiges machen. Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Interessant. Also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, im Deutschen müssen wir so einen fehlen ab und zu Sounds. Aber wir sind der Rat hinterher gelaufen, dann in einen Minenschacht reingefallen. Jetzt müssen wir einige Zeit einfach nur versuchen, aus der Scheiß Mine rauszukommen. Das ist das aktuelle Kapitel. Lecker fangen, Guru. Musst du vielleicht einen Kaffee machen. Ein Zaun. Vielleicht eine Tür. Freunde, könnt ihr auch einen Kaffee machen. Ich sehe nichts, aber der Zaun lässt sich bewegen. Entschuldigung, was kam da so raus? Ne, gut. Ich sehe nichts, aber der Zaun lässt sich bewegen. Wo gibt es den? Mit dem Finger. Und dann leckst du den ab. Jetzt habe ich Zimtkaffee. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Vanille Zimtkaffee. Vanille Zimt. Vanille Zimt-Zuckerkaffee. Ich sehe das erste Mal streamen. Wir haben auch seit vier Monaten nicht gestreamt hier. Aber bei mir. Ja, aber auf Jollys Kanal. Einige Male. Eigentlich einmal die Woche oder so. Aber schön, dass du da bist. Was ist jetzt hier? Wir brauchen jetzt Licht erstmal. Nix, 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 nix. Ich glaube, das hier war der Lichtschalter. Kira, zehn Memberships. Dankeschön. Zulini, ich würde mit dir teilen. Ich teile alles mit dir. Eine Art Mechanismus mit drei Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Mhm. Guck mal. Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Oh, weiß ich nicht. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Ich glaube, ich... War das nicht so? Bitte. Nichts. Die. Nein, nix, nix. Der Mechanismus bekommt kein... 1770 aufgenommen oben hat heute Geburtstag. Und ich höre so, dass du da drin bist. Jetzt ich mir nur gewünscht, Alfred. Ruben. Warum heißt du Alfred, wenn du Ruben heißt? Das ist Clickbait. Als Gute. Das ist fake. Fake. Fuckin' öff. Ich wünschte Zulini sehr gut. Und bitte mit mir teilen. Ich bin ja hier. Ja, mein Wünschte Zulini war auch noch gut. Ging das überhaupt jetzt schon? Und ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht genau, wo du bist. Und wie alt bist du? Ich muss erst mal kurz wieder rein. Achso. Anfang der Mine einfach. Gerade runtergefallen. Ja, aber ich meine, ich muss kurz einmal da gucken, was da noch mal war. Er kommt von meinem Vater. Sehr gut. Ruben, wie alt bist du geworden? Wenn ich jetzt fragen darf. Wenn nicht, ist okay. Boah. Kannst du es jetzt schon wissen? Man kann es gar nicht wissen. Ich glaube, es ist einfach Zufall. Also man muss es einfach richtig machen. Ich hatte auch im Mai Geburtstag. Zulini hatte auch im Mai Geburtstag. Wir können uns einfach alle gratulieren. Weil wir irgendwann Geburtstag haben. Danke für den Spoiler. Mitte, oben, unten. Nee. Nee. Fake. Vielleicht andersrum. Vielleicht musst du doch erst mal irgendwas andersrum machen. Vielleicht andersrum. Ich meine nicht. Vielleicht erst rechts. Also muss ich sagen. Ich kann nicht andersrum machen. Nee. Ey, Alfred, ab ins Bett. Was machst du hier? Herr Ruben. Okay, gut. Ich weiß auch, ich brauche jedes Mal 14 Jahre für. Mitte, unten, oben. Mit Licht geht alles leichter. Wollte ich... Moment. Was sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schach... Wir müssen einmal ins Kabel ran, oder? Aber nur wenn du vor speichern. Ja, ja, direkt davor. Die meisten sind noch heil. Wollte ich was Wundervolles sehen, Freunde. Wir haben alle Sachen wieder bekommen. Wir müssen jetzt jede Sache einzeln aufheben. Die Kamera ist kaputt. Die Kamera ist kaputt. Ja, haben wir. Okay, hier. Sie enthält einige Münzen. Wir haben die Münze wieder. Und jetzt für euch, Freunde. Da ist ziemlich viel Geld drin. Herr Kunsch. Da ist ziemlich viel Geld drin. Und nochmal. Da ist ziemlich viel Geld drin. Und, kommen wir einmal in der Münze. Kriegen wir auch noch. Eine gewöhnliche Metallmünze. Eine gewöhnliche Metallmünze. Okay, so. Wir speichern, um die dämlichste Scheiße im Spiel zu machen. Seht ihr das? Super gefährlich blitzende Kabel hier an der Seite. Das Starkstromkabel. Oder ein Fall anpassen sollte. Ja. So, ich habe noch ein schönes Seil aufgenommen. Komm, ich speichere nochmal ein bisschen. Man geht auch nicht davon aus, dass man stirbt und aufdrückt. Thank you. So, ein Kabel. Mal gucken, was wir da machen. Und nochmal. Prost. Geh mal auf. Ich finde, ich habe die einfach nicht gespeichert seit eine Stunde oder so. Das war's. Das geht mal auf. Da ist übrigens viel Geld drin. Ja, da ist viel Geld drin. Ja. Ich würde schon einmal hin. Ich würde auch nicht hin. Wird es so weit sein? Na ja. Ich glaube, dass du es zurück bist. Dann nimm das vielleicht von den Bugs. Von den Bugs? Ja. 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 Ich will das auch noch mal hin. Ich will das auch noch hin. Ja. Das ist ja auch noch sehr gut. Ah, okay. Spieldaden. Welche von beiden war das hier unter? Miau! Miau! Sieh man ihn? Ja. Guck mal hier. Das ist super heiß. Das ist scheiße. Na bübü. Willst du hier rein miauen? Miau miau! Oh. Jetzt ich miau' nicht vor euch. So, okay. Ich glaube wir können es bei rechts klicken und es anschauen, oder? Ne, es geht gar nicht. Du gehst ja nicht an die Pfannekuchen, ne? Das ist doch auch so meine. Ja, ja. So, okay. Was find ich hier jetzt? Was musst du gebrauchen nochmal? Ne, das ist meine. Es klemmt. Es klemmt. Das ist Jodie Sipp. Prosit. Jodie Sipp. Den gönne ich mir jetzt. Ich habe nämlich Markus hat alle seine Anschlüsse gemacht. Ja. Ich habe mir meine aufgespart. So wie ich Kollege. Miau! Ein alter Drahtschneider. Könnte sich als nützlich erweisen. Alter Drahtschneider. Ich glaube wir müssen, genau. Wir müssen den Strom nochmal ausmachen. Das Kabel durchschneiden und dann durch. Weil man kann nicht an dem Kabel vorbei. Das ist unmöglich. Knopf. Blüpp. Äh. Ja. Genau. Ja. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Alles klar. Johnny Depp. Johnny Nepp. Ich gern die Pfanne gucken. Ja, du darfst. Ein Weini. Ein Weini. Ist wirklich ein Feini. Das ist ein Feini. Das ist ein Feini. So. Verlassen. Die Mine habe ich zum Glück noch relativ gut im Kopf. Ich glaube da kommen wir schnell durch. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Scheiße. Ähm. Minen im Video spielen wir doch einfach. Da möchte ich überhaupt nichts von wissen. Ich will nichts wissen von der Welt. Das Ventil klemmt. Liegt hier noch irgendwas? Oh fuck. Äh. Soviel dazu. Jody Sieb. Jody Sieb. Jody Sieb. Wo ist Jody Jump? Jody Jump. Ich bin leider gerade kein Member. Scheiße. Er ist verrostet. Wende. Kontra. Kann irgendein Member Jody Jump schicken? Kann man was machen? Es bewegt sich kein... Mhm. Oder Weird Jody. Weird Jody? Weird Jody. Ich bin Weird Jody's Großart. Mette. Ich hätte nicht sagen sollen, dass ich hier noch ganz gut alles im Kopf hab. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Reicht schon. Reicht schon. Reicht schon. Wir haben können nicht raus. Abgeschlossen. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Ja gut. Den Trick kennen wir. Andere Seite der Tür. Mit der Karte wahrscheinlich nicht, ne? Können wir's rauskicken? Ja. Da ist Jody Jump. Jody Jump. Jetzt möchte ich noch Weird Jody. Ich glaub ohne Seite rausziehen. Nee. Du hast schon was verpasst. Du bist jetzt einfach durchschneiden, Gittes. Ja, das geht auch. Na gut. Wie viel hab ich verpasst? Sechs Stunden und 40 Minuten nur. Also nicht so viel. Ich werde versuchen mit der Hand durchzukommen und den Schlüssel zu nehmen. Klack klack. Ist erledigt. Ist erledigt. Haben wir. Jetzt gemacht. Na gut. Rausgehen. Worum geht es eigentlich im Spiel? Das ist schon. Ein weiterer Schacht. Wie viele es davon hier wohl gibt. Vielleicht schaffe ich es nie wieder an die Oberfläche zu gelangen. Samuel ist unser Opa, ne? Ja. Unser Opa, gestorben. Und wir waren lange nicht da im Haus. Und jetzt nach, ich glaub, zwölf Jahren oder so. Mhm. Zurückgekehrt und wollen herausfinden, warum. Das ist die ganz, ganz große Story. Wir haben jetzt schon die Hauptstory rausbekommen im Buch eben. Ich glaub da warst du von den Kuchen machen. Dass vor 700 Jahren zwei Brüder halt die Familie gegründet haben. Und der eine hat den anderen verflucht, dass irgendwann Nachkomme von dem dafür sorgen wird, dass der Böse wieder zurückkommt. Und unser Urgroßvater wollte das verhindern, weil er gemerkt hat, dass er anscheinend bald der Moment kommt. Und dafür müssen wir diese fünf Seelenschlüssel finden. Und der hat, glaub ich, nur zwei oder drei davon gefunden. Und wir wollen das jetzt weitermachen und wissen wollten, warum unser Urgroßvater gestorben ist. Ja, Kira. Das ist weird, Joey. Kira, weird Joey. Holzkisten. Wahrscheinlich sind sie leer. Aber was auch immer der Inhalt sein mag, er ist bestimmt vom Wasser zerstört. Wir reden nicht über das Sox2, wenn ich dabei bin. Das ist verboten. Das ist ein verbotenes Thema. Ist das so? Ja. Wie er wohl gestorben ist. Wir reden nur über die 50 Rocks, wo die eine den Erokesen hat. Was haben wir denn eigentlich gerade mitgenommen? Ach, was hast du denn denn mitgenommen? Was hast du denn denn mitgenommen? Was hast du denn mit Öl nachher oder sowas? War da nicht irgendwas? Ich glaube irgendwie mit das kombinieren, mit einem Fass reinmachen oder so. Hier gab es auf jeden Fall mehrere Sachen, die man irgendwie kombinieren muss. Was hier? Einstürzstätte. Dieser Gang ist unpassierbar. Gut zu wissen. Großes Fass. Die Fässer hier enthalten wahrscheinlich Öl oder Diesel. Dieses ist leer. Willst du weiter spielen? Kannst du nicht weiter spielen? Ich kann ein bisschen nebenbei mampfen. Die Tür ist abgeschlossen. Ich muss ein bisschen mit die Tasche. Ich kann auch weiter spielen. Ja. Aber ich mag ihn nicht. Maximin nicht? Ja. So kurzes Haar, entschuldige. Hä? Mein Haar ist so kurz wie immer. In meinem Haar hat sich nichts wendet. Ich habe es vorgestern gewaschen. Aber sonst sieht es aus wie immer. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Kannst du aus dem Ding einen Platz kommen? Ich lad's einfach danach auf YouTube hoch. Dann kannst du nachher mal gucken. Ja. Jetzt bleibt der Stream oben. Ich hab das nochmal aufzulegen. Nee. Nee? Jetzt durch geht's. So. Voller Arsch. Ein Fahrstuhlschacht. Ein Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl ist meine einzige Chance an die Oberfläche zu kommen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie in Betrieb nehmen. Dankeschön. Mach da deinen Zinter. Ist doch schon, oder? Bei mir war gerade bisschen was drauf. Ja, aber ein bisschen. Du brauchst mehr. Mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Okay, das wollen wir später. Fass war hier. Ein großes Fass voller Öl. Ein Fass voller Öl. Nee, die sind nicht kürzer. Die sind so wie immer. Ich hab die nicht abgeschnitten. Ein großes Fass. Okay, wie machen wir das denn? Vielleicht liegen die einfach anders. Aber die sind wie immer. Eine angespitzte Stahlstange. Die sind aber glaube ich länger geworden eigentlich. Aber die sind frisch gewaschen. Ein großes Fass. Für meine Haare ist das frisch. Ich hab nicht so fettende Haare, Freunde. Ich kann hier dieses Haarefetten machen. Gott sei Dank. Kaputt. Kaputt. Ich will erstmal da hinten hin. Ach nein, nicht die Maschine. Ich weiß nicht, was hier die Lösung war. Ich glaube, man muss einfach rumdrücken. Was war der Ranking des Games? Meinst du jetzt? Welche Games oder? Früher hat dieser riesige Mechanismus etwas Großes bewegt. Vielleicht hat er den Fahrstuhl bewegt. Ja, die 6 Stunden geht oder so. Aber meinst du jetzt nur die Games? Dreckiges Wasser mit einem Ölfilm darauf. Ich meine, das musste man einfach hier mit Flecken. Ach, wir müssen wissen, wofür wir es brauchen, bevor wir es machen können. Ja, natürlich. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie... Just press Buttons. Na gut, gucken wir uns mal weiter um. Immer mehr ziemt. Scheiß mal auf alle die. Immer mehr ziemt. Schmeckt einfach rein. Einsturzstelle. Dieser Teil des Gangs wird durch hereingebrochene Erde blockiert. Da ist kein Vorwärtskommen möglich. Ich meine, wir müssen das fast halt... Ich weiß, was ich machen muss. Oder irgendwie... Wie wir die Spiele untereinander rennen. Auf Platz 1 ist bei mir Bloodborne. Ja, aber du oben zuerst. Okay. Also Bloodborne. Dann kommt Dark Souls 1. Dann kommt Dark Souls 3. Sie ist sehr rostig. Aber immer noch intakt. Dann kommt Elden Ring. Dann kommt Demon's Souls. Und dann kommt Dark Souls 2. Ich glaube, das war ein anderes. Ne? Äh, ja. 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 Bei mir vom schlechtesten aus. Ich finde Demon's Souls am schwächsten. Dann Elden Ring. Ich bin vom Besten aus. Ja. Okay, dann mach ich vom Besten aus. Bloodborne. Dann Dark Souls 1 und 3 als Gesamtpaket. Dann ganz knapp dahinter Sekiro. Weil die sind eigentlich alle 3 auf Platz 2. Dann Dark Souls 2. Dann Elden Ring. Dann Demon's Souls. Ist das Spiel kostenlos? Ne, aber es kostet mir aktuell 3 Euro oder sowas. 3 irgendwas aufs Team. Bist du raus, Alter? Was? Du willst du nicht raus? Sagst du uns 2, ist das gewohnt von mir der Hass zu haben? Samenspiel? Ne. Nicht so ein Samenspiel. Selbiges könnte ich zu dienen zurück sein. Zu armen dienen zurück. Das magst du selber nicht so. Aber mehr als da. Ein großes Fass. Ich weiß, wie das scheiß Ölfass hier auch einfach einstechen. Weil ich weiß, wie sie das Öl da rauslassen müssen. Warum darf ich das nicht machen? Ich krieg doch mal mit Recht. Habe ich schon. Eine angespit... Ja, die ist angespitzt. Ich weiß. Hast du sonst alles angespitzt? Ein kräftiges Seil. Das müsste einiges an Gewicht aushalten. Das kann... Ja. Darf ich sie jetzt da dran binden? Nein. Darf ich sie jetzt darum binden? Darf ich sie daran binden? Nein. Ich mag Elden Ring auch nicht so gerne, aber Dark Souls 2 für mich ist niemals über Elden Ring. Das geht gar nicht. Na doch. Ne. Also können ja andere so finden, aber für mich persönlich... Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Wie gesagt, ich finde Elden Ring nicht mehr so geil, aber... Ne. Die Sekiro ist fantastisch. Die Tür ist abgeschlossen. So, wie geht die Scheiß jetzt auf nochmal? Äh... War das nicht irgendwann am Anfang? Ich finde vor allen Dingen die ersten Stunden in Elden Ring sind ziemlich genial. Da ist man auch so geflasht, beriesig, dass alle sitzen wie weit und wo man überall hin kann und so. Ja, meine Schule ist super. Vor allen Dingen die Schweinchen. Die meine Schule-Schweinchen. Ja, es gab ja irgendwo doch einen Nebenraum. Da war doch irgendwo auch ein toter Typ. Oder war das unten? Ich glaube der war unten, oder? Ich glaube der war unten, oder? Warum könnte der grad nicht lachen? Da warst du schon hinten? Ja, da geht's ja weiter. Oder? Oder geht's hier noch weiter? Ne. Hier geht's hier lang. Da hinten, da war der Maschinenraum. Warum? Ich hab Nio noch nicht gespielt, deswegen keine Ahnung. Äh... Nio 1 fand ich viel zu lang. Es ist dadurch echt schwach geworden, dass es halt viel zu viele Nebenmissionen hat und wiederholenden Bossen und Levels, die man vorwärts, rückwärts und so geht. Aber das Spiel an sich ist sehr sehr stark. Das Kampfsystem ist fantastisch. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Okay, die brauchen wir später. Ich bin hier ein bisschen unten durch, aber warum geht das ganz gut? Ein großes... Oder muss ich unten... Ah, die Klappe muss ich... Ja, okay. Die drunter muss ich andrücken. Unter dieser Klappe könnte etwas sein. Ich finde das ein richtig gutes Schloss, das hat richtig Spaß gemacht. Ich hab Demon's Souls nur das Remake gespielt und deswegen hat's für mich nicht so funktioniert. Ich glaube das Original würde ich auch mehr mögen, aber irgendwann vielleicht mal. Aber ich hab's jetzt so auf Platin gemacht. Ich bin echt fertig mit dem Spiel. So zum Kotzen. Aber da ist ja coole Patches. Und den Elden... Patches in Demon's Souls ist genial. Ja. Die Elden Ring Legacy Dungeons finde ich auch fantastisch. Unter dieser Klappe könnte etwas sein. Die Haupt-Dungeons halt, die einfach typisch Dark Souls mäßig sind. Aber ich mag den Open-World-Aspekt gar nicht. Ich finde es viel zu groß. Die wiederholenden Bosse und... Ich weiß nicht, es hat nicht so den Spirit für mich irgendwie. Ich finde... Ja, aber diese Gebiete, die mochte ich. Also Sturmschleier... Ja, das meine ich ja mit Legacy Dungeons sowieso. Ich finde... Wie hieß es? Unter dieser Klappe könnte das was sein. Und dann weggesnipet wurde. So... Boah, ich hab mich so aufgeregt da drin. Aber trotzdem hat das immer Spaß gemacht, das irgendwie zu erkunden und so. Also ich... Irgendwie muss ich das wegschieben, um an den Deckel zu kommen. Ja. Das Dorf da drüben und das Haus ist auch super cool. Ja. Geht, das wird nichts Sinn. Auf keinen Fall. Es ist zu schwer. Der Harley Tree, da weiß ich jetzt nicht mehr. Da bin ich irgendwann nur noch durchgerannt. Da wollte ich nichts mehr wissen von der Welt. Ich glaub, der wär sehr geil, wenn man den nicht nach 140 Stunden Kunde so machen muss. Ich werde versichern mit der angespitzten Stamme das fast zu durchbohren. Ich wollte diese dumme Rätsel lösen muss mit diesen unsichtbaren Essessen. Der hatte ich da wieder einen Sekt. Voll wieder. In Kassel-Sol? Ne, das war nicht das. Das ist anders. In diesem Dorf da. In diesem Schneegebiet. Und dann, wo die zwei oben, wo man diese Leitern hoch muss und die Fackeln an muss. Und wo die zwei da mit den Bulgen stehen und ich die ganze Zeit immer wieder da runter snipen muss. Boah. Ne, da hab ich keinen Bock. So müsste es klappen. Ja, würde ich speichern nochmal. Liebe zurück, endlich. Ich glaub, wenn ich das originale Demon's Souls Release damals gespielt hätte, würde ich es auch lieben. Das Remake hat aber irgendwie nicht so für mich funktioniert. Ist irgendwie schräg. Ist immer noch ein solides Spiel, aber ich find's das schwächste von allen. Ist drin. Ich hab halt jetzt, ich hab mit Adenwing mittlerweile einen maximalen Level-Caract. Ich habe ein Ende des Seils an der Klappe festgebunden. Setupen oder nichts ums gehen oder so. Ne, einfach die Waffe in die Hand. Ich hab' die, wenn die nicht auf plus 10 oder 25 ist. Geh' ich zum Schmied und mach' die schnell. Jetzt muss ich nur noch die Lore wegschieben. Weg mit der Lore. Äh, das wird nix. Die lässt sich nicht bewegen. Ja, die Zeitdanschens find' ich unfassbar schlimm in Elbe. Ja, viel zu viel. Und ich find' die Bosse waren manchmal zu anstrengend blöd schwer. Ich muss die Blockierung lösen. Wisst ihr, was ich mein'n? Ich hab' nicht gegen eine schwere Bosse, aber ich find' die waren zu doof schwer gemacht. So wie das Leppendu oder so. Es war einfach nur nervig schwer und nicht irgendwie Challenge schwer, sondern es war einfach nervig. Es ist extrem unbalanced. Wenn man Aschen und Meta-Bilds benutzt, dann macht man die komplett kaputt. Wenn man irgendwie so'n typischen Souls-Bild macht mit einfach nur einer Waffe und ohne Spells und sowas, dann sind die nicht darauf gebalanced irgendwie. Unser Lieblingsboss aus allen. Aus allen. Aus allen. Unser aller Lieblingsboss. Wir haben ne 5 Stunden Tierlist mit allen Bossen. Was ist von allen denn aller Lieblingsboss? Ich hab' auch noch Kuss. Bei mir. Ich hab' so 10, die alle oben weiter bei sind. Und Und Undir ist auch sehr weit oben und German ist auch sehr weit oben. German ist auch sehr weit oben. German mit dir und auch noch Kuss. Und der Klettnern. Die Lore hat viel Lore. Die Lore der Lore. Ich hab' auch gerade eine Lore. Ja, ich weiß. Ja. Da drüben ist es zu dunkel. Ich bleibe in der Nähe des Lichts, das von oben kommt. Ja. Wie hat das Deppendu? Es gibt die beiden schon so zwei oder ich glaub' sogar dreimal bekämpfst du die. Es ist voller Öl. Wie die Fässer oben. Ich brauche jetzt kein Öl. Also wenn man die Geisterschneckenversion zählt, dann kommen die jeweils dreimal davon. Ja, die Geisterschneckenversion. Dann gibt's den einen, den dünnen in der Windmühle, also Windmühldorf und dem Turm. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Oder? Ich mein' doch, auf der Brücke nur. Ja. Ja. Und dann halt nochmal doppelt als Post. Ich weiß nicht. Nee, lass halt einfach. Und dann bist du einfach zum dritten Mal in deinem Wand. Hier ist es stockfinster. Wahrscheinlich ist der Stromkreis kurz geschlossen. Ja, der Stromkreis. Fühl ich mich. Ist nicht der Weile. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Das sieht aus wie ein Verteilerkasten. Er lässt sich nicht öffnen. Dann der härteste. Ich hab für mich persönlich, so persönlich, nicht technisch gedreht. Ein Sicherungskasten. Den fasse ich lieber nicht an. Ich hab wirklich über 100 Trice gebaut. Das ist kein Trice. Ich weiß nicht, warum der mich so fällig gebaut hat. Ich hab geschrien und den Trawler geschmissen und ich wäre super sauer. Ich hab deinen alten Speicher schon überschrieben. Nein. Einen von den Jodie 2. Ich glaub das ist nicht Jodie Puzzle. Ich glaub der ist noch da. Nicht Jodie Puzzle. Nee, der ist noch da. Keine Sorge. Der bleibt. Ich hab hier einen Strom an. Der klemmt. Müsst du es hier mitmachen? Ja, sehr gut. Der Deckel hat sich gelockert. Fantastisch. Ich muss den Stromkreis schließen. Boah, das war auch immer random. Ich mag die Kamera auch nicht. Das ging mir nicht ehrlich. Ich hab da auch Schwierigkeiten. Nichts. Wo der ist und wann der kommt. Und ach. Wie viel Spaß. Ist das random? Ich glaube ja. Also nicht random. Aber ich glaub man kann es nicht wissen. Ich glaub das ist einfach. Mal gucken. Hm. Ich mein es sind noch nicht so viele Möglichkeiten. Also. Sag ich. Wahrscheinlich mach ich alle außer das was es richtig ist. Immer und immer wieder. Malikav mag ich. Ich wünschte Malikav wär mehr Malikav und nicht vorher dieses komische Ding. Ja. Endlich. Das war früher der Pausenraum würde ich sagen. Ich speichern nochmal. Ich bin paranoid hier unten. Strem. Strem. Ich mach noch schnell die Area fertig. Dann. Ess ich. Dann kannst du die nächste ein bisschen machen. Ich glaub die Maximilie nicht. Muss die nicht sein. Was ist denn da? Vielleicht dient sie als Antrieb für den Fahrstuhl. Ähm. Ne. Ähm. Sanatorium. Bei Dings mit. Wie heißt es? James? Ja. Der ganze Kram glaub ich. Sanatorium. Was ist hier mit jetzt? Vielleicht dient sie als Antrieb. Drück mal drauf rum. Wohin es geht. Ich sag ja. Ich bin schon Malikav während mehr Malikav. Wer kann das gewesen sein? Was weiß ich. Für mich diese. Wie hieß die Bestie davor? Ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Äh. Beast Curly Man. Glaub ich. Warte mal bevor ich da. Soll ich da dran gehen? Sterbe ich da? Was ist hier mit? Gefährlich? Ja die Kamera und äh. Ein Sicherungskasten. Ja klar. Das sind die größten Bosse. Was hab ich jetzt bekommen von dem? Kleiner Schlüssel hierfür glaub ich. Von Spind. Ist da wohl drin? Doch. Aber da ist deine Leiche. Ne die hab ich schon. Die du besucht hast. Die hab ich schon den Schlüssel geklaut. Da drin ist. Ein Revolver. Der Revolver. Den stecke ich ein. Der dauert noch. Das sind wir gar nicht. Ja. Hoffentlich funktioniert er noch. Das ist nicht echt. Ne. Nein. Besser so. Ich hab hier zwei Roboter. Die sitzen eigentlich irgendwo schon im Bett und schlafen. Ja. Geht der auch auf? Aha. Was? Ich will aber nichts drin. Ist hier noch was drin? Einige alte Kugeln. Wollen wir hoffen, dass sie noch etwas taugen. Hier einige alte Kugeln. Wie viel waren da drin? Wenn sie hier unten nicht feucht geworden sind, kann ich sie bestimmt verwenden. Ein alter Revolver. Okay. Kann ich schon mal nachladen? In der Schachtel sind noch zwei Kugeln. Revolver mit zwei Kugeln. Okay. Ein Buch. Gibt ihr ein Tagebuch? Oh. Vielleicht hilft mir das nach draußen zu kommen. Ich glaube ja. Oder ist es das Maschinenheftchen? Ah ne. Essenszeit. Heute ist alles glatt verlaufen. Heute ist alles gut gegangen. Die Schicht verlief ohne Probleme. Abgesehen von der furchtbaren Hitze her. Schreckliche 55 Grad. Wenn wir von über Tage nicht zu trinken bekämen, würden wir alle vor Durst tot umfallen. 30. Mai. Einer der drei Luftschächte scheint verstopft zu sein. Die Männer meinen, irgendetwas steckt darin fest. Das würde die schreckliche Hitze erklären. Ich muss heute Nachmittag zu den Luftschächten und die Sache überprüfen. 31. Mai. Etwas hat Luftschacht 2 völlig verstopft. Es wird eine Weile dauern, bis wir das Hindernis entfernen können. Es ist fast in der Mitte des Rohres und ziemlich groß. Morgen werden wir erfahren, was die Hitze hier drinnen verursacht hat. 1. Juni. Heute haben wir endlich herausgefunden, was den zweiten Luftschacht blockiert hat. Es war eine Leiche. Einer der neun Arbeiter ist wohl in den Luftschacht gefallen. Noch kennt niemand seine Identität. Die Leiche muss schon ziemlich lange da drin gesteckt haben. Und das bei der Hitze hier. 15. Juni. Die letzten 14 Tage waren ruhig. Keine großen Schwierigkeiten. 18. Juni. Der alte Morten ist verrückt geworden. Man fand ihn am Ende des neuen Stollens. Er saß einfach da und starrte ins Nichts. Niemand hat aus ihm einen vernünftigen Satz herausbekommen. Er murmelte nur ständig etwas von einem Gespenst. Vielleicht hat er zu viel Gas eingeatmet. Ich ließ ihn zum Arzt bringen. 19. Juni. Heute Nachmittag hatten wir wieder so einen Zwischenfall mit einem Gespenst. So ein Unsinn. Hier muss irgendwo ein Gasleck sein. Morgen früh lasse ich die Werte messen. 22. Juni. Wir haben im ganzen Stollen gemessen und nichts gefunden. Kein Gas. Aber drei weitere Männer mussten heute über Tage gebracht werden. Niemand weiß, was ihnen fehlt. Sie erzählen den gleichen Blödsinn wie der alte Morten. Wenn das so weitergeht, wird die Mine geschlossen werden müssen. Und das wird Fuller gar nicht gefallen. 23. Juni. Heute habe ich eine ganze Stunde dafür gebraucht, diese Feiglinge zu überreden, in den Aufzug zu steigen. Niemand will in dem neuen Stollen arbeiten. Alle haben Angst vor dem Gespenst. Ich musste ihn schließen. Sonst wäre keiner mit in die Mine gekommen. Tag 1. Etwas Furchtbares ist passiert. Ich habe seltsame, verdammt seltsame Geräusche aus dem Fahrstuhlschacht über mir gehört. Und dann passierte es. Ein markerschütternder Schrei und ein unglaubliches Krachen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Stunden inzwischen vergangen waren, aber als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der anderen Seite des Raumes und mein Mund war voller Dreck. Ich glaube, ich habe mir einige Rippen gebrochen und mein linker Arm ist so angeschwollen, ich kann ihn kaum bewegen. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Zustand aus dem Fahrstuhlraum kriechen kann. Tag 2. Es ist sinnlos. Alle Versuche, hier rauszukommen, waren umsonst. Etwas muss auf die Klappe am oberen Ende der Leiter gefallen sein. Verdammt! Die einzige andere Möglichkeit, hier rauszukommen, ist mit dem Fahrstuhl. Viel Spaß! Aber er funktioniert nicht. Ich hoffe, dass jemand die Klappe von außen öffnet. Sonst... Ich habe Angst. Tag 3. Ich schätze, dass ich inzwischen schon seit drei Tagen in diesem verfluchten Loch stecke. Ich habe großen Hunger. Aber der Durst ist noch schlimmer. Gott sei Dank ist es hier feucht. Ich trinke das Wasser aus den Pfützen unter den Leitungen. Mein Arm schmerzt so. Ich kann ihn gar nicht mehr heben. Mir tut der ganze Körper weh vom Schreien. Aber niemand kann mich hören. Die einzige Möglichkeit ist dieser verdammte Deckel oder der Fahrstuhl. Aber von hier aus kann ich nichts machen. Was für eine Ironie. Tag 4. Ich werde schwächer. Ich weiß, dass ich es nicht mehr lange mache. Mein Arm pocht vor Schmerzen und mir gehen die Kerzen aus. Das Licht ist nur ein Geflacker. Wenn ich nicht bald gefunden werde, sterbe ich an Blutvergiftung, verhungere oder verdurste. Ohne Licht wird es noch viel schlimmer als jetzt. Ich weiß, dass dies meine letzten Worte sind. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Vielleicht einfach, wenn jemand diese Zeilen hier findet und mich über Tage bringt. Bitte, beerdigt mich ordentlich. Lebe wohl. Wir sagen niemandem jemals Bescheid, dass der hier unten ist. Obwohl der unbedingt wollte, dass der nicht hier unten für alle Zeiten festhängt. Ja, ja. Dass er wenigstens beerdigt wird. Naja, komm, whatever. Nicht unser Problem. Wir haben immerhin ziemlich viel Geld drin. Ziemlich viel Geld drin. So, was haben wir jetzt bekommen? Altes Buch. Das ist einfach nur das, ne? Ähm. Ist irgendwas drin? Technische Zeichnungen und die Pläne von irgendeiner Maschine. Was ist denn? Die Pläne von der Maschine. Wundervoll. Maschinen. Diese Donation hackt dein Stream um 3 Uhr nachts. Dankeschön. Wunderbar. Ehre. Macht die Nutzen. Nee, die... Ja, hier. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Komm hier. Mut. Do it. Ja. Do it. Ich will nicht mehr. Es reicht ihm. Gute Frage. Nein. Nicht großartig. Mhm. Ich glaube hier ist sonst nichts mehr. Ist noch was drin? Da ist nichts mehr drin. Da ist nicht viel Geld drin. Das ist nichts drin. So, das ist glaube ich egal. Ist auch egal. Was denn? Nichts. Ich habe einen Witz gemacht. Hast du einen Witz gemacht? Hast du einen Witz gemacht? Hast du lustig? Oh. Ich weiß nicht. Das ist ein Naja. Ich bin nicht da. Oh. Ich existiere nicht. Joach, du bist Chad. Du bist Chad? Ich bin Chad. Ja. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ah, so. Ich müsste das machen. Das wäre auch nichts für mich. Ich könnte versuchen, die Maschine... Na hier mit, Mann. Du weißt doch wie. Achso, ist das Falsche. Ich werde versuchen, ihn mithilfe dieser alten Pläne betriebsfähig zu machen. Jetzt müssen wir hier unten die Lappen befeuchten. Jetzt läuft der Antrieb. Hoffentlich funktionieren jetzt die Kontrollen im Fahrstuhlraum. Vielleicht suche ich auch noch. Entscheid geht's doch noch. Aber ich glaube gleich crasht irgendwas. Aber das ist wichtig. Irgendwas war mit dem Lappen, ja. Eins weiter unten war das, ne? Ich weiß doch noch nicht. So Minen-Parts sind doch einfach nicht mal nichts. Ja. Obwohl der ist noch okay. Ich glaube, das könnte funktionieren. Warte, ich finde Minen in den Spielen sind normal. Nichts. Ich sehe eine Miner-Schimpel und ne. Ah, wir sind glaube ich erst mal unten hier. Ja. Ja, hier genau. Das ist irgendwie fast immer doof. Das ist wirklich fast immer doof. Dampf zieht durch eines der Rohre. Dieses Loch sollte ich mit etwas verstopfen. Wie wärs hiermit? Jetzt sagt er, nein, das geht nicht. Ich würde mich verbrennen. Genau. Jetzt gehen wir hoch. Das musst du Johnny Depp fragen. Ja. Johnny Depp ist nicht real. Fütze. Ich habe den Lappen angefeuchtet. Fantastisch, Kollege. Da runter. Auf damit. Ich habe das Loch im Ohr gepflegt. Wir spielen seit sieben Stunden Black Mirror. Ja. Geht das irgendwie abgedeckt? Sehr schön. Geht das jetzt? Ich glaube schon. Okay. Verflucht. Die Maschine hat die volle Leistungsaufnahme nicht verkraftet. Äh. Das muss man jetzt nochmal machen. Was ist das abgedeckt? Ja. Die volle Leistungsaufnahme hat die Maschine nicht verkraftet. Exponsor war ja 11 noch, Nancy. Frohe Weihnachten euch bald in den guten Rutsch ins neue Jahr. Wünschen wir dir auch. Dankeschön. Du bekommst einmal. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ja. Ja. Da ist ziemlich viel Geld drin. Dankeschön. Müssen sie irgendwie... Vielleicht ist es nur eine durchgebrannte Sicherung. Vielleicht ist es nur eine durch... Durchgebrannte Sicherung. Mal gucken. Meine Sicherung ist durchgebrannt. Boah. Durchgebrannte Sicherung ist durch... Ja, dann mach die doch raus. Könnt ihr die raufschneiden oder so'n Scheiß? Oder müssen die von oben einfach holen? Könnt ein bisschen von oben einfach holen. Boah, die ist hin und her hier. Eieiei. Ja. Da ist ziemlich viel Geld drin. Da ist ziemlich viel Geld drin. Lauf jetzt. Geht das auf oder was? Vielleicht kann ich versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Vorstuhlraum zu benutzen. Schon wenn man anfangen muss, irgendwelche Fuses sind die hier. Die Tür ist abgeschlossen. Da krieg ich... PTBS von... Vielleicht kann ich... Nie wieder eine Fuse sammeln. Die Tür ist ab... Die Tür ist abgeschlossen. Dankeschön. Dann bricht das auf mit dem Messer. Sehr schön. Ich werde versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Fahrstuhlraum zu benutzen. So. Ich glaube, damit haben wir den Minenpart gleich fertig. Ganz am Ende vom Minenpart hier kommt gleich was richtig abgefangen ist. Das ist wirklich abgefangen. Da muss man speichern. Denn wir haben ja einen Revolver bekommen und der ist gleich sehr wichtig. So. Aber haben wir schon die andere Kugel verschossen? Nee. Weil das brauchen wir auch noch, oder? Mit dieser Sicherung müsste sie funktionieren. So. Geht das jetzt? Ja. Jetzt läuft sie mit voller Kraft. Ich sollte versuchen, den Fahrstuhl zu holen. Vielleicht funktioniert er. Dann komme ich endlich hier raus. Verschwinde von hier. Ja, es gibt, ähm, ich habe da irgendein neues Welcome to the Game. Ich glaube, ich habe nur eins gespielt mit dir. Ja. Ja. Hast du. Stimmt. Ich bin aber gestorben, wenn ich gemacht habe. Perfekt. Der Fahrstuhl ist betriebsbereit. Verständlich. Ich finde das die Experience. Man macht das einmal und stört man. Ja. 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 Ich will mir gleich etwas befremeres anfreunden. Es wird Zeit. Mach das. Ich aus meinem Weihnachtsdrip rauszuschellen. Um etwas gemütliches. Ja. 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 Ich komme dann wieder. Ich werfe mich in meine Pigeana. Moment, was ich wohl schon so... Ich kann einfach hinten durchgehen. Oh, ich bin da. Ich kann einfach hinten durchgehen. Oh, ich bin da. Ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Bleib dran. Ich kämpfe hier nicht. So. Warte. Kann ich hier vorne noch etwas angucken? Ich gucke jetzt mal alles an. Wahrscheinlich war früher Dynamit darin. Ja, Dynamit. Außer alten Zündschnüren. Kann ich auch nicht mitnehmen. Bloß ein Haufen Erde. Sonst nichts. Riecht nach Rost. Riecht nach Rost. Okay. Hier kommt jetzt die abgefuckte Scheiße. Ich speichere ihn einmal. Auf Stram 2. Denn wir müssen jetzt nämlich hier das scheiß Schloss mit dem Revolver abschießen. Und ich weiß nicht, wovon das abhängig ist. Es kann sein, dass es eine Chance ist oder dass der Winkel darauf ankommt. Man kann den manchmal verfehlen, das scheiß Schloss. Und dann hast du ja beide Kugeln verbraucht. Und du brauchst gleich noch eine Kugel. Wenn du keine mehr hast, dann verreckst du einfach und dann... Good Job. Man kann sich, glaube ich, hier sehr leicht softlocken und dann war es das einfach. Das Gitter wird von einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert. Mit bloßen Händen kann ich das nicht beseitigen. Okay. So. Ich speichere lieber nochmal. Damit wir genaueren haben. Ich weiß nicht, wie oft man das probieren muss. Ich weiß noch nicht, wovon das abhängig ist. Ich habe gar keine Ahnung. So. Stram 2. Ich stelle mich mal hier hin. Da ist das Schloss. Okay. Wir nehmen Revolver. Ich muss gut zielen und die schwächste Stelle des Schlosses treffen. Thank God. Okay. First Strike geschafft. Ein perfekter Schuss. Das Vorhängeschloss ist offen. Ich habe keine Ahnung, wovon das abhängig ist. Absolut kein Plan. Aber man kann es verkacken. Man kann einmal verfehlen. Und dann... Ihr seht gleich, was da passiert. Können wir mal ein Stram 1? So. Wir gehen jetzt raus. Ich zeig euch, woran man nicht verhecken kann. Ich habe es geschafft. Ich lasse einmal durchlaufen. Da. Das sieht nicht gut aus. Gefährlicher Wolf. Hallo Wolf. We died. Wenn man keine Kugel mehr hat, kann man da nicht durch. Ein Handy für alle Zeiten fährst du und stirbt einfach. Ich meine, ich habe beim ersten Mal durchspiel das so. Bis hierhin gespielt und gespeichert, nachdem ich das Ding aufgeschossen habe. Und keine Kugel mehr hatte. Und dann war halt einfach Primo. Okay. Können wir einmal zeigen. Wir haben es richtig gemacht. Wir können einmal zeigen, wir waren am Wolf verreckt. Wundervoll. Freunde, ich habe meine Pyjamas. Ich bin cozy unterwegs jetzt. So. Der arme Wolf. Der Weg ist frei. Der Abend. Ich habe es geschafft. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. So. Wo ist denn... Ah, wo ist der Revolver? Da. Und der arme. Wie kalt der das auch macht. Wumming. Ja. Das ist aber doch so unrealist. Warum sollte der Wolf den angriffen? Der wartet einfach davor. Den ganzen Tag. Ja. Aber das macht doch überhaupt jetzt. Das wird kein Wolf haben. Vor allem auch noch alleine. Der wollte gepettet werden. Ungefährlicher Wolf wäre besser gewesen. Guck. Speichere ich nochmal auf. Stram 2. Nee, nee. Das bleibt. Okay. Verlassen. Ich zwängte mich durch das dichte Unterholz des Waldes und steuerte auf das Schloss zu. Heute hatte ich Glück gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es aus den Tiefen der Mine schaffe. Wo sind wir wieder? Oh, Samuel. Komm zu uns. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Du siehst furchtbar aus, Samuel. Ist etwas passiert? Nein, ich hatte bloß einen anstrengenden Tag. Mir geht es gut. Du bist ziemlich spät gekommen. Du bist ziemlich spät gekommen. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Aber ich muss in Kürze zum Sanatorium aufbrechen. Jetzt? Wir gehen in der Nacht. Ja. Es gibt ein dringendes Problem. Kannst du es nicht auf morgen verschieben? Leider nein. Leider nein. Wunderschön, dich zu sehen. Worum geht es dann? Worum geht es dann? Samuel. Na gut. Wiedersehen. Pass auf dich auf. Fahren wir jetzt nach Wales oder? Keine Sorge. Ja. Ja? Ja. Okay. Weil da passiert doch... Und wir sind ja in der Zeit. Hm. Ja. Stimmt. Stimmt. Ich breche morgen nach Wales auf, Victoria. In zwei Tagen kehre ich vermutlich zurück. Nach Wales? Darf ich fragen? Darf ich fragen? Oh. Nur zu Besuch. Ich habe die liebe Eleanor schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich schreibe gleich morgen früh einen Brief an sie. Kannst du ihn mitnehmen und sie von mir grüßen? Selbstverständlich. Danke. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, Victoria. Ich muss mich ausruhen. Natürlich, Samuel. Laut Williams Tagebuch ist der nächste Schlüssel im Schloss in Wales. Wales. Ich darf nicht zögern. Morgen breche ich auf. Ich glaube, wir sind jetzt genau bei der Hälfte. Sogar, ne? Genau. Ungefähr... Wie lange ist Kapitel 3? Noch mal recht lang, aber 4 und 5 sind so lang wie ein Kapitel. Zusammen würde ich so... Oh! Das Spiel ist super, aber wir können nicht spielen. Ja. Was da gut passiert? Oh! Wer ist das denn? Samueli. Samueli. Kannst du erraten? Kannst du erraten? Wer war das? Ich hätte nicht zurückkehren sollen. Ich bändigte meine Gedanken und beschloss, das was ich angefangen hatte zu Ende zu führen. Ich machte mich auf die Reise zum Schloss unserer Familie in Wales, um das zu beenden, was William nicht gelungen war. In der Hoffnung, dass Eleanor meinen Besuch nicht ablehnen wird. Ich weiß nicht einmal, ob sie sich noch an mich erinnert. Laut Williams Tagebuch ist der Schlüssel irgendwo im Schloss. Ich muss ihn finden. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich mit der Suche beginnen soll. Hm. Oh nein, der Scheiß. Das Gitter ist abgeschlossen. Oh. Mit der kaputten Klinge. Ja, wo wir ihn bestechen wollen. Ding Dong. Ich warte noch eine Weile. Was? Vielleicht war das Klingeln zu kurz und niemand hat es gehört. Ich klingel nochmal. Hm. Bzzz. 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 Ja. Ding Dong. ding dong vielleicht funktioniert die türklinge nicht ich kann von hier aus nichts hören ich glaube wir mussten die türklinge muss kaputt sein sonst hätte es bestimmt jemand gehört die drähte innen haben anscheinend einen wackelkontakt ja das war es kein echter alpstein vielleicht wenn die klinge dünner wäre die augen auf mit gestresst bewegt mich kein stück ich bin halt auch jemand der eigentlich meist auf der seite schläft deswegen liege ich dann eher so halb auf der seite ein bisschen hochgestützt nichts vielleicht wenn die klinge dünner wäre die klinge dünner wäre das linke bein der statu ist abgebrochen noch mal in der säule steckt ein nagel genau stimmt da war ja was nagel thank you nabend nabend es war gar nicht schwer ihn herauszuziehen nagel ich werde versuchen den nagel so unter die tärklinge zu klemmen dass er die drähte verbindet nichts das scheint geklappt zu haben es kommt jemand das können typen bestichen boi was möchten sie so madame elinor erwartet heute keinen besuch ich bin samuel gordon vom schloss black mirror ich bin hier um elinor zu besuchen bringen sie mich bitte zu ihr es tut mir leid zur aber das ist unmöglich was meinen sie damit verzeihung sie sagten sie sind ein gordon ja samuel gordon der sohn von randall gordon ich würde ihnen gerne vertrauen aber ich kann nicht in letzter zeit hat es einige probleme gegeben und ich muss sehr vorsichtig sein wenn ich hereinlasse wenn sie vielleicht ihre identität nachweisen könnten so ich habe einen etwas herzlicheren empfang erwartet es tut mir leid so ich muss darauf bestehen dass sie unsere identität nachweisen müssen realistisch werden natürlich einen ausweis zeigen aber samuel denkt dabei einfach daran dass sie ihn bestechen wollen ich bin seit zwölf jahren im geste von madame und ich bin ihr gegenüber völlig loyal na gut kein problem ja gut kein problem entschuldigung der hat keinen ausweis und die todesanzeige hoffentlich genügt ihnen das hier als identitätsnachweis es ist william gordons todesanzeige sie ist ein grund weshalb ich hergekommen bin natürlich entschuldigen sie meine zweifel vor einiger zeit gab es einen einbruchsversuch daher die erhöhte vorsicht ich verstehe von dem können wir jetzt hineingehen folgen sie mir bitte ich begleite sie ins schloss samuel unfreundlich zum dienst folgt verzeihung madame ja louis wie ich sehe haben wir einen besucher das ist samuel gordon er kommt von schloss black mirror oh ja ich weiß wer ist louis alles in ordnung lässt ihr gedächtnis nach ich hoffe sie haben unseren gast herzlich willkommen geheißen louis ich wusste nicht wer er ist madame deswegen wollte ich ihn nicht herein lassen willkommen in wales samuel hoffentlich hat dich louis nicht zu sehr verärgert nein nein er hat mir den grund für seine vorsicht genannt heutzutage müssen wir besonders vorsichtig sein letzte woche hat man versucht bei uns einzubrechen aber das interessiert dich vermutlich wenig was verschafft mir denn die ehre deines besuchs können wir uns vielleicht unter vier augen sprechen ich verstehe louis sie dürfen sich jetzt wieder ihren aufgaben widmen gewiss madame danke wundervoll danke an die dreiers auf twitch nee auch hier sehr unregelmäßig eigentlich nur videos ab und zu springst ich freue mich sehr dass du da bist samuel ich habe seit jahren keinen familienbesuch mehr gehabt und hier vergeht die zeit so langsam sag wie lange hast du vor bei uns zu bleiben ein paar tage nehme ich an ich weiß es aber noch nicht genau nur ein paar tage das ist aber schade victoria hat mir geschrieben und von william erzählt ich mochte ihn sehr gern er war ein guter mann es war bedauerlich dass ich nicht zur beerdigung kommen konnte aber ich bin schwach und eine lange reise wäre für meine gesundheit abträglich ich habe das alles victoria in einem brief geschrieben ich hoffe sie ist nicht böse auf mich weißt du ob sie meinen brief erhalten hat ich habe noch keine antwort bekommen und weiß nicht was ich davon halten soll ich habe hier ihre antwort ich habe ihr versprochen sie zu überbringen wie nett tatsächlich soll ich mal abschätzen wie weit wir gehört sind das ist lieb von dir ich bleibe so ungern in ungewissheit ich werde ihn heute abend lesen aber du bist bestimmt nicht nur gekommen um mir einen brief zu überbringen so wir haben einiges zu erzählen unter anderem william sag mir bitte eleanor wann hast du william zuletzt gesehen ja das ist schon sehr lange her ja ich erinnere mich er hat mich vor zwei jahren besucht zusammen mit robert es war schön nach so langer zeit die beiden wiederzusehen wie lange blieben sie weniger als einen monat glaube ich warum fragst du eigentlich ich versuche die teile eines puzzles zusammenzufügen ich verstehe erinnerst du dich an irgendeine ungewöhnliche begebenheit bei diesem besuch hat sich william normal benommen ich erinnere mich nicht dass er sich oder vielleicht doch wenn ich mich recht erinnere zeigte er großes interesse an unserem familien graben das hat mich überrascht er war davon ziemlich besessen um ehrlich zu sein er hat mir ständig dazu fragen gestellt und schließlich überredete er mich ihn hinein zu lassen ich wollte eigentlich nicht dass die ruhe meiner vorfahren gestört wird aber am ende gab ich nach ich weiß aber nicht was er damit bezweckt hat er wollte meine fragen nicht beantworten obwohl ich ihn direkt gefragt habe an dem tag hat er sich tatsächlich seltsam benommen william war in dem grab aber er fand nichts wie er in seinem tagebuch auch vermerkt hat ich habe williams persönliches tagebuch gefunden eleanor ich habe alle wichtigen notizen gelesen und zwar mehrmals er erwähnt das grab von dem du gesprochen hast bist du sicher dass er dir nichts davon erzählt hat fällt dir sonst noch etwas ein zu seinem besuch seitdem ist viel zeit vergangen samuel aber mein gedächtnis ist noch in ordnung warum er sich so sehr für diesen ort interessierte hat er mir nicht anvertraut überhaupt nicht ich verstehe ist wirklich wichtig selene red dead ist im angebot da wahrscheinlich hast du von dem fluch gehört der schon so lange auf unserer familie lastet was hältst du davon vom fluch der gordons du als aufgeweckter junger mann dieses modernen zeitalters glaubst doch nicht an solche märchen samuel in den chroniken steht dass die letzte ruhestätte dirkham gordons sich auf diesem gut befindet vielleicht ist damit euer familien grab gemeint das glaube ich nicht das grab ist alt aber nicht älter als 200 jahre so viel ich weiß reichen die erzählungen über dirkham viel weiter in die vergangenheit das einzige was ich von ihm kenne ist das denkmal das seinen namen trägt selbst wenn in den chroniken die wahrheit stünde sein grab wäre sicher schon vor langer zeit verfallen william wusste dass dirkams schlüssel irgendwo auf dem gut ist ich muss irgendwie in dieses grab gelangen elinor kennst du diesen mann ich glaube nicht mich aufgeweckt der junge mann der modernen zeit er erinnert mich an jemanden aber ich könnte mich täuschen sollte ich ihn kennen oh ich denke schon er war williams schützling james ich habe ihn auf diesem foto nicht erkannt ich kenne ihn nur als kleinen jungen oh wo ist er jetzt er ist in roberts obhut im sanatorium von ashbury immer noch armer junge als kleiner junge war james völlig normal aber als er älter wurde wurde seine seltsame krankheit immer schlimmer sein zustand verschlechterte sich so schnell am ende hat william ihn roberts fürsorge anvertraut armer junge ich bin froh dass du es mir gesagt hast wenigstens kann ich für ihn beten ich erinnere mich an meinen letzten besuch hier es überrascht mich allerdings dass du dich an mich erinnerst aber natürlich erinnere ich mich an dich ich habe nicht mein ganzes leben hier verbracht weißt du einige jahre davon verbrachte ich im schloss black mirror mein gedächtnis ist das einzige worauf ich mich noch voll verlassen kann damals warst du noch sehr jung ich kann gut verstehen dass du dich nicht an die langweiligen besuche entfernter verwandte erinnerst ich würde auch gerne mit richard sprechen kannst du mir sagen wo ich ihn finde der typ ich weiß es nicht wir sehen einander kaum bevor du mich fragst ich sage dir warum sie hat den titel gesagt es liegt an seinem verdammten chemielabor und seinen unsinnigen experimenten weißt du in jungen jahren war er ein engagierter wissenschaftler hat aber nie den durchbruch geschafft vor einigen jahren hörte er zu experimentieren auf und ich dachte das war's aber vor kurzem hat der alte dussel wieder mit diesen albernen experimenten angefangen und verbringt jetzt seine zeit lieber mit mikroskop und formeln als mit mir also weißt du nicht wo ich ihn finde im moment bin ich wütend auf ihn es interessiert mich nicht im geringsten was er macht und wo er ist ich habe ihm verboten experimente im schloss zu machen weil ich angst habe etwas könnte schief gehen wenn du mit ihm sprechen willst geh in das alte haus im garten die meiste zeit schließt er sich dort mit seinen chemikalien ein du wirst ihn dort bestimmt finden darf ich erfahren in welchem zimmer ich heute nacht schlafen soll louis wird unser gäste zimmer im ostflügel für dich herrichten es ist warm und gemütlich du bist mein gast danke wusstest du dass ich nachdem ich einen ganzen tag unterwegs war beinahe nicht an eurem haupturm vorbeigekommen wäre ja das weiß ich louis wollte dich nicht hereinlassen du musst ihn verzeihen er befolgt nur seine anweisungen es lag nicht nur an louis die türklingel ist kaputt oh naja hier fällt langsam alles auseinander vieles funktioniert nicht mehr richtig das schloss verfällt allmählich richard kümmert sich nicht um diese dinge dann freue ich mich im nächsten stream wir können louis ja recht zusammenscheißen ich bin froh dass ich wenigstens louis habe ohne seine hilfe wäre der garten schon lange verkümmert kannst du bitte louis sagen er soll diese dumme türklingel reparieren aber sicher so ok ellenor hast du so etwas je gesehen nein was soll das sein ich hatte gehofft dass du mir das vielleicht sagst tut mir leid laut williams tagebuch müsste sich ein ähnliches objekt irgendwo hier auf dem gut befinden so etwas habe ich noch nie gesehen würdest du mir erlauben das gelände um das schloss abzusuchen gerne fühl dich wie zu hause sag louis nur dass du mein gast bist bild eines symbols sieh dir diese fotos an sagen wir die alte frau doch nicht mit deinem komischen scheiß doch ja das ist wichtig ich hab die 17-20 Jahre so das erste mal nein leider nicht kennst du diese Bilder das weiß ich selbst noch nicht genau aber ich hoffe es herauszufinden ich glaube ich gehe jetzt besser so besser so ok so wir sind wirklich genau bei der Hälfte des Spiels ich dachte wir können es ja am Stück durchspielen aber es war eine falsche Einschätzung es waren jetzt siebeneinhalb Stunden ich würde sagen nochmal sechs bis sieben Stunden vielleicht acht wenn wir langsam sind dann haben wir es durchgespielt wann wollen wir den zweiten Part machen ein paar Tage am 26. ja oder habt ihr Bock wer von euch ist am 26. auch da vor allem abends weil ich glaube am 25. sind oft nochmal Leute der ist so ein Family Day bei vielen ja ja finde ich eine gute Idee dann auch so keine Ahnung 16, 17 Uhr oder sowas ne ja ja 17 Uhr aber ich glaube der wird ein bisschen kürzer ja was kommt denn noch wir müssen also Wales hier komplett ich glaube das geht ich glaube da kann man nicht so viel falsch machen das Gebiet ist recht klein aber es dauert ein bisschen weil der Typ da ja halt im Netz zu kommen ewig nachschauen ja aber ich glaube das ist das Einzige wo man drauf warten muss die Rätsel wissen wir alle mehr oder weniger ja ich würde sagen eine Stunde vielleicht zwei Stunden Wales dann Sanatorium und noch ein paar andere Sachen da ist auch noch ein bisschen ok alle dabei? wunderschön wunderschön habe leider keine Zeit aber ich äh ich bin der Uwe und ich bin auch dabei da wäre ich auch mal komplett dabei ich bin der Uwe und ich bin auch dabei ähm ich glaube ich mache dann eine Playlist mit beiden Parts ich habe überlegt ob ich beide zusammen schneide zum Video oder als Video will ich auch nicht ich mache eine Playlist mit beiden Streams ja ja dann ok am 26. ich mache morgen die Ankündigung dafür auf Youtube ich würde schätzen 17 Uhr oder so ja ja gut ich muss sagen es war ein äh großes du kannst ja nachkuchen eine große Blumenflipfreude Honigkuchen Schlecken ein inneres Blumen genau ja ich finde das war schön das war schön mit mir und ich hoffe manche von euch haben sich nicht so allein gefühlt das wäre schön Céline macht jetzt extra den Laptopper sehr gezielt wenn ihr am 26. lang gemacht könnt ich auch reinschauen ja ich denke mal wieder sechs bis acht Stunden dann sind wir durch nochmal ja und für Leute die nicht gucken können oder hier was verpasst haben ähm der hier bleibt jetzt eh öffentlich der Stream und sobald der zweite da ist mache ich eine Playlist mit beiden Parts dann kann man es einfach zu aller Zeiten nachgucken ja wundervoll na gut dann danke ich alle fürs dabei sein es hat sehr viel spaß gemacht das war wirklich schön mach nochmal bitte das Geld ja Moment sie enthält einige Münzen was ja erstmal rausholen die Münzen und dann für den Abschied da ist ziemlich viel Geld drin ok Samuel da ist ziemlich viel Geld drin da ist ziemlich viel Geld drin Leute hab ich speichern nochmal wo wir die Münzen rausgeholt haben ist richtig auf jodysracing.com 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 danke schön an jodysracing das war schön bitteschön ich beehre euch gerne wieder das und ich hab keinen nap gemacht ich hab durchgehalten ja ich glaub hätten wir es durchgezogen hätten wir langen nap machen müssen aber dann hätte ich genappt ja ich will schlafen ok vielen Dank Leute wir sehen uns übermorgen bye bye alles crasht bye bye bye